Folge 248 vom Aufwachen-Podcast hat leider heute keine Präsentatorin. Und weißt du, Stefan, irgendwie... Guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier, mach Schluss. Du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld. Ach komm. Neuwahlen, ist das so? Nein. Das ist die klare Antwort. Sie... Ja. Ja, gut. Warum betonen Sie es ein ums andere Mal? Wenn ich gefragt werde, antworte ich. Was hast du erzählt? Ich hab eigentlich gar nichts erzählt. Also wie immer. Wir haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen, also zu klärenden Fragen. Und in vier Bereichen hat man es nicht mal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist. Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können. Wir sehen da Bilder winkender Leute vom Balkon, das erinnert einen ja mehr an die Royals als an eine Koalitionsverhandlung. Willkommen beim königlichen Medienreport. Haben wir noch Hörer? Warum denn nicht? Also ich krieg ja echt wenig mit von Jamaika, weil ich das alles ignoriere komplett. Ich lese lieber. Genau deshalb habe ich das so gebastelt. Also es ist so schwierig. Jamaika ist ein sehr schwierig. Ich habe ja noch vor dem Wahlkampf gesagt, nach der Wahl wird es spannender als vor der Wahl. Du warst so naiv. Das ist ja ein grauenhaftes Schauspiel auf dem Balkon und hinter den Fensterscheiben der parlamentarischen Dingsterbums in Berlin. Gesellschaft. Herr Riesenhuber steht da vor, hast du das gewusst? Ja. Herr Riesenhuber, das ist dieser 80 Jahre alte CDU, FDP, irgendwas Mann und so. CDU, der ist doch nicht mehr im Bundestag. Also der hatte mir letztens gesagt, dass er nicht mehr antritt, oder? Nein, aber man sucht sich in den Regierungsorten immer eine große Villa. In Bonn war das die Villa Dingsterbums. In Berlin ist es jetzt die Villa, das Palais Blabla. Und da sortiert sich dann diese parlamentarische Gesellschaft ein. Und fördert den interparteilichen Dialog, Trialog, Viererolog, Pettolog, Tentolog. Und auf diesem Balkon findet das ja statt. Das war das Einzige, was mich interessiert hat bisher. Auf welchem Balkon ist das eigentlich? Und ich weiß jetzt, es ist genau neben dem Bundestag, gegenüber der Spree. Man kann von der großen Treppe Paul-Löbe-Haus rüber fotografieren. Da haben wir schon mal gedreht mit dem Transatlantiker der Bundesregierung. Ja, hart. Damit haben wir fast alle wichtigen Jamaika-Themen durch. Aber wir kommen natürlich nachher auch nochmal auf Jamaika. Ich und du auch. Ich habe was mitgebracht. Gut, Leute. We are many. They are few. Willkommen im 1%-Log. Für Frieden, für Justiz und Kooperation. Wem gebührt der Dank? Sebastian gebührt der Dank. Aufwachen. Merci beaucoup Bastille, schreibt er. Das klingt auf Französisch. Also Bastille, dann nochmal. Merci beaucoup Bastille. Klingt fast so ein bisschen revolutionär. Marie schickt 30. Herzlichen Dank. Christian, Kerstin, Leonard. Trinkgeld-Anteil-Unterstützung einer menschlichen Lieferdrohne. So viel auch zum Thema. I have two words for you. Predator-Drones. Ja, genau. Was lieferst du denn? Pizza wahrscheinlich. Rosinenbomber. Tod. Rosinenbomber-Pizza-Drohne. Verstehst du? Ich fahre immer an den Rosinenbombern vorbei am Flughafen, wenn ich meine Runden um den Flughafen fahre. Ganz interessant da. Robert, 15 Euro. Dieser Podcast ist als Dresdner eine notwendige Ergänzung zur politischen Bildung an sächsischen Schulen sowie allen Schülerzeitungen. Danke. Robert ist hier herzlich willkommen im 1%-Club als Aufwachenhörer gern gesehen. Allerdings, Robert, kleine Nachhilfeschule in der Frage, wie angele ich mir Interviewpartner? Ich gebe im Grunde dann am liebsten Interviews, wenn es zum Thema ist, bei dem die freie Assoziation auch was bedeutet. Wenn ich nur nochmal angefragt werde zum Thema kannst du uns nochmal deine Meinung zu den öffentlich-rechtlichen Medien und überhaupt sagen, dann denke ich mir so ein bisschen, nö. Wenn du Seiten füllen willst für die Schülerzeitung, schreib einen Text. Wir haben hier jede Woche 6 Stunden Aufwachen-Podcast. Kannst alles abschreiben, kannst alles damit machen. Eigene Kreativität zählt, aber nur ein Gespräch transkribieren ist dann immer zu wenig. Deswegen sage ich da nicht nur nicht ab, sondern ich reagiere gar nicht. Da bin ich ein ganz harter Lehrer. Wir hatten ja beim letzten Mal auch eine WhatsApp-Nachricht bei der Frage, was sollten eigentlich in Journalistenschulen gelernt werden? Und ich würde sagen, alles das, was man nicht in einer Journalistenschule, und damit man nicht das Gebäude lernen kann, sondern überall sonst. Also raus in die Welt, Leute. Beobachtung machen, aufschreiben. Ja, ich sage ja auch immer, da sind ja auch immer manche dann sauer. Wo meine Post kommt? Du erzählst, ich hole meine Post. Naja, es gibt ja manchmal die Fragen, ja, ich will Journalist werden. Sollte ich dafür, auf welche Journalistenschule sollte ich denn gehen, Thilo? Und dann erzähle ich, ne, auf gar keine. Sondern spart euch das Geld, was ihr für diese Journalistenschule ausgeben würdet, und bereist die Welt. Macht euch ein eigenes Bild von der Welt, von den Missständen, und kreiert ein Weltbild, wonach ihr dann euren Journalismus machen könnt. Und danach bin ich gegangen. Und danach, ja, es ist lustigerweise so, dass alle meine Lieblingsjournalisten auch auf keiner Journalistenschule waren. Alle. Und die Journalisten, die ich kenne, aus der Generation von Stefan und mir, sind, ich will sie jetzt nicht langweilige Journalisten nennen, aber, das sind Journalisten, die denselben Journalismus machen, wie Thomas Walde, oder, äh, Reinhard Becker. Die Leute. Also die lernen, die lernen den alten Journalismus. Und, wenn ihr, in der neuen Welt, in Anführungsstrichen, überleben wollt, wenn ihr, äh, Geld verdienen wollt, dann macht was Neues. und geht nicht auf diese alten Pfade. Ja, ich würde mal sagen, denkt doch mal einen Schritt voraus. Angenommen, ihr würdet jetzt gerne eine Zeitung gründen oder einen Fernsehsender, was ja alles in Machbahn ist, ja, oder ein Podcast. Nach welchen Leuten sucht ihr, die mit euch arbeiten? Nach denen, denen ihr so aus so einer Redaktion loseisen müsst, die dann immer kommen mit, hm, ich muss nach Berlin. Könnten Sie mir bitte eine Bahnfahrt buchen? Ich bevorzuge dieses Hotel. Meine Stifte sind alle. Wenn ich mir einen neuen kaufe, kann ich die Rechnung hier abgeben. Ja, mit solchen Leuten kannst du nichts anfangen. Du willst Leute, die zielorientiert arbeiten, die Resultate hinlegen, zack, und das, all das wird dir in der Journalistenschule im Grunde ausgetrieben, weil du da, du wirst da zum, zum Zahnrädchen ausgebildet. Das muss man echt so sagen. Und das Ding ist ja auch, ist ja nicht so, dass man nichts auf einer Journalistenschule lernt, nur, ähm, das Handwerk, was man da lernt, das lernt man auch, wenn man einfach anfängt zu arbeiten. Also, als ich mit 15, äh, bei meiner Zeitung damals angefangen habe, der hat mich an die Hand genommen und hat mir meine handwerklichen Fehler aufgezeigt und so habe ich das nach und nach gelernt. Also, learning by doing und nicht erstmal learning by learning. Ja, also ganz konkret bei der FAZ. Und, und das Wichtigste ist, äh, also die wichtigsten Qualitäten oder, äh, Talente, die man als Journalist haben muss, die kann man an keiner Journalistenschule lernen. Ja. Ja, also bei der FAZ ist das ja so, ich habe es ja auch im Buch ein bisschen beschrieben, du kommst halt dahin und hast erstmal sechs Wochen so eine Art Unterricht. Jemand steht vorne und erklärt irgendwelche Buttons auf dem Bildschirm. Das Ding ist, den Unterricht leitet der letzte Korrekturleser, im Grunde ist alles weggespart, ja, in der FAZ, außer dieser letzte Korrekturleser. Warum? Weil sich irgendwer um die Volontäre kümmern muss. Dann sitzt man da so da und klickt so Zeitungszeilen zusammen und aha, es gibt also engen Spalten und weite Spalten und es gibt drei verschiedene Überschriften und so. Das kann man auch alles vergessen, weil das lernt man auch an dem ersten Tag, in dem man dann in einer der Redaktionen ist. Also man kann die ganzen sechs Wochen komplett, das ist einfach nur, ah ja, okay, haben wir das also auch mal gemacht. Aber dann, an diesem ersten Tag, wo es heißt, so, Herr Scholz, hier, zack, Überschrift drei, drei Spalter und unten muss ein Bild rein. Zack, ja, da lernst du das dann plötzlich alles. Also man kann das alles, diese Ausbildungsinhalte kann man alle vergessen und dann, wenn man schon eine Journalistenausbildung macht, in laufenden Redaktionen, die tatsächlich ein Produkt herstellen und nicht in irgendwelchen Testveranstaltungen, wo man auch nochmal und so. Mein Tipp. Nachvollziehbar. Weil es natürlich auch, dass es schwierig ist. Also viele wollen es machen und dann gibt es natürlich wenig Angebot für solche Plätze und so. Naja, es ist schwierig. Max schickt 35 Euro. Simon schickt 100. Beide, soweit ich das gesehen habe, ohne Kommentar. David schickt 25 und schreibt, besten Dank. Helge, 16,24 Euro. Alexander, Sören, Peter, Felix, Liebesgrüße aus Spanien, schickt er. Die schicken wir natürlich postwendend zurück. Anne-Sophie, Yvonne, Yvonne, Mario, Clemens, Frank, Samuel, Johann, also Johann, Bernhard, Dennis, Raphael, Julian. Er schickt 6,62 Euro. Man fragt sich. 6,62 Euro? Er schreibt, entspricht 1000 nordkoreanischen Won. Danke für A247. Also wir... Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Genau. Das ist ja nur umgerechnet Won. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier in der Werbeanzeige für Won gebucht zum Thema Wählt mal Merkel oder nicht. Ansonsten hätten wir uns Witze von Al Franken abgeholt. Andreas, anonym, Florian, Florian, Janis, Steffen, Steffen, Steffen schickt 50 Euro. Ingo schickt 52. Das GZ-Schutzgeld ist bei euch viel besser aufgehoben. Für Deutschland. Benjamin, Silvio... Für Deutschland! Für Deutschland. Silvio, 55,20 Euro. Wahlhelfergeld. Danke für die tolle Arbeit. Aufforderung zum Spenden für Max und Marvin. Liebesgrüße aus dem Feinstaubkessel. Ja genau, Max. Ja genau, Marvin. Kommt in den 1%-Club. Genau. Merten schickt 33. Stefan, Stefan, schickt 50. Danke für die extrem guten Folgen in letzter Zeit. Stefan ist oft anstrengend, aber die Anstrengung lohnt sich. Grüße aus München. Das läuft. Daniel, Thomas schickt 8,75 Euro für Deutschland. Liebesgrüße aus der Stadt des sauberen Diesels. Welche Stadt ist das? Wolfsburg? Stuttgart? Ingolstadt? Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Für Deutschland. Oder der saubere Diesel aus München. Nun gut, Carsten schickt 21. Nils, die bescheißen ja nicht. Ja, das stimmt. Nils, Heidi, Till, Alexander, Martin schickt 100. Höre jede Folge. Ihr seid meine neue, was? Ihr seid meine Newsquelle Nummer 1. Achso, Newsquelle auseinander. Also, wir sind seine Newsquelle Nummer 1. Sehr gut. Anonym. Allerdings weiß ich nicht genau, ob anonym, weil das ist tatsächlich eine anonyme, da steht einfach Transferwise, als, was weiß ich, Zahlungsvermittler oder was? Keine Ahnung. Also, am besten, ihr schickt eure Namen auch immer noch mal in so Botschaftsfeld mit, falls die hier gelesen werden. Christina, Igor, Jean, Malte, Katja, Martin, Friederike und Markus. 42 Euro. Zurück in Wolfsburg, wo wir den sauberen Diesel bauen für Deutschland. Ja. Mach mal. Also. Es gibt den sauberen Diesel. Ja? Für Deutschland. Es ist ja jetzt Oktober. Soweit ich weiß, baut VW jetzt tatsächlich richtig gute Diesel. Aber wer weiß. Bestimmt. Ob die dann auch noch irgendwo rumgetestet, rumstehen müssen oder ob man die direkt kaufen kann. Naja. Yannis, Johannes, Axel, Konrad, Christoph, Betual, der schickt seine regelmäßige Aufwachenflatrate. Sebastian, Felix, Stefan für Kaffee oder ähnliches zum Aufwachen. Vielen Dank. Michael, Kai und Francesca, Alexander, Ronny. Leider nur ein Euro für letzten Monat. Rest benötigt, Rest benötigt dringend, achso, das ist immer so komisch, durch Absätze. Also, Rest benötigt dringend unser Tierheim. Betrachtet euch aber als indirekte Spender. Okay. Opportunitätsspende. Markus, Michael, Jürgen schickt 50. Also unser Jürgen Lauber. Der schickt ja immer Botschaften mit. Letztes Mal, also eigentlich schickt er mal 10, jetzt letztes Mal 20, jetzt 50. Hab mich gefragt, hä, warum 50? Also lesen wir mal. Mit Aufwachen. Das eskaliert, Jürgen, das eskaliert jetzt. Also jetzt langsam, langsam reicht es. Mit Aufwachen 247 habt ihr intensiv hinter die Nachrichten geschaut. Das ist ihm ganz wichtig, hinter die Nachrichten. Das stimmt auch. Bei den Themen Fachkräftemangel, Russenwahlmanipulation oder DNC, habt ihr Nachrichten gebracht, die es so in Deutschland nicht gibt. Und ihr habt dazu aus Vorjahren Kontext hergestellt, der ein einzigartiges, wertvolles Gesamtbild ergibt. Und gemäß deiner Sponsoring-Idee Value for Value habe ich dieses Mal mit 50 Euro viel mehr gegeben als für euren sonstigen heute-Journal-Tagesturnen-Diskussions-Palaber. Das stimmt. Also Jürgen hat damit absolut recht. Aber es ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite, ja, es gibt auf jeden Fall eine riesengroße Lücke an Themen in diesem deutschen, wie soll man sagen, Minimal-Mainstream, der übrig geblieben ist aus irgendwie, weil ansonsten haben immer alle gleich Angst, oh nein, ich verlasse jetzt den Mainstream. Interessiert das die Leute noch? Kriege ich jetzt eins rechts und links hinter die Ohren? Aber wir haben halt auch das Programm hier, Oma Erna auf den Zahn zu fielen. Was kommt bei Oma Erna an? Und das wird nur mal über die Medien transportiert, die wir haben und nicht die, die wir nicht haben. Und deswegen machen wir im Grunde beides. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich ein bisschen aufgeteilt. Dienstag Nachrichten und hier Oma Erna bricht aus Berlin und Freitag dann so ein bisschen, was sagen eigentlich die Leute bei Jung und Naiv und so. Na gut. Savas. Kurze Erinnerung für alle unsere Hörer, die neu den Podcast gefunden haben. Gibt ja immer wieder neue. Oma Erna ist die hier. Ich heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck, nicht weit. Hallo Erna. Ja. Moin Moin. Moin Moin. Ja, Oma Erna ist auch die hier. Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik. Ganz klar. Ganz klar. Die hat sogar einen eigenen Song. Erna kommt. Erna kommt. Erna kommt wieder mal. Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie kommt. Diese Lippert-Schlager, das sind ja eigentlich immer versaute Gedanken hinter ganz seichten Texten, ne? Erna kommt und so. Meinst du? Ja, glaub schon. Savas oder Savas? Man weiß es immer nicht genau. Großartige Arbeit, Jungs. Ich unterstütze euch sehr gerne. Josefine schickt 5 Euro. Hier ein Viertel vom letzten Babysitting. Kann das sein, dass es cool Savas war? Der ist der Hip-Hopper, Rapper. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß, dass der uns hört und kennt. Das kann natürlich sein. Hey, Savas, ey. Wie grüßt man sich nochmal in der Hip-Hop-Welt? So hier, Fissbam, zack, zack. Wie ist man cool in der Hip-Hop-Welt? Bam. Okay. Josefine, 5 Euro. Hier ein Viertel vom letzten Babysitting. Damit euch, ach nee, damit auch die Kleinen später was Ordentliches zu hören bekommen, das wäre gut für unser Land. Ja, das stimmt. Alexander, Philipp. Philipp, 250 Euro. Hat sich hier gleich einsortiert. Keine weitere Botschaft, außer Liebesgrüße, weiter so. Und anonym, beziehungsweise nicht gewählt anonym, sondern es stand auch kein Absendername nirgendwo. Ich lese da aber mal die Botschaft vor. Für mehr diepe Themen, wie Russia Hearing, statt nur Nachrichten-Bashing. also Jürgens-Linie, sozusagen. Okay, Leute. For the many, not the few. Order! Do not shout when I'm speaking from the chair! Es gibt, ich hab ja bei der Subscribe mit Max drin gesessen, als Max mit irgendwem über Hörerkommentare sprach und so, und dann wird das ein bisschen aufgedröselt. Das hab ich, ich hab's mir angeguckt, und ich konnte verfolgen, in dem Moment, als irgendwie der Vorteil von WhatsApp-Hörerkommentaren erklärt wurde, dass die Augen von Stefan ganz groß wurden. Wurde das da auch thematisiert? Ja. Achso. Ja, genau. Also, das fehlte uns ja noch. Hörerkommentare, wir haben ja immer dazu aufgerufen, aber kamen ja nie welche. Also Audio. Zu wenige. Oder zu wenige, genau. Jetzt bei, jetzt haben wir ja auch eine WhatsApp-Nummer. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass da sehr wenig drüber läuft. Nicht mal irgendwelche Fake-Anrufe oder so. Also null, 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 ja. Gar nichts. Ich hab gedacht, wir haben so ein bisschen aufmüpfiges Publikum, und das so ein bisschen, und so. Also in der Hinsicht ein Hinweis. Also wir spielen heute auch wieder Audio-Kommentare, zu denen sagt man nachher was, die eingetrudelt sind. Aber das wäre ein echter Slot, ja. Also für alle, die, wir kriegen ja tausend E-Mails, also zehntausend Worte lang und so. Im Forum geht's so ein bisschen. Bei YouTube ist natürlich immer alles voll und so. Also, falls ihr wirklich gehört werden wollt, WhatsApp-Kommentare. Perfekt wären drei Minuten, und zwar eine richtige Botschaft und weniger so eine Frage, weil wir spielen jetzt ja am Ende. Könnten's dann der nächsten Folge aufgreifen oder so. Machen jetzt keine Diskussionen draus, aber so Präsenz. Heute zum Beispiel zum Thema, ich arbeite bei einer Leiharbeitsfirma als Arbeitnehmerverleiher, oder ich arbeite bei der Agentur für Arbeit, ja. Also da hören wir heute Sachen. Also jemand, der Botschaften hat, einfach gerne. Drei Minuten. Oder einer bei uns hat eine MP3 geschickt, die ist also lokal aufgenommen und dann nachbearbeitet. Und dann erst rüber geht natürlich auch, aber der Einfachheit halber, ja. Weiß ja jeder, wie eine Sprachnachricht bei WhatsApp funktioniert. Liebe Hörer, ihr habt hier auch eine Verantwortung, denn... Schweigen ist keine Option. Nee, Schweigen ist keine Option. Nicht nur hören, auch reden. Zweite kleine Sache, das nächste Hörertreffen steht an. Am 11.11. in Bonn, denken alle, oh nein, das ist doch Karneval. Ja, das ist Karneval, aber viele sind nach Bonn gezogen und hassen Karneval. Die können dann mit uns Museumstour machen. Angemeldet, beziehungsweise sich bei mir gemeldet, aufgrund eines Tweets haben sich schon Kilian, Christian, Ruben, Laura, Nicole, Simon und Florian. Und wenn ihr dabei sein wollt, ihr müsst auch keine Angst haben. Keiner von denen kennt wahrscheinlich den anderen, weil alle Mails kamen einzeln. Also wir lernen uns da alle erst kennen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass da eine Gruppe, die sich kennt, und dann stößt man so dazu. Also, oh, ich kenne ja keinen und traue mich nicht. Also ihr könnt da ruhig einfach am 11.11. Falls ihr in der Gegend seid und keine Lust auf Karneval habt, einfach dazukommen. Ich schreibe da nochmal eine Mail. Also schreibt mir kurz eine Mail, dann schreibe ich euch nochmal eine Mail. Okay, der Plan ist so von 11 bis 18 Uhr, ohne lange vor irgendwelchen Gemälden oder sonst was rumzustehen, mal durch Bonn zu laufen. Da sind ja immer noch alle möglichen Kunstmuseen, Bundeskunsthalle, Kunstmuseum, Haus der Geschichte, hat gerade nur halb offen die Dauerausstellung ist leider zu. Aber es gibt ja noch den Weg der Demokratie, also alter Bundesrat, Bundestag, Kanzleramt, BBK, Palais Schaumburg, Villa Hammerschmidt, die Ministerien und so. Kann man alles mal ablaufen. Was bringt dich denn nach Bonn? Ich bin öfter im Bonn. Ich habe Familie im Bonn. Und es ist um die Ecke. Also in der Hinsicht am Samstag. Für alle, die Lust haben, schickt mir eine Mail. Gut. Zum Glück keine Freunde. Das kann sein, dass ich komische Freunde habe, ja. Haben wir noch andere? Ja. Ich fand ja lustig. Es haben eine Menge unsere Aufforderungen oder meine Aufforderungen verfolgt, mal zu gucken, was denn so die Arbeitsagentur für Jobs in der jeweiligen Gegend anbietet. Ergebnis, eine Menge Leiharbeit, eine Menge Zeitarbeit. Ja, nur Zeitarbeit. Also Feedback gefühlt 80% ist Leiharbeit, Zeitarbeit und sowas. Also guckt einfach, macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, hier der Dieter so und so und die Marie in Hamburg so und so. Guckt einfach in die Kommentare, ins Forum, unter dem Post und bei YouTube gab es mindestens 50 Rückmeldungen dazu. Dankeschön. Ja, also die, könnt ihr nachher hören, die WhatsApp-Kommentare dazu. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur noch dunkel, aber ich habe doch gesagt, als du da aufgerufen hast, habe ich doch gesagt, naja, es wird viel Zeitarbeit sein, aber ich habe jetzt nicht irgendwie despektierlich zum Thema Zeitarbeit, obwohl das natürlich dringend notwendig wäre. Trotzdem gab es darauf so einen Kommentar, der sich im Grunde nur darauf bezieht, dass ich ja wieder mal gesagt hätte, Zeitarbeit ist total scheiße, was ich auch so finde in Deutschland. Ja. Habe ich nicht gesagt, hätte ich aber auch sagen können. Trotzdem gab es einen Kommentar dahingehend von jemandem, dessen Zeitarbeitsfirma auch gern mal einen Dienstwagen stellt. Also das ist jetzt wirklich 0,01 Prozent, ne, Fälle, wo das vorkommt. Also das wäre dann der Kommentar von Lukas. Kontrastiert mit einem Kommentar von Rebecca, die nochmal erklärt, wie das so läuft. Wo kommen überhaupt die Angebote, also wollen die Unternehmen überhaupt mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten oder kommt da nicht eh nur sozusagen, eilt da ein schlechter Ruf voraus und so. Ja, da vertrösten wir euch noch auf nachher, das könnt ihr dann nach Martins neuer Musik, die heute eine richtige Konzeptkunst ist, hören. Und damit kommen wir mal zum Fernsehen, weil ihr wisst ja, beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden. Ja, beschränkte Mittel und keine Kultur. Herzlich willkommen im Aufwachen-Podcast. Frage ist, fangen wir jetzt mit Nachrichten an oder hat Thilo irgendwas ganz Eiliges? Vielleicht gibt es was Neues aus Jamaika oder so. Ja, ich glaube, den Jamaika-Kram können wir bis zum Schluss aufheben. Also es ist sehr viel Lustiges dabei, aber wir sortieren doch hier nach Relevanzkriterien. Das stimmt. Na, nach Chronik. Wir gucken mal chronisch. Also wir können, wir können meinetwegen das Clinton-Ding nochmal aufsetzen. Ja, machen wir das Clinton-Ding, dann haben wir es weg. Sehr gut. Ich habe nämlich mal geguckt, Donna Brasil war am Sonntag bei ABC, bei George Stephanopoulos, übrigens auch ein Ex-Clinton-Mitarbeiter. Es ist auch lustig, also quasi eine andere Ex-Clinton-Mitarbeiterin ist zu Gast bei einem Ex-Clinton-Mitarbeiter und die reden über Clinton. Und wir wissen ja, Donna meinte so, ja, Bernie sie will jetzt nicht sagen, der wurde beschissen, aber Clinton hat die Partei unter Kontrolle gehabt und das führt automatisch dazu, dass Bernie Sanders benachteiligt wurde in all den, also im Vorwahlkampf, in den demokratischen, in demokratischen Präsidentschaftswahlkampf. Und das war nicht das Einzige, was in ihrem Büchlein steht. Sie behauptet weiterhin oder als nächstes, ja, Stefan, die die Hillary, die ist krank, die müssen wir ersetzen. Die ist doch jetzt, die ist zusammengeklappt in New York, weißt du noch? Am 11. September und da hat sich Donna gedacht oder Donna behauptet jetzt im Nachhinein, weil das Ding ist, was wir jetzt gleich hören werden und ich unterstelle ihr, dass Donna Brasil kräftig lügt in vielen Dingen. Sie hat sie damals schon. Sie wurde ja damals auch gefragt, hast du Fragen, die du wusstest im Vorfeld von Debatten weiter? Dazu kommen wir noch. Aber jetzt die nächste Story, die sich jetzt, ob sie ausgedacht ist oder nicht, ihr werdet nämlich hören, niemand kann ihr nachweisen, dass sie lügt, weil die Einzige, die weiß, dass sie das wollte, ist sie selbst. Nämlich, sie wollte Joe Biden ersetzen, also ins Spiel bringen, weil Hillary zu krank war. Welcome back, Donna. Thank you, George. Let's get some facts on the table first. As DNC chair, you didn't have the power on your own to replace Hillary on the ticket. No, but as you well know, the charter of the DNC as well as the convention rules say that the chairperson shall in consultation with the leadership in Congress and others. And so I had to put it on the table, George, because I was under tremendous pressure after Secretary Clinton feinted to have a quote-unquote Plan B. I didn't want a Plan B. Plan A was great for me. I supported Hillary and I wanted her to win, but we were under pressure. So how serious was this? You're right that you got a call from Vice President Biden at the time. Did you mention this to the Vice President? No, I did not. I mean, look, everybody was calling to see, do you know anything? How is she doing? Ja, also wir kennen das ja, wir haben das ja noch vor Augen eigentlich. Das ist passiert, sie ist da zusammengeklappt, musste von zwei Bodyguards in den Wagen reingehievt werden und dann ist sie schnell abgefahren und dann war sie im Penthouse von ihrer Tochter und kam ein paar Stunden wieder raus und dann hat sie gesagt, fröhlich, fröhlich, allerdings mit fetter Sonnenbrille und allem. Und Joe Biden stand ja damals schon im Verdacht, er wollte im Grunde auch Präsident werden, aber er hat es selber ausgeschlossen, weil er sich nicht in der Lage fühlte durch den Tod von seinem Sohn und so. Also war dieses Ding eigentlich... Ja, aber man hört auch, dass Hillary ihn also ihn unter Druck gesetzt hat, ey, wehe, trittst du jetzt an. Genau, das kommt dann noch dazu und diese Szene, Hillary schwächelt und wird dabei gefilmt von hinten, die hat ja dann selbst Klaus Kleber als das ist sozusagen der Todesstoß für jede Kampagne. Also so hat er ja die Sendung geöffnet damals, das Heute-Journal, mit diesen Bildern. Und das war dann Schulden. Ein Glück ist sie ja trotzdem Präsidentin geworden und er hat sich geirrt. Wir haben uns geirrt. Huch, Glück gehabt. Dass es Donner Brasil nicht primär darum geht, die Korruption und die Lügnerei innerhalb der demokratischen Partei aufzudecken und quasi sich bei Bernie Sanders zu entschuldigen und im Grunde zu sagen, ja, hätten wir da jetzt nicht so gefuscht, wäre vielleicht jetzt ein Demokrat-Präsident. Darum geht es hier eigentlich gar nicht. Hier geht es hier nicht um Demokratie oder innerparteiliche Demokratie oder Fairness oder als Vorsitzende unparteiisch zu sein gegenüber allen Bewerbern. Nein, Donner Brasil geht es ums Geld. Und sie betont jetzt mehrfach, sie hat einfach ihr Geld nicht bekommen. Von der Sound aus der Partei. Ich bin der Chair und ich bin der Kartein, Kartein, für etwas. Ich habe das Geld und ich habe die Bestein, und Sie haben, von Brooklyn sind. Und ich sage, Brooklyn, das ist kein Standard Joint Fundraising Agreement. Sie hat ein separate Memorandum Also die Demokratische Partei hat neben Hillary Clinton und den Sanders gab natürlich auch Geld gesammelt und Geld gespendet bekommen und so weiter. Und das Problem war für sie aus ihrer Sicht, laut ihr, dass das Team Clinton alle Ausgaben, die die Demokratische Partei an sich auch für andere Wahlkämpfe und so weiter machen wollte, dass das in Brooklyn bei Clinton approved werden musste. Aber ist ja auch verständlich. Es ist verständlich. Du bist Parteichef und hast keinen Gestaltungsspielraum inhaltlicher oder finanzieller Art. Richtig, ich verstehe das. Aber so wie sie kommuniziert, kommt es mir ganz stark danach vor. Darum habe ich ja gesagt, sie hat ihr Geld nicht bekommen. Sie ist es halt gewöhnt, wenn irgendwo Geld fließt und Spenden fließt, dann gibt es auch für jeden was ab. Und das hat sie anscheinend nicht bekommen. Weiß nicht. Ja, das unterstelle ich ihr jetzt. Das hast du schon wieder für Podcasts gehört. Weiß ich nicht. Ich habe sie wirklich als erzürnt so erlebt. Im Sinne von, hier wurde ein großer Verrat begangen und die Lose ging nicht auf. Das Ding ist, sie verkauft jetzt ein Buch. Ja. Und mit dem Buch will sie natürlich Kohle machen. Und das ist jetzt der nächste Clip. Donna sagt dann ja die ganze Zeit, ja, warum soll sie jetzt mal nicht Kohle und Asche machen. Und alle Leute wie du, Stefan Schulz, die das kritisieren, oder Hillary Clinton, die können zur Hölle gehen. Zur Hölle. Do you think this helps for the book to come out? Well, George, I mean, this is a lesson of 2016. If I released it next year, they would say, Donna, you're impacting on 2018. If I release it, Donna, you're impacting. George, for those who are telling me to shut up, they told Hillary that a couple of months ago. You know what I tell them? Go to hell. I'm going to tell my story. I'm going to tell my story, George, because this is a story of a young girl who started in American politics at the age of nine, who continues to fight each and every week of her life. I went down to Virginia last week to kick off the canvassing campaign. Nobody paid me to do that. Nobody, nobody, I'm not on the payroll, George. I care about my country. I care about our democracy. Wie oft sie immer davon spricht, dass sie nix wo Geld bekommt, ist auch lustig. I see. And I say go to hell, because why am I supposed to be the only person that is unable to tell my story? Now, I've heard a lot of people tell me various things as well, but here's what they don't know. They don't know what it was like to be over at the DNC during this hacking. They don't know what it's like to bury a child. I did, Seth Rich. They don't know what it's like to protect the staff from further harassment. They don't know what it's like, because the high command of Brooklyn, the people who were making the decisions, even for the DNC, they didn't come and work with us. They told us to shut up and basically let them win the election. And when we tried to intervene, we had to spend money, we raised, to try to help them win. And that was my job as a charity party. Also, das mit dem Geld ist hier, glaube ich, zweitrangig, weil hier wird ein Krieg geführt und er wird in dieser zivilisierten Welt über Bücher geführt. Wir kennen das in Deutschland übrigens auch. Wir hatten hier einen NSA-Untersuchungsausschuss. Dem stand wer vor Patrick, wie heißt er, Sensheimer, Sens, da Bums? Sensburg. Sensburg. Patrick Sensburg. Noch bevor der Abschlussbericht fertig war, hat der Patrick Sensburg das Buch zum Thema draußen, geschrieben von einem Ghostwriter, dem er Dokumente überlassen hat, die so geheim waren, dass sie nicht mal am Ende im Untersuchungsausschuss gelandet sind. Damit hat er natürlich für die politischen Berichterstatter die Debatte erstmal geprägt, weil wenn du was berichten willst, du liest natürlich dieses Buch. So, und wir wissen hier bei der DNC, wer hat eigentlich die Bücher veröffentlicht, also aus der Partei, seit dem Wahlkampf? Hillary Clinton. Und da steht einfach drin, jeder ist schuld außer ich. Und jetzt gibt es sozusagen das Gegenangebot. Hillary hat eine Buchtour hinter sich. Kohle, 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 Kohle. Und Donner macht jetzt genau dasselbe. Übrigens eine nette Einschränkung von ihr am Ende des Interviews, dass sie dann gerne mal Dinge ausschmückt. Ja, also nicht alles für bare Münze nehmen. Ich habe ein paar kontroversialen Kapitel, das ich verstehe. Aber jeder von Louisiana weiß, dass ich ein bisschen Hotsauce auf jeden Fall putze. Und wenn es nicht mit etwas, was heiß und schweißig ist, ist das nicht ich. Alles klar? Ich sag mal so, wer aus so einer großen politischen Partei austritt und nicht ein wütendes Buch schreibt, dem ist sowieso nicht zu trauen. Von wem würdest du denn aktuell erwarten aus der deutschen Politik? Der oder die ein Buch schreiben könnte. Och, ich würde mich schon mal freuen, dass wenn Hubertus Heil in seiner bräsigen Art über seinen goldigen Wahlkampf mal ein Buch schreibt, sodass wir mal was in der Hand haben, wo wir sagen können, meine Herren, Ausrufezeichen. Und ich möchte von Hubertus Heil eine schriftliche Abhandlung erhalten, die uns sagt, warum es zu rechtlichen Problemen kommt, wenn eine Partei eine Urwahl durchführt für ihren Vorsitzenden. Ist das schon wieder sein Gegenargument oder was? Ja. Kommen wir später zu. Gut. Donner wurde dann nochmal gefragt, aber Sanders spricht, Sanders spricht die DNC-Kampagne, also die Vorwahl bei den Demokraten war Beschiss. Elizabeth Warren sagt auch Beschiss. Sagst du auch Beschiss? Und sie so, nein, 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 nein. Und dann geht es um ihren Beschiss. Donner hat ja auch beschissen, als sie ein paar Fragen an Hillary Clinton weitergeleitet hat. Eine Frage, oder? Waren es mehrere Fragen? Angeblich. Also eine, die ihr nachgewiesen werden konnte. So machen wir das. Und wie sie sich da rausredet und wie sie rumlügt, ist eine Augenweide. Das war die Ärzte. Do you agree with Elizabeth Warren that the primaries were rigged? I don't think she meant the word rigged because what I said, George, as you well know, after I left this show back on July 24th, I said I will get to the bottom of everything. And that's what I did. And I called Senator Sanders to say, you know, I wanted to make sure there was no rigging in the process. I'm on the Rules and Bylaws Committee. I found no evidence, none whatsoever. The thing, the only thing I found, which I said, I found the cancer, but I'm not killing the patient, was this memorandum that prevented the DNC from running its own operations. You also write about that email. Also das, was sie jetzt quasi macht, ist eine Chemotherapie für Clinton, ne? Also Krebs und so. Ich weiß auch nicht genau, wo sie sich da bedient, semantisch. Das ist ein bisschen merkwürdig alles. You appear to share questions with the Clinton campaign from a debate on CNN. We're showing it up on the screen right now. And in the past, you said that sending those emails was a mistake. You'll forever regret. But in the book, it seems you're still not sure you sent this email. Well, George, I mean, when you're hacked, I mean, look, I have seven email accounts, maybe more. When you're hacked, and you don't know, I'm the only person in America that had to go and look and say, okay, where is it? Where is it? I knew I sent emails. Of course, George. So you're not denying that you sent this email? George, I'm not. First of all, I said straight up, I said, look, if this was sent, I know why I sent it. I apologize. I spent the entire month of August apologizing for the leaked hacked emails, which is a crime. And so far, no one has been charged with a crime. But I've apologized. I said, I'm sorry. But here's what I also say in the book that I thought was very helpful to the reader. And that is to tell people during this time, Yeah, I said übrigens auch und das ist sehr hilfreich für den Leser, ja, dass... We were under pressure to add more debates to the schedule. I went out to get more debates. Well, CNN was the beneficiary of those debates, but I wanted more diversity. I wanted more diverse voices. And yes, I wanted issues that people cared about. People were, as you recall, Black Lives Matter. They were marching in the streets. They wanted us to address criminal justice reform. And yes, when CNN agreed to go to Flint, Michigan, we wanted to have a conversation about the water crisis. All of that's in the memo. All of that's in the book. Did you ever share questions with the Sanders campaign? I shared... Let me tell you something, George. And I also have in a book that even on occasions when I knew the topics on ABC, I even talked to the Republicans about what the topics would be. I shared with everybody because you know what? I wanted the best information possible. The second thing is I didn't want the candidates shocked by the nature of the questions. For the first time, we were going to go beyond talking about the usual issues that animate democratic primaries. And we were going to talk about issues that concern Black Lives Matter. Hier rumgestammelt fand ich gut. Erinnert mich ein bisschen an Schäuble. Der hat einen super Spruch damals gemacht. Sie stammelt rum. Er hat einen geilen Spruch gemacht. Als damals die Frage aufkam, ja, also haben Sie sich jetzt mit dem Waffenhändler-Schreiber getroffen oder nicht? Und er dann so, also ich habe meine Kalender sichten lassen und da steht kein Termin drin. Dazu in seinem digitalen, in seinem analogen Zwilling hat er nachgucken lassen damit. Na klar. Und sie sagt einfach, na, ich hatte halt sieben E-Mail-Accounts oder hatte ich eigentlich mehr? Keine Ahnung. E-Mails, ist da irgendwas und so? Finde ich gut. Ich fand einfach nur gut so, I didn't want our candidates to be shocked by the nature of the questions. Also ich meine, wir erinnern uns ja an die Debatten. Da ist uns nicht eine Frage, glaube ich, in Erinnerung geblieben, die uns in der, also innerlich geschockt hat. Ja. Oh Gott. Man muss nochmal sagen. Wie konnte Anderson Puper jetzt auf einmal diese Frage stellen? Hier ging es noch um die innerdemokratischen Debatten. Clinton gegen Sanders. Also nicht gegen Trump, sondern wirklich noch gegen Sanders. Ich glaube, das war Trump gegen Clinton, oder? Wo sie die, von dem Verdacht stand, die Frage vorzugeben? Ich glaube, das war noch so eine innerdemokratische, wo jetzt nicht der Verdacht drauf ist, dass es zu krass ist, wenn er Themen aufkommen ist. Und sie musste im August schon raus. Gut, ich habe da nochmal weiter geguckt und habe bei CNN, bei Anderson Puper gefunden, dass Hillary Clinton, also Hillary Clinton selbst gibt ja da keine Auskunft zu. Also die macht jetzt auch immer ihre Buchtour, aber sie wird irgendwie anscheinend immer nicht dazu gefragt. Keine Ahnung, warum sie dazu nicht befragt wird. Könnte, kann sich jeder selbst beantworten. Traut sich wahrscheinlich keiner oder es wird einfach zur Bedingung gemacht. Ja. So läuft das nämlich. Aber ihr Wahlkampfmanager, Herr Muck, war bei Anderson Puper und der begründet uns jetzt mal, warum Team Clinton der demokratischen Partei geholfen hat, nämlich die Partei brauchte erste Hilfe, Stefan. Erste Hilfe. The DNC came to our campaign and said, we need help. We, you know, we're not prepared for the general election. We created the memo of understanding that was there. It wasn't about the primary election. And as Brianna said, we were very frustrated with the DNC many times. The idea that we had any control over there is pretty laughable. We simply put guardrails in about how the money that we raised needed to be focused on the general election activities that were really going to matter. Also das ist eine unglaubliche, nachträgliche Geschichtsumdeutung. Während des Wahlkampfs war doch für den, für die große demokratische Partei völlig klar, dass da drüben die Republikaner, das sind die Idioten, die haben nur Scheißpersonal, die sind überhaupt nicht organisiert, wir sind die Coolsten. Und jetzt hier, ja, wir hatten keine Ahnung, wir waren völlig hilflos und so, ja. Wir brauchten ja auch nur Geld für die, für die große Wahl, also für die Wahl zwischen Trump und Clinton, weil, ja, wir waren uns ja sicher, dass Sanders eh nicht gewinnt darum, wir haben da nicht beschissen. Ja, ich meine, bei den Demokraten sind drei Leute angetreten, ja, und die stellen da so als, ach, das war kaum zu managen. Bei den Republikanern 17 Leute, 11 auf der Debattenbühne und so. Das war nicht zu managen. Also, das ist ja wirklich unglaublich. Aber auf jeden Fall, er bestätigt uns jetzt, das war kein Beschiss, Herr Schulz. kein Beschiss. So we would have welcomed that. Right, but clearly Jeff Weaver and the Sanders campaign believe. Here's what I'll say about this. You know, politics is politics. People have to go there, you know, go out there and say what they need to say. I think it is, I think it's dangerous to say that this contest was rigged for the following reason. Because Elizabeth Warren, by the way, is also saying that now. Well, and Elizabeth Warren and Bernie Sanders are important members of our party. They're an important part of our politics. Mm-hmm. Yeah. Oh Mann. Also. Er hat auf jeden Fall seine, pass auf, er hat viele Talking Points gehabt und ich habe die jetzt mal zusammengefasst. Also jetzt die ganzen Fragen an Team Clinton, kann man so zusammenfassen. Ja, komm. We can't make the case to working people in this country that we're gonna be, that we're gonna stand up for them and we're gonna fight for them if we're fighting each other. We can't do that. You know, they wanna be angry at what's going on, but we gotta focus our anger on Donald Trump and this outrageous tax plan that the Republicans are proposing. This tax plan the Republicans are proposing is outrageous. So that's the fight. That's where we need to be as Democrats. The idea that the DNC could rig a contest, frankly, is laughable. You know, I feel like all this is water under the bridge. Again, Anderson, I'm just not interested in these things in the past. This is why we've got to move beyond 2016. Lass uns da vorne schauen, Stefan. Lass uns nicht nochmal wieder 2016 hervorholen. Es ist alles, es ist vorbei. Kann man nichts mehr machen. Die Wahl ist verloren. Ja, Trump wurde durch Putin ins Amt gewählt und eigentlich müssen wir alles nochmal wiederholen, aber ja, komm. Es ist 2016 war 2016. Ja, also ich bin... Hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Ja, nachdem Donald Brasil jetzt mit diesem Text bei Politico kam, dachte ich schon, geil, geht das jetzt mal los. So, Aufarbeitung nennt man das ja in Deutschland immer. Wahl ist verloren, also mal eine Aufarbeitung. Und das nach drei Tagen, ja, der Mainstream schon wieder, ach nee und so, wir müssen jetzt nach vorne und Trump ist so böse. So wie im Wahlkampf schon, ja. Der Trump ist so böse. Und jetzt wieder, der Trump ist so böse, wir können uns nicht auf uns... Nee, das sagt ja nicht der Mainstream, das sagt Clintons Typ, der sagt so, ja komm hier, Trump macht doch wieder Scheiße, lass uns darauf kurz sein. Also ich meine, das Mainstream im Sinne von die Gesprächspartner, die dann antreten, sind auf gar keinen Fall, auf so einer, ach Superdelegates war ein Problem und hier mit dem Geld, das war ein Problem, sondern es ist wieder völlig, ja, nach drei Tagen ist das schon wieder eingefangen, dieser ganze Aufruhr, den es kurz gab. Ja, dann erinnern wir uns, es gab ja diese Schmutzkampagne gegen Donald Trump, unter anderem wurde ja irgendwie geleakt, dass er angeblich eine Golden Shower Party in Moskau Hotels gemacht hat und so, brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, ist bisher überhaupt nicht bewiesen, es gibt gar keine Ansätze, es gibt einfach nur diese Gerüchte, deshalb ist es Schmutz, liebe Hörer, und der Herr Muck stellt jetzt mal klar, mit dieser Schmutzkampagne, die nachweislich auch von der Clinton-Kampagne finanziert wurde, hat er und die Kampagne nichts zu tun. Also, ich möchte mich über die Dossier, weil wir nicht haben Sie auf den Rekord auf das. Wer Sie aware das die Clinton-Kampagne war, in der Partie mit dem D&C, aber ich will nur über die Clinton-Kampagne, weil die Kampagne Chair, John Podesta, hat er keine Idee. Ich habe gesagt, dass er hat er keine Idee. Es scheint, dass niemand in die Clinton-Kampagne hat gesagt, oh ja, ich wusste das, und ich wusste das, das war, zu helfen, zu helfen. Ich wusste nicht, dass wir den Kontraktor die das Dokument Ich wusste nicht. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Also wirklich nicht, Herr Schulz, wirklich nicht. Ich wusste nicht. Die Memo, die Jonathan Steele war, ich meine, ihr seid, ihr werdet für Opposition-Research, ihr müsst haben, die Fruits von der Kampagne gesehen. Wir hatten, Briefings, die von der Kampagne mit Informationen und die Wunderschöne wurden. Und sie würden sagen, wir haben diesen Mann, Jonathan Steele, und er hat die Sourcen in Russland, und das ist Information in Trips und Draft? Was ich wissen, was ich wissen, was ich in der Presse, was 1.2 Million spent on das overall Projekt, und ich glaube, das 120,000, ein Fraction von das, das von dieser Steele company. So, ich nicht weiß, wie das Aber ich habe noch nicht gesehen, dass die Anführungszeichen, die ich nicht so gut habe. Aber ich habe auch schon gesehen. Aber ich habe auch schon gesehen. Das war es für uns. Ich habe auch schon gesehen. Aber ich habe auch schon gesehen. Ich habe auch schon gesehen. Aber ich habe auch schon gesehen. Was es in einem Memo form? Memos? Okay, jetzt ist das Interview und das Person ist das über die Präsidenten. Oder was das? Wenn du an ein campaign hast, du hast du eine Strategie. Und du kommst zusammen und kommst zusammen. all this information. So our internal team was presenting information, our lawyer was presenting information, you know, and we sort of learned things in pieces. I just can't attribute to you what piece of information, you know, came to us at what time or where it came from, frankly. You know, as campaign manager, there's a lot going on. So, jetzt einfach nochmal für unsere Hörer. Warum machen die diese Opposition Research? Also, warum kümmert man sich um die anderen Kandidaten? Damit man der Presse die Storys stecken kann. Zum Beispiel. Also, da frage ich mich ja zum Beispiel diese Story von Trump von 2005, ja, grab them by the pussy. Ja, da hat diese Archivarbeit gemacht plötzlich. Unglaublich. Da muss ja jemand richtig viel Geld gehabt haben, um mal monatelang die alten Tapes von Trump. Und wir wissen ja, war ungefähr 100.000 Millionen Stunden im Fernsehen. Und das war ja umgesendetes Material. Also, irgendwer muss da irgendwer, irgendwen was angeboten haben. Und wir wissen natürlich von nichts. Ja. Ich bin jeweils froh, dass der, der Herr Muck sehr ehrlich ist. I love honesty. Ähm, und zum Schluss, geniale Frage von Anderson Pupa. Sag mal, wenn ihr euch da Informationen aus Russland besorgt habt, habt ihr dann nicht auch quasi mit Russland zusammengearbeitet? Ja. Ich glaube, wir wissen, dass die Antwort auf das Wort geht. Und zu denen, das ist, das könnte man zum Schluss sein, wenn Christopher Steele von Christopher Steele von Schweren ist, was geboten von Rutschenkommissionen von Menschen mit Menschenkommissionen, die ihr in den Rutschenkommissionen war, was helfen pay, um, um, für diese Informationen? Well, look, they chose what to put in that dossier and so I can't speak to that. I'm proud that we were able to assemble some of the research that has brought this to light because, I mean, Anderson, you have to remember, I went on television the first day of the convention. My colleagues were on television saying something's wrong with Russia. Russia. Russia hacked the DNC, Russia when John Podesta was hacked, Russia hacked John Podesta and frankly it didn't get a lot of attention. Erinnerst du dich während des Wahlkampfs, dass das Thema Russland und Putin und die Nähe von Trump zu Putin überhaupt kein Thema war? Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Das ist voll untergegangen, oder? Ich will auch noch mal eine Erinnerung auffrischen und zwar zu dieser Frage, rigged, ja, wenn jetzt die eine sagt, das war rigged, dieser Vorwahlprozess der Demokraten und dann Donnerprassive, ach, das hat die nicht so gemeint und so, es war ja irgendwie anders und bla bla und hier und bla. Ja, wir springen jetzt noch mal mitten in den Wahlkampf rein, ein Clip, den wir damals schon geguckt haben, Morning Joe, das ist also so eine Morning bla bla, das ist das, was alle da gucken, Trump auch und so. Das ist das Frühstücksfernsehen für Intellektuelle in Amerika. Ja, genau. So, und wir sind jetzt, ich. Es ist auch Bullshit-TV, aber die Intellektuellen denken sich, das muss ich morgens gucken. Genau, wir sind, ich guck nochmal nach, April 2016. Die Vorwahlen laufen noch und so. Ich lass mich mal kurz anlaufen. All right, let's move to the Democratic side. Bernie Sanders' winning streak continued over the weekend with a victory in the Wyoming caucuses on Saturday. Sanders beat Hillary Clinton by 12 points, 56-44, notching his eighth win in the last nine nominating contests. Okay, 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 what do we do here? Also, mal kurz die Zahlen runtergebrochen, ja? Bernie Sanders gewinnt 56 zu 44 Prozent, aber durch die Superdelegates-Rechnung klingt Hillary Clinton elf Delegierte und Bernie Sanders sieben. Während der Wahl, ganz offen, ja? Das ist sozusagen, das ist ja nicht, Hillary Clinton hat beim Popular Award gewonnen gegen Trump. Naja, aber sie hat im Popular Award eigentlich verloren gegen Bernie Sanders, ja? To win 30% of the, you don't have to get 30% of the vote in the Wyoming Congress. I mean, talk about voters feeling, like a system might be. Why are you even voting? If you're driving one car right now, we've been talking about rigged systems. We're putting up right now a graphic. Bernie Sanders wins 56 to 44 Prozent in Wyoming. The delegates rewarded Hillary Clinton 11, Bernie Sanders 7. Why does the Democratic Party even have voting booths? This system is so rigged. Yeah, also so war das während der Wahlkämpfe, ja? Da wurde so darüber gesprochen. Und jetzt so im Nachhinein überhaupt noch, nee, und so, wo noch hinzu, herauskommt. Nicht nur mit diesen Superdelegates war das im Grunde von vornherein ein gemachtes Geschäft, ja? Für denjenigen, der die Partei in der Hand, nämlich die Superdelegates in der Hand hat. In dem Falle dann Hillary Clinton. Jetzt wissen wir, wie sie die Partei in der Hand hatte. Und dann noch dieses, naja, was ist Donner Brasil jetzt halt in ihrem Büchlein über, was weiß ich, Stimmung in der Partei und die Rolle von Joe Biden und bla bla, ja. Also es war auf allen Ebenen ein total abgekacktes Ding. Also Superdelegates gab es bei den Republikanern nicht. Da hat einfach der gewonnen, der die Staaten jeweils für sich gewonnen hat mit den meisten Stimmen. Da wurde jede Stimme eine, jeder, one vote, one man, one vote. Ja, so war es auch nicht, aber es gab keine Superdelegates. Es gibt keine Superdelegates, da wird ausgezählt. Manchmal ist es halt dieser Korkus, ja? Da ist dann nicht der ganze Staat, sondern nur die, die in die alle passen und so. Aber du hast im Grunde Mehrheitsverhältnisse. Ja, aber wir hatten, das hatten wir auch im Podcast, dass die Republikaner versucht haben, durch die Delegiertenauswahl der, also die, die Trumps Zustand, die Delegierten zu manipulieren, um quasi im zweiten Wahlgang auf dem Parteitag Trump doch noch loszuwerden, weil sie noch gedacht hatten, okay, er kommt im ersten Wahlgang nicht durch und im zweiten sind alle Super, oder ne, alle Delegierten dann frei in ihrer Entscheidung und dann können wir irgendwie doch Marco Rubio oder so machen. Diskussionen gab es natürlich. All talk, no action. in dem Falle. Bei den Demokraten war das anders. Ja, aber die Hillary Clinton, die haben nicht einmal manipuliert. Ja, nicht einmal manipuliert. So, wir bleiben mal bei Trump. Wir springen mal hier in die Nachrichtenwoche rein. Wir bleiben dem Motto treu. Wir gucken auch in andere Nachrichten, aber wie die in Deutschland über Trump reden, das ist, es gab ja jetzt wieder eine Umfrage in Amerika, wo rauskam, also eine größere Studie, es war nicht nur eine Umfrage, sondern es war auch so eine kleine Stimmungsaufhellungsstudie, also Erleuchtungs, mal reingucken, wie ist die Stimmung so. Und da hat man festgestellt, wenn jetzt eine Wahl wäre, zwischen Trump und Clinton, würde Trump wieder gewinnen. So, Clinton hätte keine Chance, ein anderer demokratischer Kandidat steht auch jetzt gerade nicht zur Verfügung, Partei ist sozusagen in Selbstauflösung und so weiter. Das kann man ja auch mal sagen, ich meine, das schwirrt ja auch mal ständig auf jeden Fall auf Twitter rum, oh, Trump hat schon wieder die unbeliebtesten Werte ever, ever, ever. Liebe Leute, die Werte hatte er schon im Wahlkampf und so weiter. Das ist auch gar nicht weiter relevant, weil als Einzelperson ohne ein Vergleichsprodukt für den Wähler ist er unbeliebt. Aber wenn er dann zum Beispiel eine Konkurrentin hat wie Hillary Clinton, sagen sich, haben sich viele gedacht, naja gut, also Clinton ist noch schlimmer. Ja, selbst da muss man nochmal, wenn man ein bisschen tiefer blickt, es gibt ja gerade zwei. Das eine ist, was wäre, wenn heute nochmal eine Wahl wäre, so ein Jahr danach, gleich Ergebnis wäre zu erwarten. Und dann ist ja die Frage 2018. Wie wird die republikanische Partei abschneiden? Und da sieht es ganz düster aus. Also die sind abgeschlagen wie sonst nichts. Und man muss nochmal sagen, Trump mag unbeliebt sein, aber es reicht immer noch für den innerparteilichen Konflikt. Republikaner, die nicht Trump sind, denen geht es richtig schlecht. Also ich höre jetzt auch viele Podcasts in Deutschland, die Trump ungefähr so aufgreifen. Oh, ich bin so gelangweilt von Trump. Wo ich auch dann, jetzt hat er gewonnen. Also wenn man gelangweilt ist von Trump. Dann hat man gewonnen. Weil sehr viele Leute sind nicht gelangweilt, sondern die sind richtig wütend. Die gehen in Kirchen und schießen da Leute tot und so. Ja, das Engagement für solche Leute wie Trump, das ist da. Jetzt kann man natürlich so superintellektuell in Berlin sitzen und sagen, ach, ich bin so gelangweilt von Trump. Man muss aber einfach mal sehen, Trump hat das gerade alles in der Hand. Diese ganzen Senatoren, die jetzt aufstehen und sagen, Trump ist scheiße, ich ziehe mich hier aus diesem System zurück. Die machen das, weil sie keine Chance hätten, wiedergewählt zu werden. Na klar gehen die mit dem größten Trara, mit dem sie gehen können. Aber nur weil das Spiegel Online irgendwie blabla, so, ach hier, wieder einer, der Trump hasst und so. Nee, die Dynamik ist genau umgekehrt. Da haben Leute keine Chance mehr gegen diese Trumps und Trump steht dann unter Druck von Bannon. Ja, von diesen Leuten. Ja, da haben die normalen Republikaner keine Chance mehr. Das ist die Stimmung. Ja, da ist Engagement da. Und die Leute werden dann auch gewählt. Nun gut, weil Spiegel Online heute Morgen, ja, ein Gastartikel der New York Times da hatte. Oh. Von Roger Cohen. Mit der Überschrift Animalische Institutionen. Teuflische Energie. Und dann, Donald Trumps Anziehungskraft auf Millionen Amerikaner hält an. Seine Wiederwahl ist wahrscheinlicher als eine Amtsenthebung. Was bedeutet das für Trump? Guten Morgen, liebes Spiegel Online, dass ihr dafür Autoren aus Amerika braucht, ja, das könntet ihr auch mal selber irgendwie, ja. Also steckt noch Journalismus in eurer DNA. Ne, alle hassen irgendwie Trump. Und das ist beim Heute-Journal besonders schlimm. Deswegen, wir gucken jetzt mal das Heute-Journal. Bevor wir aber wirklich das Heute-Journal gucken, stimmen wir uns nochmal thematisch, inhaltlich ein. Wir hören zuerst New York Times, The Daily Podcast. Die, muss man sagen, haben es jetzt wirklich gelernt. November 2016, eine Atombombe ist über dem Journalismus explodieren. Es kann auf gar keinen Fall so weitergehen wie bisher. Lernerfolge. Einfach nur Trump hassen? Wegen Manieren? Wegen Vorgeschichte? Wegen irgendwas? Ne. Sondern jetzt mal zur Sache, ja. Also sie erklären jetzt mal zur Sache. Collusion. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Wo kommt es her? Wie kann man es verwenden? Geht das überhaupt in der Politik, diese Wortverwendung? Wäre das irgendwie illegal oder nicht? Was macht der Buller und überhaupt, ja? Also wir hören mal 2 Minuten 20 in The Daily Podcast rein. We're trying to apply words and laws that we don't really know how they fit and how they go together. There was collusion. And this is, ah, aha, collusion. This is it. This is the example. But what does that mean? Is that illegal? Right. Simply having Trump or his officials sit down with the Russians to learn more about who they are or what information they may have on Hillary Clinton is probably, and I say probably because we haven't tested this out in the courts because it's never really been tested, it's probably not illegal. They could sit down and they can learn what they can about what the Russians have, even if the Russians stole it. Collusion Selbst wenn die Russen das geklaut haben, wäre es nicht eindeutig illegal, mit denen darüber zu reden. Sie anzustiften, wäre was anderes, ja? Aber ich meine, das ist hier so jenseits von allem, was man in Deutschland schon für, also das ist jetzt wirklich der Untergang von Trump und so bedeutet, ja? Wir hören mal weiter. Collusion ist nur ein legales Term, wenn man sich an zwei Unternehmen bemerkt, die zusammenarbeiten, um die Preise zu verhindern. Das Wort Collusion hat legalerweise nichts mit der Wahl But there are crimes that can occur from working with a foreign power. Legally, Mueller's investigators could bring a case if they found examples of Trump officials saying, look, if you break in and take Hillary Clinton's emails, we will lift sanctions. That type of deal or agreement would be illegal. The Trump officials could get into trouble legally would be if there's any example where the Russians gave them money to use in their campaign an illegal campaign donation or if they were working as agents of the Russians in the United States in the sense that they were representing Russian interests, being paid by the Russians to promote their interests in the United States and had not registered as foreign agents. What Mueller's investigators are doing is they're just trying to figure out the facts right now. They're just trying to figure out what was actually going on, what was going back and forth, what were the discussions, who was involved, who knew about it, were there any types of deals that were going on in between, and then after they get all the facts, they'll then sit down and try and figure out legally what to do. They'll have to figure out how these facts fit into the law, an area of the law, which is one that we have not really spent a lot of time as a country dealing with. Yeah, also wir sind hier sehr weit weg von Trump wird demnächst überführt, weil sein ehemaliger Wahlkampfchef, der sich ein 18-Millionen-Jahres-Budgets-Deal, Lebens-Deal irgendwie finanziert hat und so, ja, das ist einfach, also für den Fall, dass die Russen Geld gezahlt haben an Trump-Mitarbeiter, um irgendwas mit der Wahl zu machen, dann vielleicht, ja, oder eben, wenn diese Anstiftung mit dabei kommt, deswegen auch Trumps dieses, ich hoffe, Russland hört zu, deckt doch mal hier auf, was die 30.000 E-Mails steht und so, ja, das war jetzt ein bisschen knifflig, aber selbst das ist jetzt nicht unbedingt zentraler Ermittlungsgegenstand von Moller oder Moller, was man soweit hört. Jetzt diese andere Frage, naja, ist es nicht eigentlich ganz gut, wenn so, nach so einem Wahlkampf nicht nur irgendwelche beteiligten Bücher schreiben oder Journalisten so Fragen stellen, auf die sie keine Antwort kriegen, sondern, wenn so ein ehemaliger FBI-Chef einfach mal mit Ermittlungsprivilegien, im Sinne von, wir dürfen auch mal ein Büro oder eine Akte lesen, auch wenn du das nicht wählst, Fakten sammeln, wie der Wahlkampf abgelaufen ist, unabhängig davon, ob irgendwas im Verdacht oder im Raume steht. Wäre das nicht sowieso grundsätzlich mal gut? Ist so meine Frage. Und das hören wir jetzt mal beim Intercepted Podcast von Jeremy Scahill, der nämlich das nochmal aufgreift. Ja, bei solchen Sachen passieren sehr viel illegale Sachen. Wahrscheinlich automatisch, weil, was weiß ich, da machen 20-jährige Wahlkampf, die wissen gar nicht, wie das geht, die wissen gar nicht, was verboten ist und was nicht. Müsste man das nicht trotzdem im Nachhinein aufklären. Da geht es aber nicht um die Frage, bringt das jetzt Trump zu Fall oder nicht, sondern da geht es um die Frage, was ist da passiert und was kann in so ein Ermittlungsergebnis dann drinstehen für alle anderen, die künftig einen Wahlkampf leiten, wo dann drinsteht, Achtung, Achtung, das darfst du nicht machen. Also eine typische sozusagen Fortentwicklung eines moralischen Katalogs an Verhaltenshinweisen und so weiter. Es macht ja irgendwie Sinn, sowas zu haben. Deswegen hören wir noch mal hin, warum ist diese Möller-Investigation jetzt so wichtig und wo sind die Stolpersteine? Meine Hoffnung ist, dass wir immer noch Dinge verändern werden, die durch die Entspannung von der Investigation eher als die Investigation selbst. In other words, we're going to continue to see people getting tagged not for something underlying they did that was against the law, but for something they did in reaction to the investigation. Right. I mean, the cliche statement, you know, that the cover-up is worse than the crime may be literally true here in terms of the consequences that people pay in their attempts to cover-up activity that may not have even been illegal, but would have been wildly unpopular in the United States because it showed that they were essentially working with foreign powers to try to influence a domestic presidential election. It's a cliche because it's perfectly true. It's the primary way I would say that high-profile people get taken down by the feds. Remember that Mueller's mandate is not just find whether there was a crime and, you know, prosecute it if there were, which might raise eyebrows about these sort of tangential crimes that then spin off that would not have happened but for the investigation. He's also conducting an intelligence investigation to find out what happened, whether or not there was a crime. It's sort of a counter-espionage activity as much as it is a criminal prosecution. And so he's using these tools of perjury and lying to federal investigators and so forth and unrelated financial crimes that come to light because he's scrutinizing these people so carefully, not just as an end to itself, but to try to get at the essence of what happened in 2016 and to what extent was that election tilted by a foreign power, which is something worth knowing whether or not you can say it fits neatly within a standard federal criminal statute. Ja, also ich finde, das, was Muller macht, ist genau richtig und total wichtig. Wir hatten das hier auch schon, welche Rolle spielt eigentlich Facebook? Keiner weiß es. Wer kann da eigentlich mal nachgucken? Irgendwelche Journalisten? Na, die sicherlich nicht. Nee, da ist jetzt mal einer, der richtig mal durchpflügt durch diesen Wahlkampf, der eine heikle Angelegenheit ist. Ja, und dann wird einfach mal geguckt, was ist eigentlich vorgefallen? Das eine dieser Fragen ist Trump und Russland und so weiter, ja. Da würde ich sagen, das ist eine Nebensächlichkeit. So, hier wird jetzt ein großes Programm über die nächsten 30 Jahre Internetwahlkampf aufgezogen, ja. Da werden jetzt Pfeiler reingestaut, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo wird moralisch überschritten. Illegale Sachen, okay, ja. Also ich würde sagen, dieses Trump und Russland, das ist eine Nebensächlichkeit. Jetzt achten wir mal drauf, wie Klaus Kleber das anmoderiert, er verwendet auch das Wort Nebensächlichkeit. Wir hören mal genau zu. Es geht ja zum Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, Geldwäsche, Behinderung der Justiz, etc., etc. Aber es sind alles Kinkerlitzchen verglichen mit dem, wonach Sonderermittler Robert Mueller in Washington wirklich sucht. Das sind nämlich Verbindungen der Donald Trump Wahlkampftruppen mit Strippenziehern im Auftrag des Kreml. Das Geld, das Trumps einstiger Wahlkampfmanager Manafort zuvor bei kremeltreuen ukrainischen Oligarchen verdiente und laut Anklage nicht versteuerte, ist Nebensache aber eine wichtige. Wenn es nämlich Manafort zum Reden bringt, dann ist allerhand möglich. Es ist genau das Gegenteil richtig, Klaus Kleber. Ihn interessiert nur, ob Trump am Ende stürzt oder nicht. Alles andere, Zitat, Kinkerlitzchen, Nebensächlichkeiten, das ist völlig Banane. Also wirklich, das ist gruselig, ja. Und ich meine, hier kommt gleich Ulf Roller noch ins Spiel als Gesprächspartner. Also es kann nur gruseliger werden. Also die Anmoderation ist schon mal völlig falsch. Wenn der Chef einer republikanischen Partei, deren Wahlkampf organisiert, sich in 18 Millionen aufgrund von Russen-Connection verbindlich bla bla Lebensstil leistet, dann ist das keine Nebensächlichkeit. Das würde er in Deutschland nie so anmoderieren. Sondern das ist das, worum es eigentlich geht. Sind diese Personen moralisch integer oder nicht? Arbeiten sie transparent oder nicht? Wenn nicht, warum nicht? Welche Möglichkeiten der Korruption und sonstigen könnte daraus erwachsen und bla bla bla. Also es ist Muller genau falschrum interpretiert, genau falschrum, Vorzeichen einmal genau falschrum. Jetzt gucken wir mal in den Bericht rein. Ja, also ob es jetzt eng wird oder nicht, ist halt unklar. Das Einzige, was die hier interessiert. Ob es für Trump selbst eng wird, bleibt unklar. Weder sein Name noch sein Wahlkampf sind in der ersten Anklageschrift explizit erwähnt. Schade. Wunder, warum nicht? Warum nicht? Liebes Heute schnell erklärt mir das doch. Ich habe keine Ahnung. Ja, also Oma Erna wird hier alleingelassen. Ulf Roller kommt ins Spiel. Was sagt er bloß? Welchen Tenor breitet er nur aus? Ja, der wird er jetzt wenigstens Klaus Kleber mal berichtigen, oder? Ja, der steckt ja drin in den amerikanischen Entwicklungen gerade. Der weiß ja Bescheid. Hör mal auf, hier Ulf Roller, der hat doch genauso wie ich sich die ganzen Senatsanhörungen komplett angeguckt, war live dabei, hat sich ein eigenes Bild gemacht, konnte Klaus Kleber jetzt alles erklären und guckt jetzt nicht einfach CNN oder MSNBC und holt sich da die Updates. Wir überprüfen das mal. Roller in Washington, warum ist diese Sache wichtig für Trump? Er kommt da selbst in der Anklage überhaupt nicht vor. Ja, das war auch die Strategie heute des Weißen Hauses, dass das Motto gewählt hat, schlimmer geht immer. Trump hat nochmal sehr deutlich gemacht über seine Pressesprecherin, dass er eben in dieser Anklageschrift nicht auftaucht und das ist ihm sehr wichtig und das will er quasi als Beweis seiner Wählerbasis verkaufen. Mhm. Trump hat, äh, Ulf Roller hat irgendwie so einen Fetisch mit Trump und Trumps Wählerbasis. Das läuft bei ihm alles nur noch unter der Maxime, Trump ist ein Schauspieler, vor ihm sitzt sein Publikum, das ist seine Wählerbasis, das wissen wir, das sind Leute, die das Leben und Amerika hassen und überhaupt und die hier einen auf Trump machen, also, ne, Vergötterung von Trump. Das ist so, das ist das Einzige, was ihn interessiert, sonst nichts. Der Tenor, ja, also hier läuft's wieder darauf hinaus, irgendwelche engen Mitarbeiter sind im Verdacht und werden befragt, ja, warum bloß? Drei enge Mitarbeiter während der Wahlkampfzeit, die heute angeklagt worden sind, teilweise angeklagt mit schwersten Vergehen, vor allem sein Wahlkampfmanager, das liest sich eigentlich wie eine Anklage gegen einen Schwerstkriminellen. Jetzt wird die große, spannende Frage sein, ob Paul Manafort auspackt, ob er was zum Erzählen hat, sonst kann man sagen, geht er wahrscheinlich ins Gefängnis und das schöne Leben, das er gehabt hat, ist erst mal vorbei. Lieber Ulf, lieber Ulf, der Manafort, der war schon, bevor er mit Trump zu tun hatte, ein ganz mieser Gauner. Ein mieser Gauner und korrupter Typ. Das war der Anwalt von den afrikanischen Diktatoren, der Zugänge nach Washington organisiert hat, der hat mit Roger Stone den ganzen Kram gemacht. Ich wollte gerade sagen, der hat in Kasachstan, in Usbekistan, in Russland, in Ukraine, in Weißrussland, in Polen, überall Geld eingesammelt. Und jeder, der seine Kontakte gebraucht hat, der hat Manafort gesagt, hier, Hand auf, gerne. Das ist aber alles egal. Das Einzige, wo es jetzt spannend wird, ist, packt er aus gegen Donald Trump oder nicht. Ja. Nee, nach Ulf Rollers Logik war es wahrscheinlich so, dass Manafort das Geld von russischen Oligarchen, kasachischen Oligarchen, usbekischen Oligarchen nur angenommen hat, ach so, um abzulenken von dem wirklichen Influencer, Influencer-Geld der Russen. Genau. Damit das ein bisschen gestreut wird. Ist die logische Erklärung, die mir jetzt auch kommt, wenn ich auf Ulf Roller komme. Klaus Kleber hat dann nochmal eine kleine Nachfrage. Dann wäre aber Trump erstmal wieder aus dem Schneider. Was sind denn die nächsten Schritte des Sonderermittlers? Kann man das absehen? Ja, ich glaube, wir müssen wissen, dass Robert Maller ja ein sehr erfahrener Ermittler ist und wirklich sehr spaßfrei. Und er macht das, wie er das in vielen Verfahren vorher auch schon gemacht hat. Er arbeitet sich quasi die Leiter hoch. Er hat jetzt angefangen bei den ehemaligen Mitarbeiter von Donald Trump und du hast es ja gesagt, das Ziel ist natürlich herauszufinden, was der Präsident gewusst hat und wie viel er gewusst hat. Und darum geht es jetzt. Wenn die Leute auspacken, dann hat Trump eine Schwierigkeit. Wenn sie das nicht tun, dann ist er fein raus. Also es droht wirklich, dass der Mulla hier einen 1000 Seitenbericht vorlegt, aufgrund dessen 17 Leute ins Gefängnis gehen und ungefähr 350 Millionen Strafzahlungen fällig werden und das dann hier als, ja, ist leider daneben gegangen, weil die Leiter hoch ist, hat es nicht geschafft. Trump ist immer noch Präsident. Das sind Nebensächlichkeiten. Ja, wirklich. Also das soll Journalismus sein, ja, das ist wirklich unfassbar. Kleines Finale. Das sind übrigens auch die ganzen Talking Points von den MSNBC Leuten und den Demokraten. Ja, das ist eins zu eins übernommen, das hatten wir ja, das gilt eben nicht nur für Wahlkämpfe, sondern politische Kommunikation allgemein seit dem Wahlkampf damals von McCain gegen Obama dem Ersten, was die Kampagnen sich ausdenken, kommt eins zu eins zu den Journalisten und dann eins zu eins zum Publikum und in dem Fall nochmal eins zu eins über Journalist zu Journalist, Sprachbarriere, Deutsch, Englisch und dann zum Publikum. Aber das ist eins zu eins. Also hier findet nichts weiter statt als Trump has. Und warum Trump has? Naja, weil es eine andere Kandidatin-Partei gibt, die wir besser finden halt im ZDF. Wir sind ja Hillary-Fans, das kann doch nicht sein, dass Trump jetzt immer noch Präsident ist. Also hier kleines Finale, Ulf Roller. Ich glaube schon, dass heute für den Mann im Weißen Haus hinter mir der Tag ein schwieriger ist, auch wenn er so tut, als wäre nicht wirklich was Dramatisches passiert. Sieg! Trump hatte einen schlechten Tag. Yeah! Ja, ich finde ja gut, dass er hier transparent ist, dass Ulf seine persönliche Connection zu Trump offenbart und deshalb begründen kann, warum er glaubt, dass es ihm heute nicht so gut geht. Ja. Wahrscheinlich hat er auf seiner Fitnessuhr nachgeguckt. Puls heute wieder unter 80 oder so. Diesen Tenor, den wir bei Klaus Kleber und Ulf Roller gehört haben, nämlich wir hassen eigentlich Trump. Uns geht es doch nicht darum, was da jetzt stattfindet und so. Wir hassen einfach Trump und solange der noch Präsident ist, haben wir halt keinen guten Tag und müssen uns das irgendwie erklären und machen dann den Journalismus zum Thema, Trump ist scheiße. Von Stephen Colbert wissen wir, der findet Trump auch scheiße. Aber der verpackt das eben nicht als seriösen Journalismus, sondern der steht einfach da und macht seine kleine Show. Just announced the first indictment in the Russia investigation. And who's our first lucky winner? Why, it's former Trump campaign manager Paul Manafort. Seen here looking innocent before proven guilty. Now, I know it's almost Halloween, but it really feels more like Christmas. Paul Manafort, you're just the first of many. Five years in jail. Shall I sing to the feds, Trump-a-pum-pum? Think, think how much, just think. Just think, how much better those jokes would have worked if it was actually Christmas right now. Ja. Trump kriegt hat schlechte Presse, sind für uns Weihnachtsgeschenke, ja. Das ist ein ehrlicher Umgang mit genau dem, was Klaus Kleber und Rolf Röller da auch produzieren. Ja, das ist ehrlich. Und das, was Klaus Kleber und Rolf Röller das ist einfach unehrlich. Das ist einfach seriöser Journalismus vermeintlich, aber im Grunde nur Trump ist scheiße. Ich hab den nicht vorausgesagt, ich find das scheiße, der ist immer noch da, das ist scheiße. Ja, soll er sich halt auch ein paar Gags dazu ausdenken und das dann halt in dem Lied verpacken oder so. Rettet die Wahrheit! Ja. Wie groß der Trump-Hass ist, kann nicht nur Klaus Kleber bezeugen, sondern Christian Sievers hat da auch noch eine gute Pointe, find ich. Also, man kann hier wirklich eine Stunde Bühnenprogramm-Witze über Journalismus draus machen, ja. Wir hören uns mal kurz an und wahrscheinlich können wir uns den Rest dazu schon denken. Also kleiner Themenumschwung, aber es geht immer noch um Trump. Wir hören mal auf die Wortwahl. Guten Abend. Innehalten, abwägen, sich ein komplettes Bild verschaffen, das ist nicht die Art von Donald Trump. Nicht auf Twitter, nicht, wenn es um islamistischen Terror geht. Die grausige Arbeit von Rettungskräften und Tatort-Ermittlern war noch in vollem Gang. Da wurde aus dem Blutbad in Manhattan bereits ein Politschau-Kampf mit persönlichen Angriffen. Ja, also dieser Trump, ja. Kann er denn gar nicht innehalten, abwägen, sich ein komplettes Bild machen? Muss er denn nur, weil Terror ist, sofort auf den Sender gehen und sowas, sowas kommt. Wer macht das denn? Also wirklich. Herr Schulz, sowas kommt im ZDF nicht vor. Nie. Schweigen ist keine Option. Genau, nie. Also das ist einfach, das ist, das ist wirklich verlogener Müll. So kann man es eigentlich nur betiteln. Das, was ZDF zu Trump abliefert, da ist Oma Erna wirklich Opfer. Da ist sie Opfer eines vermeintlichen Journalismus, der im Grunde nur persönliche Befindlichkeiten, Trump ist scheiße, wahrscheinlich ist das sogar nur Neid oder so am Ende, ja. Also, vermutlich will jetzt nicht zu in die Psyche von diesen Leuten einsteigen, aber irgendwas stimmt da nicht. Die haben irgendwelche Fetische auf Basis von irgendwelchen Kränkungen die sich da Bahn brechen jetzt mit soem Trump hat einen schlechten Tag gehabt, Strike. Und sie trauen sich nicht ehrlich zu sein damit. Sich selbst gegenüber nicht und erst recht dem Publikum gegenüber nicht. Nun gut. Auflockernde Themen, Martin Luther. Das war ja, ist irgendwas mit Luther, hast du das mitgekriegt? Irgendwas ist mit diesem Luther. Wir hatten in Berlin ausnahmsweise auch mal Feiertag. Ach, er hatte in Berlin auch was mit Luther. Es ist wirklich überall dieser Luther gerade. Gut, das Luther-Jahr. Aber du meinst jetzt hier Martin Luther King, oder? Ja, genau. Ich meine natürlich unseren guten deutschen Martin Luther, unseren Reformations-Luther, unseren ich drehe mich zum Publikum und rede auf Deutsch-Luther, damit man was versteht und so. Dieses Luther-Jahr, was vielen zum Halse raushängt, und sei es nur, weil jede Woche eine Zeitung im Briefkasten liegt, in der irgendeinen Termin vorgeschlagen wird, zu dem man mal hingehen könnte, weil irgendwas mit Luther. Dieses Jahr hat jetzt sein Finale gefeiert. Ein Jahr Luther-Finale, es hängt wirklich allen zum Halse raus. Guten Abend, bleiben wir bei Martin Luther, von dem manche ein halbes Jahr tausend nach seinen Thesen Übermenschliches erwartet hatten, dass die Erinnerung an ihn, an die Reformation, das religiöse Feuer wieder entfachen könnte, das jedenfalls in seinem Deutschland höchstens noch zu glimmen scheint. Gegenüber einem geringeren Menschen als Martin Luther wäre das von vornherein eine absurd überzogene Erwartung gewesen, aber er hat mehr als jeder andere irdische bewiesen, was für eine ungeheure Kraft ein paar Seiten entfalten können, wenn in ihnen eine Idee steht, deren Zeit gekommen ist, auf schlanke Thesen eingedampft, die in wenigen Minuten zu lesen sind. Aufwachen, Leute, aufwachen. Ist jemand eingeschlaft? Martin Luther wird ja L-U-T-H-E-R geschrieben, jetzt hat Klausi das aber so ausgesprochen, als ob es L-U-H-T-E-R sagte. Luther. Luther. Das ist natürlich nicht gut. Ja, also in diesem Überdruss hat sich Klaus Kleber gedacht, nee, ich kann jetzt nicht 0815 moderieren, ich muss irgendwas Poetisches finden. Und dann hat er sich ein bisschen angestrengt. Ich würde sagen, 5 von 10 Punkten können wir ihn geben. Für Oma Erna. Meinst du, Oma Erna ist ja gläubig, aber glaubst du, dass Klausi zur Kirche geht? Nee. Bei 600.000 Euro im Jahr bist du nicht gläubig. Stimmt. Sonst müsstest du 5,80 Euro davon abgeben. Ja gut, Kirchensteuer kann man noch abgeben. In Mainz sollte man Kirchensteuer zahlen, ansonsten hat man da glaube ich keinen guten Stand. Oma Erna investigativ. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich nur sagen, dass ich bemerkt habe, dass in diesem Jahr relativ viele Taufen waren im Gegensatz zu den anderen Jahren. Warte mal, Oma Erna. In diesem Jahr, wo es so viel über Luther ging, gab es mehr Taufen. Was will uns das CDF sagen, dass Aufmerksamkeit auch eine Rolle spielt bei Real-Life-Action am Ende? Also so im Sinne von, wenn wir jetzt in diesem Jahr besonders viel AfD-Themen machen, werden die auch gewählt am Ende. Oder was war jetzt die Botschaft? Ist das schon wieder sowas Metaphysisches, was ich nicht verstehe? Oder ist es so nüchtern zu betrachten, wie ich es jetzt gerade gesagt habe? Potsplitz, meine Leute. Das sieht mir ja schon nach ein bisschen Aufgewachtheit aus, beim Sender in Mainz. Na gut, Oma Ernas Enkelin hat auch was zu sagen. Ich habe in Eisleben beobachtet, wie einfach auch die Besucherzahlen unglaublich zunahmen und Eisleben viel, viel bunter waren. Es gab Amerikaner, Japaner, Chinesen. Tourismus also auch noch. Nicht nur die Deutschen interessieren sich für Luther. Vielleicht waren es auch Geheimagenten. Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine von der CIA. Hören mal zu, was ich sage. Es war für mich sehr wichtig. Ich bin ganz allein auf Luthers Spuren gewesen und habe alle Orte besucht. Es war sehr beeindruckend für mich. Es war sehr beeindruckend für mich. Exceiting ist so ein bisschen auch das Floskelwort für naja ging so. Ich habe mir Europa besser vorgestellt aber es war ganz exciting für mich. So also Publikum ist abgefrühstückt Oma Erna Oma Ernas Enkelin die Touristin von außerhalb Was sagt eigentlich die Pastorin um die Ecke ein bisschen holpriges Gespräch keine Ahnung warum man das gesendet hat. Die Frage nicht so dürfte. Für die überwältigende Mehrheit ist Luther ein touristischer Höhepunkt mehr nicht. Eine Eintrittswelle gab es im Lutherjahr nicht. Man ist sehr bescheiden geworden. Stehen wir hier vor einer zufriedenen Pastorin? Ja. Naja zufrieden bin ich selten aber vor jemandem der mit Freude hier arbeitet. Wow da ist so viel Enthusiasmus übrig geblieben nach so Lutherjahr. Ja naja also lief irgendwie ganz gut dieses Lutherjahr glaube ich. Das erinnert mich irgendwie an so einen Geschäftsführer eines Ladens und der hatte jetzt das ganze Jahr so eine Rabattaktion am Laufen oder eine Baustelle vor der Tür genau wir hatten jetzt aber trotzdem nicht mehr Kunden ging so ich bin trotzdem fröhlich ich bin trotzdem zufrieden es reicht ja am Ende des Monats die Käppis liefen ganz gut jetzt im Winter mal gucken ob wir noch ein paar Schale loskriegen die hätten doch einfach ganz schlau sein müssen und einfach Martin Martin Käppchen machen müssen und dann hätten sie das auch verkaufen können das stimmt Martin Käppchen die kann man dann doppelt verwenden ja nicht schlecht einmal mit einem S hinten drauf und einmal mit einem C solange sie nicht schwarz sind ist das ja alles gut gut also wie war das Lutherjahr so das Lutherjahr als Pop Oratorium der protestantische Urknall vor 500 Jahren als Weltereignis die evangelische Kirche scheute keine Mühen kein Aufwand keine Kosten insgesamt wurden mehrere hundert Millionen investiert Höhepunkte die Aussöhnung mit Papst und katholischer Kirche die Ökumene als Zukunftsmodell dazu viele tausend Konzerte Veranstaltungen und Ex-Präsident Obama als Stargast es war der Anspruch eine moderne Kirche im 21. Jahrhundert zu präsentieren wir wir wollen eine moderne Kirche des 21. Jahrhunderts präsentieren wie machen wir das am besten wir laden den größten Terroristen der Welt ein genial genial Jahrhundert dann mieten wir noch die größten Hallen und machen da ein Popkonzern aber ganz wichtig wir leuchten es so aus einer steht in der Mitte der ist dunkel angezogen der ist stellvertretend für Martin Luther da oder so that's deep man also wenn ich das so sehe also wie das Jahr Luther hier Revue passiert Paroli läuft wie man auch sagt in der Fußballsprache habe ich gelernt muss ich mich doch fragen ob nicht dieses Ratzinger also dieses Josef Ratzinger Modell von Kirche nicht doch ein bisschen besser ist geh in deine Kammer lies ein Buch kümmere dich nicht darum was die Leute denken und wenn du mal einen Jungen angefasst hast dann sagt das niemand okay das kommt dann leider noch dazu aber ich meine Pop Events in dem Event steckt irgendwie drin das hört dann irgendwann auf das ist das findet statt das hört wieder auf da geht man hin weil es da gesellig ist und so weiter das hat nichts mit Botschaft sonst irgendwie zu tun also diese Herangehensweise der Luther und dann machen wir einfach mal ein Pop Konzert da gehen alle nur wegen Merkel und Obama nicht wegen Luther hin das ist irgendwie ich weiß auch nicht Margot Käßmann versucht es ein bisschen zu retten für mich ist das Reformationsjubiläum ja eine Erfolgsgeschichte ich mache das auch gar nicht so sehr an irgendwelchen Zahlen fest sondern daran dass die Menschen die sich beteiligt haben in mehr als 10.000 Veranstaltungen in ganz Deutschland in Kunstausstellungen Theaterstücken Musik Aufführungen dass die was mitgenommen haben dass Reformation uns angeht dass dieser Umbruch die Kirchen betrifft aber auch die ganze Gesellschaft in der Bildungsfrage in der Berufsethik und vielem anderen mehr und ich denke schon dass das viele angesteckt hat ich bin jetzt krank angesteckt das Christentum hat mich angesteckt das Christen Virus schleicht umher also ich meine der Zustand der von Deutschland ist gerade wir haben eine Jamaika anwarnende uns ist doch die Umwelt und überhaupt alles egal Geld für Bildung und so das irgendwie nein hast du nicht zugehört dass wir in Zukunft investieren müssen dass wir in Bildung dass wir in Klimaschutz dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen alles ja also ich hätte gedacht ich mag ja die Käsemann eigentlich dass sie da ein bisschen selbstkritischer rangeht aber es sind ja Top Journalisten da in Mainz die holen also noch die Gegenmeinung ein die lag zwar auf der Straße und man musste wirklich nur das Mikro aus dem Fenster halten um die zu hören aber warum auch nicht ganz anders die Kritiker das Reformationsjahr sei zum Fanal einer grandiosen Selbsttäuschung geworden es gäbe eine tiefe Krise vieler Kirchengemeinden die heftige Standpauke stand nicht von Martin Luther sondern vom einstigen DDR Revolutionspfarrer Schorlemmer in seiner Streitschrift sagt er die Volkskirche sei längst eine Kirche ohne Volk deswegen kamen viele und haben auch schöne Sachen erlebt auch großartige Konzerte aber wo war die inhaltliche Substanz wo war die Zeitansage Protestantismus war das und das früher und das sind wir jetzt und da wollen wir hin was bleibt Luthers letzte Worte in Eisleben wir sind Bettler das ist wohl wahr aber er hatte Hoffnung auf Wandel und Erneuerung Reformation heißt das übersetzt und dieses Prinzip Hoffnung gilt auch heute 500 Jahre danach es erinnert mich so ein bisschen ich habe das ja seit ich es im Buch geschrieben habe so ein bisschen läuft das ja Medien und Mythen die Medien haben eigentlich die Religion ersetzt und so es ist ein bisschen wir haben jetzt schon wieder die zweite Zeit es wird ja zum zweiten Mal Religion abgeschafft nämlich institutionalisierte Massenmedien die ja im Grunde so die Funktionen erfüllten morgens so Hegelsinne das Morgengebet des modernen Mannes ist das Zeitung lesen und da steht man ja genauso da man sitzt in den Redaktionen und denkt sich wir machen ja hier eine Zeitung die beruht auf Text und viel Recherche und wird dann gedruckt und dann lesen es die Leute jetzt wollen die Leute das irgendwie nicht mal lesen warum ich glaube wir müssen was anders machen wir lassen mal das mit dem Text weg und machen Video und wir lassen mal das mit dem Papier weg und machen Bildschirm und wir lassen mal das mit dem Autoren weg und machen Your Crowd und so und da stellt man fest ja ja da sind jetzt eine Million Leute gekommen zu dieser Veranstaltung und die sind dann auch wieder gegangen noch bevor die Sonne unter war war das jetzt ein Erfolg oder nicht also so ein bisschen kommt mir das irgendwie vor wie die evangelische Kirche hier scheiternd an der Moderne während sie gleichzeitig wenn man sie mal fragt was wollt ihr eigentlich wir wollen was gegen das Scheitern in der Moderne machen also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz und am Ende stellen alle fest ja Lutherjahr ist jetzt vorbei Resultat null irgendwie Klaus Kleber bricht das jetzt nochmal auf ein paar Zahlen runter im Gespräch mit dem ich glaube Pastor irgendwas Berlin Brandenburg bla bla und so nicht ganz uninteressant nach wie vor sind nur sieben Prozent der Gläubigen in den Eisleben wo Martin Luther herkam wo Martin Luther beerdigt ist sind heute noch Christen 93 Prozent sind nicht kirchlich und daran scheint sich durch dieses Reformationsjahr jedenfalls von der Tendenz her überhaupt nichts zu ändern ich frage mich ja wie irgendeiner auf die Idee gekommen ist dass weil Reformationsjahr ist die Leute auf einmal wieder in die Kirche gehen also zu Kirchengängern werden ja ich verstehe das grundsätzlich nicht warum das überhaupt so gemacht wurde weil wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich das so anguckt Zustand der Welt Zustand überhaupt und so die Kirche hatte doch mal über Jahrhunderte im Programm Leute die eh beieinander wohnen die machen halt sowas wie Gemeinde die treffen sich regelmäßig die reden über Themen die sie betreffen und ich meine gibt es gerade genug Zusammenhalt in der Gesellschaft sodass man das nicht mehr braucht gibt es keine Themen über die man sprechen könnte also ich verstehe gar nicht wie man es überhaupt hinkriegt dass so eine Idee wie die Kirche das gemacht hat scheitert jetzt gerade während hier alle nur noch orientierungslos rumlaufen und irgendwie Arbeit 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 ist meine neue Religion achso ich bin krank mit 50 und sterbe mit 60 und so das ist irgendwie also ich verstehe ehrlich gesagt nicht wie das überhaupt scheitern kann ich meine wir gucken uns ja an wie in Amerika das mit der Kirche funktioniert die Leute die so ein bisschen angefixt sind die gehen dann auch immer in die Kirche und die werden da auch sozusagen aufgefangen und so in diesen Momenten auch wenn mal nicht Sonntag ist und so und in Deutschland da wird einfach so durchgezählt ja wie viele Leute waren am Sonntag da ja so viel na gut okay wie war der Großveranstaltung bla bla und dann ist irgendwie achso wir sind noch im einsteigen Bereich was Prozentzahlen angeht aha während wir gleichzeitig den größten Bedarf dafür überhaupt haben also ich völlig geklärt es gab drei Parteien alles war übersichtlich Nachrichten hat man fünf Minuten am Tag geguckt dann war auch schon vorbei mehr gab es nicht zu berichten und jetzt in diesen Zeiten haben wir so eine Kirche die da völlig abschmiert na gut Klaus Kleberg ich frage mich ja ob mehr Menschen an einem Wochenende ins Fußballstadion gehen als in die Kirche in Deutschland das würde ich jetzt nicht sagen so viel wird es nicht sein aber trotzdem ist eine gute Frage vielleicht weiß einer unserer Hörer das es befassen sich auf jeden Fall viel viel mehr Menschen mit Fußball und sei es nur Vergemeinschaftung am Fernseher wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer ja Lothar genau ja Lothar genau Martin Lothar das müsste man verbinden die Lothar Matthäus Kirche ja genau die Lothar Matthäus die Lothar Matthäus Gemeinde lädt zu Bratwurst und Fußball bringen Kinder mit alle haben Spaß das wäre was Tore schießen für Jesus genau Kloss Kleber greift es mal ein bisschen auf aber naja gut insgesamt ist die Zeit in der wir leben ja offensichtlich nicht religionsfeindlich wir erleben eine Steigerung des Islams in das Fanatische hinein was ist die christliche was ist vor allen Dingen im moment die protestantische antwort darauf ja wir erleben religion vielfach auf die Frage hat er sich gefreut Christen sie sind heute eingeladen in ihre berufsrolle zum thema sie sind aus der christlichen kirche und machen aus zu luther und dann ist die zweite frage der islamistische terror wie verhalten sie sich als steht thesen gegen die charia angeschlagen also lieber klaus es gibt auch positionen die luther als fundamentalisten bezeichnen ja der wollte dass die menschen die bibel den wurde ja die bibel im lateinischen vorgetragen von ihren priestern oder wie heißen die auch immer die sollten weil darum hat es ja übersetzt das selber lesen damit die selber verstehen was da Sache ist luther war in dem sinne auch ein fundamentalist aber naja klaus hat sich das so schön zurecht gelegt wann distanzieren sie sich mal von ihrer Botschaft der Liebe und dem ganzen Blödsinn wann sagen sie mal dem Hass den Kampf an ja aber echt hätte luther das nicht auch gemacht finde ich immer so geil der luther hätte das auch gemacht ich bin mir ziemlich sicher und dann ich mache da mal eine frage draus geht das ja ja klausi weiß wie die wie die stimmung vor 500 jahren war ja der kennt sich da aus der hat Filme geguckt dazu klären wir mal noch eine wichtige Frage die Frage die die uns kultur da kann man nur vor dem fernseher enden ja gibt es jetzt ein gott oder nicht oder was also gibt es jetzt gott oder nicht ist ja eigentlich die einzige Frage die uns interessiert oder ich vermute es gibt einen denn wir hören noch mal hier ein bisschen abmoderation bla bla luther und dann kommt der wetterbericht und ich finde es ein bisschen verdächtlich was hier gesagt luther erleuchtet heißt die installation die am abend die schlosskirche in buntes licht taucht wie viel erleuchtung vom reformationsjubiläum übrig bleibt wird sich zeigen müssen die protestanten haben heute mehr aufmerksamkeit die katholiken morgen das bessere wetter denn es wird vor allem in den bundesländern schön in denen alle heiligen ein feiertag ist es könnte sein dass es gott gibt aber er katholik ist ja überall wo alle heiligen ein feiertag war war es schön da im süden und so und da wo die ungläubigen leben hat es geregnet na gut kurzer blick nach katalonien was gibt es eigentlich neues aus katalonia das drama bekommt ein bisschen komische züge ja ok müssen wir nicht weiter reingucken jamaika jamaika was gibt es da neues vielleicht gibt es mehr zu vermelden nachdem es Ende letzter woche bei den koalitions sondierungen in berlin zum ersten mal bedrohlich knirschte fanden sich die unterhändler heute zu weniger heißen themen zusammen und einigten sich da auf formulierungen in denen selbst böswillige kaum angreifbares finden zum beispiel will man vollbeschäftigung erreichen und eine bessere zusammenarbeit zwischen bund und ländern bei der inneren sicherheit bei diesem thema setzen die potenziellen koalitionäre außerdem auf zusätzliche stellen mehr geld soll auch in bildung forschung und digitalisierung fließen vor allem auf dem land wollen CDU csu fdp und grüne das schnelle internet ausbauen und funklöcher schließen lieber lieber klaus kleber warum warum verkündet ihr willens bekundungen von irgendwelchen sondierungen weil es gute nachrichten sind mehr personal für polizei und lehrerschaft vollbeschäftigung und digitalisierung was willst noch wir kommen gleich auf jamaica zurück glaube ich es ist ja hier ich glaube wir sind noch beim montag ja wir kommen noch zurück auf jamaica wir machen es chronologisch heute ein bisschen irgendwas mit treibhausgasen kurzmeldung wir überlegen mal kurz 26 sekunden ist es nicht ein bisschen kurz 2016 hat sich die konzentration der treibhausgase so schnell erhöht wie noch nie laut der un wetterorganisation wmo ist das kohlendioxid niveau inzwischen so hoch wie zuletzt wohl vor mehreren millionen jahren die wmo forderte schnelle maßnahmen gegen den ausstoß von treibhausgasen jetzt wird jetzt gleich ein grund genannt dafür allerdings sei nicht nur der mensch an dem starken anstieg schuld sondern auch das klimafänomen el nino also warte mal dass das das also wenn einer das verstanden hat ja dann könnte man auch hingehen und ihr goldmedaillen im koffer überreichen el nino ein wetterphänomen ich würde sagen es gibt so eine konsensmeinung zum thema wird angefeuert durch wetterveränderungen die der mensch verursacht ist jetzt verursacher von wetterveränderungen im sinne von mehr co2 ja hast du nicht gewusst oder habe ich das jetzt falsch verstanden oder was hat sie uns jetzt gesagt also el nino ist jetzt grund dafür dass es mehr co2 gibt und zwar so viel wie seit jahren millionen nicht mehr und das muss ich nicht erklären muss man nicht erklären im grunde müsste man sich mal anrufen und fragen was heißt das jetzt wie ist das ich finde gut dass am zdf in den nachrichten selbst weniger über den klimawandel berichtet wird als in ihren satiresendungen beispiel das verspreche ich 2020 das ist quasi übermorgen und ohne drastische gegenmaßnahmen sagen jetzt die vereinten nationen wird es bis zum ende des jahrhunderts wohl sogar drei grad wärmer so viel zum thema zwei grad ziel in teilen der dritten welt sieht man die katastrophalen folgen schon heute 97 prozent der seriösen studien auf der ganzen welt haben nicht mehr den hauch eines zweifels am menschen gemachten klimawandel 100 prozent der adeligen afd-politikerinnen sehen das völlig anders man sollte mal darüber nachdenken ob die temperatur der ozeane möglicherweise was mit der temperatur der sonne oder mit der aktivität der sonne zusammenhängt wenn die sonne besonders heißes dann mag das ja auch ein einfluss auf die wassertemperatur haben ja gut ich meine sehen wir mal das positive ausnahmsweise ist man die sonne schuld und nicht die flüchtlinge es könnte sein dass jetzt irgendwo afdler demnächst kommen mit dem el nino ist schuld ja die sonne ist schuld el nino ist schuld habe ich im zdf gehört genau habe ich im zdf gehört also das ist die nachrichtenqualität ist wirklich wieder katastrophal grandiose katalonien was gibt es neues carles pujdemon aus katalonien der abgesetzte und zu hause wegen rebellion angeklagte ex-regierungschef lieferte heute eigenartige szenen in brüssel eigenartige szenen ok gucken wir mal terror in afghanistan das ist jetzt gruselig weil wie soll man es anders berichten es wird hier mal wert auf eine kleine erklärung gelegt die ich dann doch erschreckend finde weil islamistischer terrorismus läuft ja immer so unter fundamentalistisch also sehr intrinsisch da ist eine intuition dahinter die ideologie ist quasi im kopf und so hören wir uns mal an was es zu dem neuesten terroranschlag da in afghanistan zu sagen gibt schauen wir nach afghanistan denn in der hauptstadt kabul hat offenbar ein kind mit einer bombe mindestens fünf menschen getötet der 10 bis 15 jahre alte junge sprengte sich in der sogenannten grünen zone in die luft dem streng gesicherten regierungsviertel mindestens 20 menschen wurden verletzt die polizei hält es für möglich dass der junge von der bombe nichts wusste die verantwortung für die tat übernahm der sogenannte islamische staat also wir haben ja aus jemen gehört dass da kleine kinder im grund um ihre familie zu ernähren wasser verkaufen auf der straße ne das ist ja nicht weit weg von so einem kurierdienst so im sinne von brauchst du mal drei cent bring doch mal diesen diesen rucksack darüber und dann schicken die den los und zünden den an mit der bombe also auf halbem wege also naja ich dachte du ich dachte du hast einen kleinen scherz gemacht und meintest den us luftangriff wo mehrere dutzend menschen warte mal es gab einen us luftangriff das haben mir meine nachrichten nicht erzählt was ist denn das schon wieder für ein fake news na gut gut dass es die bbk gibt also die bundes die bundesregierung die bundesregierung weiß was sache ist ja an der stelle bevor du das spielst achtet mal drauf vielleicht kann man es hören der herr bräuel sitzt vorne und kann sein lachen nicht unterdrücken ja er würde am liebsten los brusten für ihn ist schon 11 november und so aber er ist leider bei der arbeit aber man kann ihm das ansehen ja also springt ruhig mal in das video rein wenn er das nur per audio podcast hört äh herr bräuel hört ihr als zweites zuerst herr flossdorf ich wollte zu afghanistan kommen ähm seibert vielleicht von ihnen eine bewertung vielleicht auch von dem flossdorf ähm die amerikaner haben nach berichten afghanischer funktionäre in der nacht und freitag äh drei dörfer angegriffen und dort sollen mindestens oder bis zu 60 menschen also zivilisten gestorben sein äh haben sie dort eigeninformationen also weitere informationen die uns jetzt bekannt sind und wie bewerten sie äh angriffe wo dutzende zivilisten sterben herzell ich mal den anfang machen darf äh wie sie wissen sicherlich wissen herr jung ist es äh nicht die aufgabe der mission resolut support äh scharfe einsätze zu fliegen insofern ist das kein äh reden wir hier wenn es so stattgefunden hat nicht über einen vorfall der im rahmen der mission resolut support stattgefunden hat deutschland verfügt da herr jung warum fragen sie wieder nach wir haben doch mit den amerikanern nichts zu tun ja das ist für mich auch wir bilden wir bilden da die afghanen aus wir sind die guten und wir bombardieren da niemanden und haben auch nichts damit zu tun ja das sind unsere alliierten aber wir haben da jetzt nichts zu sagen ja wir hören das ja auch so von thomas wiegold oft zu recht hier haben sie sich dann abgeguckt ach naja das ist ja eine ganz andere mission das ist zwar in dem gleichen land und es betrifft die gleichen menschen und die können es auch nicht denen ist im grunde auch egal von wem sie gesprengt oder sonst wie werden aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere mission da müssen sie in new york bei der vereinten nation oder so anrufen erkenntnisse aber es haben sich ja schon amerikanische offizielle stellen gemeldet die zugesichert haben dass so ein vorfall wie er dann stattgefunden hat intensiv untersucht wird das beruhigt mich natürlich dass die täter ihre eigene tat intensiv untersuchen ja wirklich und man der sache nachgehen wird dann sicherlich dann auch zu gegebener zeit wenn man valide informationen dazu hat die öffentlichkeit darüber unterrichten wird puh puh her seibert her seibert steffen offensichtlich keine dann vielleicht herr bräuel die der angriff hat in der distrikt shadara stattgefunden gehört dieser distrikt zu den sicheren gebieten in afghanistan wenn sie diese eine ordnung vornehmen müssen wir wissen worauf sie sich dabei ziehen also wo sollen die als sicher oder unsicher bezeichnet worden die bundesregierung spricht davon dass es sichere gebiete in afghanistan gibt weil da ja menschen abgeschoben werden also wenn sie sie wollen uns ja nie sagen wo die sicheren gebiete genau sind darum müssen wir nachfragen und jetzt ist ja ein ein gebiet hier angegriffen worden gehört das zu den sicheren gebieten ähm dazu kann ich also wenn sie erstmal bezüglich auf den asylagebericht wissen sie dass ähm der eingestuft ist und wir zu den inhalten dieses berichts keine stellung nehmen ähm grundsätzlich gilt das was wir schon öfter gesagt haben die sicherheitslage in afghanistan ist sehr volatil ähm und unterscheidet sich äh regional sehr stark äh ich habe äh keine genauen informationen ähm ähm wann äh welche kampfhandlungen in diesem ort in dem sie angesprochen haben stattgefunden haben ich habe gerade davon gesprochen dass die amerikaner da drei dörfer angegriffen haben und er so ich weiß jetzt nicht welche kampfhandlungen dort in dem ort stattgefunden haben ja das ist wirklich ein slapstick wer 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 hat hier von sicheren gebieten gesprochen herr jung äh sie ja im grunde wollte er so ein bisschen ich bin hier aa fragen sie doch drüben beim dimrod oder so nach irgendwie so wahrscheinlich dabei dabei gibt ja das aa den bericht raus auf den die abschiebungen überhaupt basieren ja das ist der bericht aber die interpretation daraus die ist ja dann wieder in ministerium und in der hinsicht nein 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 das in ministerium das ist ja alles abgesprochen ja okay was muss da drinstehen ne okay es geht halb ne aber die abschiebung kommt ja vom innenministerium und damit dann auch die öffentliche erklärung von dem ischier da sind sichere gebiete richtig aber der schwarze peter landet ja wieder beim aa weil das bmi dann sagen kann hier im bericht vom auswärtigen amt steht drinnen da gibt es sichere gebiete also können wir abschieben ja diesen battle hätte ich ja gern mal gesehen da oben also dieses schwarze peter ja wir dürfen ja nicht mehr schwarzer peter sagen hast du das gelesen ja irgendeiner auf twitter meinte wir haben den podcast schwarzer peter genannt und da hat jemand nur an ich weiß gar nicht genau wie man drauf sein muss um die ganze zeit so eine rassistische linie mitlaufen zu lassen in seinem eigenen kopf und die dann auch noch anderen drauf zu drücken gibt es auch will ich noch mal kurz markieren also der schwarze peter hätte ich gerne mal wandern gesehen auf der bühne die bezeichnung tut uns leid shame 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 ja da wir jeden podcast immer nur einen und nie einen schon verwendeten namen geben versprechen wir hiermit auch nie wieder einen podcast schwarze peter zu nennen zwei kleine kurzmeldungen ich finde sonst gucken wir kurzmeldungen ja immer einzeln warum nicht noch mal hintereinander gucken nicht nur weil sie thematisch schön zusammenpassen sondern weil es auch und ich verbuche das hier unter humor es ist fast heute schon es gibt dazwischen so eine kleine kunstpause wir kennen es ja von der spd die macht ja auch zwischendurch gerne eine kunstpause und dann ein wort mal so richtig zu betonen das findet hier auch statt es werden zwei gedanken miteinander verbunden per pause kurz vor der weltklimakonferenz in bonn schlagen die vereinten nationen alarm selbst wenn alle bisherigen zusagen eingehalten würden sei ein temperaturanstieg von mindestens drei grad wahrscheinlich das sagte der direktor des umweltprogramms unep notwendig sei eine konsequente nutzung alternativer energien dagegen dürften kohle und öl nicht mehr subventioniert werden schon eine erderwärmung um zwei grad gilt als verheerend für mensch und umwelt durch mehr dürren unwetter oder steigende meeresspiegel die konjunktur in der eurozone zeigt sich robuster als erwartet im dritten quartal wuchs die wirtschaft um 0,6 prozent im vergleich zum zweiten quartal ich meine gucken die ihre eigene sendung ich meine es ist jetzt vier jahre her es ist jetzt vier jahre her dass mal eine freitagsausgabe des heute journals erstmals schlechter in der quote lief als die heute show die danach kam und ich glaube das haben sie immer noch nicht gut verkraftet deswegen bauen sie jetzt einfach selber eine heute show zusammen ja also unser klima ist im grunde vorbei aber die europäische wirtschaft robust wie nie wer hätte das gedacht das ist gut für unser land jamaika die woche schreitet ja fort ich glaube wir sind jetzt beim mittwoch was ist mittwoch eigentlich für ein toller tag immer üblicherweise alle heiligen das war feiertag ja dem fall ist wahrscheinlich feiertag gewesen mittwochs ist ja immer kabinettssitzung also mittwochs werden ja ganz große entscheidungen getroffen montags geplänkel freitags geplänkel mittwochs kanzlerin ist da staatssekretäre sind da alle erstatten bericht alles dauert besonders länger bbk ist später und so weiter und so fort gucken wir also mal rein christian sievers moderiert uns irgendwas an er ist sich nicht ganz sicher ob er es jetzt ernsthaft moderieren kann oder ob es hier taktik blöf oder so weiter ist also wir rätseln mal mit ihm wenn dann einer der für die grünen mit am tisch sitzt sagt in dieser woche werde sich entscheiden ob eine jamaika koalition zustande kommen kann oder nicht dann kann das taktik sein blöf oder ein zeichen wie sehr die zeit drängt das könnte jetzt theater sein liebe oma erner es könnte aber auch kein theater das macht man jetzt aber uns nicht sicher sind tun wir einfach so als ob es beides sein könnte meinst du die kriegen den bogenschlag hin meinst du sie kriegen es mit so einem ironischen tonfall hin ernsthaft darüber zu berichten aber ist so ein bisschen unter vorbehalt licht mitlaufen zu lassen die wollen es probieren es gibt ja eine stimme die ansonsten parlamentsberichterstattung parteien bla bla macht andreas künast bei der ich sage die stimme kann das im grunde transportieren seit andreas künast im heute journal politikberichte macht kann man das alles nicht mehr ernst nehmen weil immer dieser ironische unterton ach im grunde ist das nur so eine fortlaufende erzählung bla bla man könnte auch ein drehbuch draus machen und was weiß ich das an netflix verkaufen und in der hinsicht dachte ich mir wenn das jetzt so eine große frage ist ist das jetzt taktik blöf oder es ist doch alles ernst gucken wir doch einfach mal den ganzen bericht von andreas künast es geht also los merkel macht die balkontür auf als die sitzungsleiterin nach sechseinhalb sondierungsstunden den pulverdampf raus und frischluft rein lässt ist sie ihrer neuen regierung immer noch nicht näher gekommen wieder sind es csu und grüne die grundsätzlich gegenteiliges wollen diesmal in der landwirtschaft ja also merkel macht die balkontür auf irgendwer will irgendwas gegensätzliches jetzt beginnt die slapstick andreas künast mit seinem ironischen bla bla erklärt uns jetzt hier mal ein bisschen was zum thema achte drauf insekten sterben und existenznot die beiden worte werden fallen und zwar völlig konträr zueinander die sorgen der grünen gelten eher der natur stichwort insekten sterben die sorgen der csu eher den landwirten von denen viele existenzsorgen haben ist loriot wieder da also die existenzsorgen der menschheit versus existenzsorgen der landwirtschaft das ist der streit gerade sehr gut die einsagen die insekten sterben und die anderen sagen die landwirte haben existenznot und das ist jetzt der streit und der wird nicht etwa von andreas künast irgendwie aufgemacht oder thematisiert oder mal so ein bisschen die fäden zusammengebunden wie merkel so schön sagt sondern das ist ja einfach der ton der berichterstattung die ein fürchten sich vor insekten sterben und die anderen um existenznot der wirtschaftsbetriebe da landwirtschaft und so die meinst du nur gut ja und bei der frage ist loriot wieder da die haben wir jetzt einmal schon mit ja beantwortet jetzt können wir sie gleich nochmal beantworten bei der frage reden die tatsächlich über die maut auch beim thema verkehr prallen weltanschauungen aufeinander dobrenns maut ist für die grünen genauso indiskutabel die maut 2017 nach der bundestagswahl wie für dobrennt dass die forderung 20 30 verbrennungsmotoren zu verbieten mit uns nicht machbar ist so dobrennt welche partei war das nochmal wir haben mit afd position überhaupt nichts am hut das war noch nie unsere position also die hier also ich bin schon auf meine csu stolz wenn jetzt unsere hans jessen show hier wäre würden wir sie natürlich wieder fragen ach pack doch mal die alten geschichten aus wie war das mit der csu wollte die nicht mal verbrennungsmotoren verbieten oder sowas ich habe es mal rausgesucht dritter februar dritter märz 2007 es ist jetzt also zehneinhalb jahre her überschrift csu will konventionelle autos verbieten text per gesetz will die csu die deutschen dazu zwingen nur noch klimafreundliche fahrzeuge zu fahren ab dem jahr 2020 dürfen nur noch autos zugelassen werden die über einen umweltfreundlichen antrieb verfügen sagte csu generalsekretär marcus söder dem spiegel von diesem zeitpunkt an müssten herkömmliche verbrennungsmotoren durch wasserstoff und hybrid technik abgelöst werden so hätte man das damals geglaubt ja das drei jahre vor dieser deadline diese verdammte verbotspartei ja und ich finde hier kann man auch mal die frage beantworten ist das jetzt blöf ist das nur gespiele oder ist das echt ich sag mal so wenn die csu vor zehn jahren gesagt hat ja wir müssen das dann also wir müssen die deutschen dazu zwingen ja zitat ab dem jahr 2020 dürfen das dürfen gehört zu dem zitat ja nicht mehr zugelassen werden umweltfreundlicher antrieb also wasserstoff und hybrid technik wir können überhaupt gar kein politiker zitat ernst nehmen ja erst recht nicht in dieser phase in der die gerade alle stecken ist alles nur theater lieber andreas künast und lieber christian sievers und ich finde ein angemesser journalist muss sollte genau das so mitlaufen lassen als frage finde ich es schon ziemlich gut aber die dann nicht zu beantworten ist wieder ziemlich schlecht ich würde sagen als prämisse mal mitlaufen lassen alle zitate die hier fallen alle sind nur spiel und dann muss man leider in bezug setzen dass oma erner zu hause opfer dieses spiels ist und das muss man dann thematisieren jamaika ist ein spiel und alle die das zuschauen seien zuschauer im sinne von journalisten oder zu hause das sind dann alles opfer dieses spiels ja also ich meine markus söder der möchte ministerpräsident werden und der wollte vor zehn jahren benziner verbieten und zwar für diese regierung die müsste das jetzt beschließen die sich da gerade findet 2020 fällt in diese zeit naja stattdessen haben wir es hier mit komischem journalismus zu tun gucken wir mal das kleine slapstick finale von diesem andreas künast hat balkon beobachtung gemacht weil die allerschwierigsten themen klimaschutz und flüchtlingspolitik noch einmal vertagt sind steigt der zeitdruck weiter an nach nicht mal acht minuten pause drängelt die sitzungsleiterin ihre koalition der heute unwilligen zum weitermachen das finde ich lustig er sagt der zeitdruck der zeitdruck steigt weil sie sich nicht beim thema klima einigen können so im sinne von naja wenn wir heute nicht über das klima entscheiden dann halt in vier jahren im sinne von da gibt es ja keinen externen zeitdruck oder das klima setzt uns ja nicht unter zeitdruck sondern nur die diskussion ums klima oder das können wir doch alles steuern naja warum wird eigentlich so salopp darüber geredet warum nimmt klima keiner ernst warum ist das hier so ein l'oreo thema bei dem andreas künast nochmal besonders viel ironie in seine stimme reinholt die auflösung ist ganz einfach sie steht in so einer studie die hier natürlich nur in einer kurzmeldung verpackt aber zumindest mal genannt wird wie groß ist die wahrscheinlichkeit dass ein extremes natur ereignis zu einer katastrophe wird das zeigt der welt risiko bericht vom bündnisentwicklung hilft demnach ist die menschheit insgesamt besser für naturkatastrophen gerüstet als noch vor fünf jahren auf der anderen seite habe die zahl von stürmen starkregen und anderen wetter extremen deutlich zugenommen am stärksten gefährdet sei ozeanien am wenigsten europa aha europa ist einfach nicht gefährdet kein wunder dass wir hier so ein journalismus ach komm was sendt man heute ach machen wir mal ein bisschen bla bla zum thema balkon frische luft pulverdampf raus kalte november luft rein in dem in dem zusammenhang ich meine man sieht hier gerade sturm kam mir sofort der gedanke wir leben in stürmischen zeiten das wissen wir aber ja also diese stürme die hier gerade eingeblendet worden in europa also hier bei uns in deutschland da fährt der ganze da fällt der ganze norddeutsche zugverkehr aus wenn der wind mit 100 km h weht und diese stürme die wir hier sehen das sind 300 km h aber uns kann es egal sein ja weil die in der studie steht europa da bleibt der wind bei 100 apropos alles was wir bisher gesagt haben klima war da irgendwas lorio und heute show nachahmung am samstag also die platzierung ist eh schon mal toll es ging um kohle wann am samstag in der allerletzten meldung also nach allem quasi bevor die sendung zu ende war nur noch ein thema aber offen jetzt hören wir mal welchen lustigen witz sie sich ausgedacht hat willst du vorher noch einen clip spielen nein ich habe mich verzippt also wir hören jetzt mal welche lustige moderations pointe hat man sich denn hier ausgedacht hahaha ich kenne sie ja schon man darf ja nicht vergessen der klimavorreiter deutschland ist auch gleichzeitig das land auf der welt mit der meisten braunkohlenutzung und das ist die eigentliche herausforderung vor der wir stehen jetzt ist die politik gefordert sie wird einen schlussstrich ziehen müssen die berliner sondierungsgespräche werden zeigen ob und wann ein ausstieg aus der kohle möglich ist wir bleiben beim thema kohle hier sind die lottozahlen wir bleiben beim thema kohle jetzt kommt die lottozahlen verstehste genau lustig na gut mal was ernstes wir haben ja auf twitter also es tobt ja ein großer krieg an dem wir uns hier auch nicht beteiligen weil wir im podcast ohne frau beteiligung sind ohne weibliche beteiligung leider aber wie die diskussion läuft finde ich nicht ganz gut denn man trägt eine gewisse verantwortung wenn man es thematisiert muss man es glaube ich richtig thematisieren wie männern mit frauen umgehen sei es in hollywood sei es in der regierung england sei es sonst noch irgendwo weil ansonsten habe ich die befürchtung man kann es zwar so weg senden in so einer kurzmeldung aber in den nächsten monaten wird sich eine kulturelle gegenbewegung formieren von der wir noch nicht genau wissen wie sie aussehen wird aber hübsch wird es nicht in großbritannien ist verteidigungsminister fallon zurückgetreten nach vorwürfen sexueller belästigung er habe sich selbst nicht an die standards gehalten die er vom militär erwarte schrieb er in einem brief an regierungschefin may unklar ist ob er sich dabei auf einen vorfall bezieht über den der guardian berichtet hatte demnach hatte fallon vor 15 jahren einer radiomoderatorin ans knie gefasst ja also ich verstehe das also deswegen ja ich will es ausdrücklich sagen ich brauche keine kommentare dazu wie hier also nur ich kann und zwar ohne denker pause machen zu müssen tausend namen nennen von menschen in deutschland die bereits in parteien zu gründen oder schon gegründet haben die genau hier sagen also hört mal zu das geht jetzt zu weit ans knie gefasst vor 15 jahren also ja und dann hast du eine gegenbewegung und ich fände es gut wenn man das mal ein bisschen antizipiert wenn man darüber spricht weil das könnte auch das nächste große thema der afd werden ja wir haben das gesehen bei trump ich habe keine zeit für political correctness das war quasi sein auftrumfer thema das allererste sein umgang mit frauen seinen ganzen ruhm hat er darauf basiert also da muss man jetzt nicht und so den moralischen weiter sondern man kann es ein bisschen mit laufen lassen wie wir wissen wie die debatten laufen und so und ich ehrlich gesagt ein bisschen angst schon wieder das ist das wird wieder so ein thema was uns ewig beschäftigt weil die herangehensweise am anfang ein rein moralischer war und das dann wieder ach da kommen dann wieder alle raus ja wir sehen das auch bei no agenda wo man sich schon im opfer mythos des weißen 50 jährigen mannes wieder findet und so ist alles nicht sehr gut ne gut thema block chain cool cyber cyber war da ich mach immer cyber 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 angriff cyber 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 sicherheit aber nur weil der journalismus zu einem thema ist das uns interessiert heißt das noch lange nicht dass es guter journalismus ist nicht du kannst die mit du kannst die guy forks maske auflassen denn genau in die richtung würde ich das gern drehen wir gucken jetzt in voller länge das sind über vier minuten ein bericht zum thema block chain und flüchtlinge man kann also block chain technologien irgendwie nutzen um gewisse vertrauenssysteme aufzubauen da wo es wenig institutionen gibt kennen wir ja soweit aber müsste man nicht irgendwas zum thema transparenz mitlaufen lassen im sinne von wollen wir das dass menschen jetzt wirklich gläsernde menschen unabänderlichen digitale zwillinge bekommen oder sollte man nicht da noch mal ein bisschen gleich die reflektion mitlaufen lassen also ich finde dieser journalismus der jetzt kommt ist ist so ein typischer geile technik journalismus aber es fehlt die soziale komponente während wir das hören denkt dran es gibt diesen berühmten satz es gibt keine technische lösung für soziale probleme es gilt auch hier 1,6 millionen schutzsuchende ausländer gibt es in deutschland das ist die aktuelle zahl vom statistischen bundesamt heute die sich auf ende 2016 bezieht welche enorme herausforderung hinter dieser zahl steckt darüber haben wir ja gerade wieder berichtet im viel kleineren jordanien leben derzeit 1,3 millionen flüchtlinge dort gibt es noch ganz andere schwierigkeiten aber auch eine lösungsidee wie kann das gehen registrierung und dann all die verwaltungs- und geldangelegenheiten bei menschen die ohne papiere unterwegs sind das zauberwort heißt block chain das ist nicht nur eine sache von internetfreaks und allen die neue zahlungsdienste erfinden sondern auch ein internetfreaks projekt des welternährungsprogramms der uno bei block chain wird jeder geschäftsvorgang gleich auf zig rechnern gespeichert es fällt also sofort auf wenn jemand manipuliert weil es jede menge sicherungskopien gibt jeder passt auf den anderen auf komplett ohne banken die man normalerweise brauchen würde einfach kostengünstig und ideal sagen die befürworter gerade für die die alles verloren haben wie diese neue idee in einem flüchtlingscamp in jordanien funktioniert und was wir uns da abgucken können zeigen dennis berger und frank betmann im asrak camp in der wüste jordaniens versorgen die vereinten nationen opfer von krieg und verfolgung wenn man alles verloren hat auch den zugang zu einem bankkonto ist das helfen schwierig das wissen auch bernhard kovac und sein internationales team die weit weg von münchen aus die versorgung der flüchtlinge organisieren eine arbeit die aufwendig und teuer ist seit kurzem beschreitet die mannschaft ganz neue wege indem sie die block chain technologie nutzt und es zeigt sich das helfen ist transparenter und günstiger geworden jeder der flüchtlinge hat auf der block chain ein virtuelles konto und anstatt bei einer bank dieses konto zu haben können wir über die block chain die individuellen transaktionen darüber abwickeln an seinem computer kann der österreicher nun genau nachvollziehen wer wann welche waren gekauft hat früher als noch mit bargeld im camp bezahlt wurde war das nicht möglich für uns ist das in so ich meine ist ja super also kann man bei den flüchtlingen sofort sehen dass sie nur die sachen kaufen die sie kaufen soll oder wenn du einfach bargeld gibst dann weiß ich finde schon in dem moment wo der bericht gesagt wird an seinem computer in münchen kann er sehen wer wann was wo gemacht hat da schrillen schon alle alarmglocken aber kann es natürlich auch einfach und am anderen ende der welt ja genau nicht in münchen nicht möglich für uns ist das insofern sehr spannend weil vor der block chain haben wir verschiedene datenbanken genutzt das heißt einerseits unsere eigenen datenbanken datenbanken der banken als auch der geschäfte und das heißt wir mussten am ende des monats dann auch jeweils manuell einen abgleich machen mit der block chain ist es jetzt so dass es gibt nur diese eine wahrheit die block chain und das heißt die der gesamte abgleich dieser verschiedenen datenbanken entfällt damit es gibt nur eine wahrheit die block chain das hat er so gesagt ne wir gucken mal ob hier noch mal so ein kleiner reflexiver dreh im sinne von kann man das nicht auch kritisch sehen drin ist nicht genug im asrak camp bezahlen die flüchtlinge ihre einkäufe per iris scan die block chain vergleicht die regenbogenhaut mit einem vor abgespeicherten scan und löst automatisch die überweisung aus wir versuchen jetzt das programm für bis zu 100.000 menschen in jordan bis ende des jahres auszurollen und gleichzeitig 100.000 die chinesen wollen wissen wenn du es für eine milliarde machen kannst ja bernhard kovac mach weiter auch schon in anderen ländern zu starten also wir glauben dass wir allein in jordanien mehrere millionen euro pro jahr einsparen können allein an bank gebühren die wiederum dann in essen umgewandelt werden experten weisen aber auch auf risiken hin keine regierung keine bank kontrolliert die block chain deswegen ist wenn man solchen protokollen vertraut bin ich der ansicht sollte man ihnen nicht unbedingt vertrauen man muss das war jetzt die kritik ne also wenn man diesen sachen vertraut dann sollte man ihnen nicht unbedingt vertrauen ach das ist so ist das these oder argument oder was soll das sein also ist wirklich slapstick möglichkeiten haben im bedarfsfall eingreifen zu können in münchen kann man das innerhalb weniger stunden ließe sich die hilfe wieder über bank transfers organisieren doch hier hat man keine zweifel künftig soll die block chain sogar noch weitere aufgaben übernehmen sie soll flüchtlingen die alles verloren haben eine identität wiedergeben diesmal eine digitale was ist das für eine digitale propaganda die block chain kann viele verschiedene arten von informationen speichern viele flüchtlinge wurden vertrieben und haben ihre pässe verloren ihre zeugnisse sie müssen quasi bei null anfangen wenn wir diese dinge auf die block chain packen werden sie zu einer unveränderlichen akte auf die ich über ländergrenzen hinweg zugreifen kann grenzenlose hilfe ohne banken hier in diesem projekt ist es schon realität mit hilfe der block chain block chain also das nächste große ding oder wie riskant ist es dieser neuen technologie zu vertrauen mehr dazu morgen auf drei satt um 21 uhr in dem film eine welt ohne banken die block chain revolution also das ist gruselig gewesen ich finde so gruselig dass dieser aspekt mit dass die flüchtlinge dort mit ihrer iris bezahlen dass das so ganz nebenbei erwähnt wird weil das ist eine der größten schweinereien die jetzt in den letzten monaten an den start gegangen sind warte mal bis das alles über face id und so gemacht wird ja ich meine es gibt es gibt wir müssen unbedingt einen tollen artikel aus le monde diplomatik das ist die einzige zeitung die ich hier abonniert habe suche ich raus die verlinken wir da heißt der gläserne flüchtling und ich zitiere mal daraus für jeden erwachsenen hat das unhcr bei der jordan-ali bank ein digitales konto eingerichtet auf dass jeden monat 50 dollar überwiesen werden die augenkassen die seit februar 2016 in satari stehen können den kontostand der supermarktkunden an der iris ablesen das bezahlen dauere nur einen wimpernschlag und verhindere betrug lobt das unhcr so wenn man ein bisschen weiter liest ja was auch erfahren hätte können ist das unternehmen iris guard dass dem unhcr die biometrischen kassen achtung gespendet hat bekommt ein bekommt ein prozent von jedem einkauf im supermarkt zitat das kostet das unhcr 20 prozent weniger als das verteilungssystem mit lebensmittelpaketen behauptet imand malasch gründer und einer der drei chefs von iris guard zitat mich fasziniert diese technologie jeder mensch hat eine andere iris außerdem ist sie das einzige am körper was das leben das leben lang unverändert bleibt viel zuverlässiger als fingerabdrücke unsere expertenhörer wissen dass das unwahr ist egal und zusatz bislang hat das unternehmen also iris guard dass diese augen kassen anbietet vor allem us gefängnisse die grenzposten der arabischen emirate oder die antidrogen anheiten der jordanischen polizei mit ihres scannern ausgestattet ja ich verlinke ich verlinke auch zwei sachen das ist wirklich super gruselig das eine was ich verlinke ist ja deutschland vom hintergrund zu china china hat ja jetzt so ein großes reputationssystem aufgezogen es funktioniert quasi wie uber wer sich gut benimmt kriegt seinen kredit halt einfacher gut benehmen wird registriert wo na überall bist du pünktlich in der schule gewesen früher spuckst du irgendwo kaugummis rum wo überwachungskameras hängen und so weiter das wird jetzt alles also der datenfusionsreaktor der steht und jetzt wird da halt ein reputationssystem drüber gebaut china ist super interessiert an solchen sachen die wollen einfach wissen mit wem haben wir es hier zu tun in unserem volk und kommen alle in so eine große datenbank rein und als zweites noch mal meine rezension von yvonne hoffstetter die das nämlich das prinzip dahinter in ihrem buch sie wissen alles aufdröselt die leute eben auch genannt diese 20 prozent der für diesen kleinen ökonomischen vorteil 20 prozent opfern sie alles komplett also dein digitaler zwilling deine nummer zwei wie schon mal das immer nennen ist jetzt wichtiger tatsächlich bei allem was im leben für dich wichtig ist versorgung wohnen ausbildung wertegang bla bla bewegung bewegungsfreiheit und so wird alles über den digitalen zwilling geregelt nicht mehr über dich niemals wieder wird jemand mit dir ein gespräch führen irgendwo du gehst in eine amtsstufe rein du hast kurz gescannt dann kriegst du eine entscheidung mitgeteilt und das war's aber kann man natürlich auch als so einen bericht machen irgendwie ohne jeweils also ich kann es noch mal betonen diese experimente an den flüchtlingen die sich die die menschen sind die sich am aller wenigsten wehren können weil sie auf leben angewiesen sind das sind experimente für uns also deutschland macht das übrigens auch so also die machen andere experimente da sagt sich schon mal das bmi ja wir müssen jetzt mal irgendwie ein weg finden wie wir es einführen dass wir irgendwie handys kontrollieren können und so wie machen wie machen wir das denn naja okay die flüchtlinge die tun ja immer so als ob sie ihre pässe vergessen haben die sollen mal ihre ihre handys vorzeigen da wollen wir mal reingucken aber wir wollen wir wollen nur mal gucken ganz also 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 in einem anderen raum funkzellen abfrage ist auch wieder technologie von gestern wer heute auf eine demonstration geht kann mal darauf achten ob unter auflagen so ein gewisser weg vorgegeben wird wie zum beispiel an manchen stellen ist ja nur drei meter breit das nennt man dann eine sichtschleuse da wird dir einmal ins gesicht geguckt und da wirst du registriert als warst anwesend das ist die technologie die in fußballstadien bisher eingesetzt wurde für den fall dass mal was passiert dann kann man später nachgucken wer war das denn und so also es ist wirklich gruselig dass das heute schon hier wieder so und ich weiß nicht genau wie die das nennen journalismus oder so ja frank betmann ist mal rausgegangen vom parkett in frankfurt und hat mal versucht ein bericht ein bericht zu machen der dann so in die hose ging also das ist wirklich ich finde es mir fehlen die worte irgendwie ja ich wollte ich wollte nur gerade sagen an hier finde es eine einige hörer denken jetzt vielleicht so ja liebe hörer das ist gruselig aber das ist gut für unser land sicherheit first dummes zeug zum schutz der freiheit zwei digitale themen noch zum einen bitcoin blockchain haben wir ja eben schon gehört nur bei bitcoin deswegen das führt uns alle in die irre da ist ja intransparenz immer noch eine große sache wir wissen ja wieder wer es hergestellt hat damals als ideengeber noch wissen wir wer ist eigentlich für eine transaktion verantwortlich sind ja alles nur nummern konnten naja frank betmann warum machen wir eigentlich kein bitcoin willst du bitcoin machen ich frage ich nur warum wir das machen wir hatten das mal aber das läuft dann wie über irgendwelche dienstleistern so und ich habe ja eine aversion gegen dienstleister ich bin mir ziemlich sicher dass alle die bitcoin können auch e-bahn können und und deswegen vielleicht haben wir einen hörer der uns einen tipp geben kann wie wir ohne dienstleister bin ich an das ist den prozess aber schon durchlaufen ja das kann man auch selber machen aber das würde ich dann nicht machen das müsstest du dann betreuen die wallet also der hinsicht ich habe nichts gegen bitcoin aber es gibt wichtigere sachen in diesem podcast ich weiß dass bitcoin wichtig ist viele hörer sind jetzt wieder und schreiben mir dms weil das ihr lebensinhalt ist und ich angeblich schon wieder irgendwas negatives gerade dazu gesagt habe habe ich nicht bitcoin bitcoin ist richtig und wichtig oder wichtig und richtig also ich meine in der freak show zum beispiel das ist ja so ein podcast wo das schon seit jahren mitläuft das thema und da wird es ja zum beispiel von huckel immer unter der maxime und das finde ich auch absolut richtig mit laufen gelassen dass man sagt ruhig mal austesten was die technologie schon kann aber dann eben auch beobachten wo es eingesetzt wird diese arten von technologie also jetzt block chain und das haben wir eben bei den flüchtlingssachen gesehen also jetzt kann man auch anfangen politische schlüsse daraus zu ziehen die technik ist jetzt da und wie sie da ist hören wir jetzt hier also bitcoin die geldversion der block chain es werden höchststände vermeldet von frank beetmann er ist zurück auf seinem parkett goldrausch stimmung im internet heute stieg der bitcoin kurs zeitweise auf ein neues rekordhoch von 7500 dollar seit bestehen hat das krypto geld mehrere millionen prozent zugelegt verrückt für die jüngste kursexplosion ist die weltgrößte terminbörse mit sitz in chicago verantwortlich sie kündigte jetzt an künftig auch mit bitcoin handeln zu wollen so etwas wie ein ritterschlag für das internetgeld jetzt also fangen auch die finanzmärkte an bitcoin ernst zu nehmen frank beetmann noch nicht noch freuen sie sich in new york mehr darüber dass demnächst das saudi arabische öl dort gehandelt wird aber in chicago wird jetzt bitcoin gehandelt herzlichen glückwunsch ich finde das alles gut dritte dritte cyber cyber meldung die kann man wieder unter humor abbuchen auch wenn es natürlich thematisch terror wird nach der festnahme eines terrorverdächtigen in schwerin sind weitere details bekannt geworden der 19 jährige soll seit dem sommer chemikalien zum bombenbau bei amazon bestellt haben das berichtet der spiegel demnach wurden dem syrer automatisch weitere gefährliche materialien vorgeschlagen durch die algorithmen der einkaufsplattform terror ist scheiße die stimmung ist gut hast du alexa gerade an kannst du alexa mal fragen ne alexa was was brauche ich für eine bombe und dann sagt sie ja du brauchst das du brauchst das du brauchst das du brauchst das drei der vier sachen kannst du bei amazon bestellen soll ich ja ja auf dem weg genau bündels mal ne alexa liegt bei uns im wohnzimmer an einem kleinen akku manchmal wenn wir abends noch ein bisschen lust haben stecken was rein und lassen uns ein paar witze erzählen aber es ist wirklich die einzige funktion für die was brauchen habe ich jetzt nicht hier jamaika die woche geht zu ende wir sind bei freitag gibt es jetzt wenigstens was zu vermelden von dieser woche die ja anfing mit irgendein grüner erklärt in dem fall jürgen trittin bla bla diese woche entscheidet sich borus palmer hat ja daraufhin gleich wieder ein buch geschrieben der muss weg die trittinwelle nervt deutschland überfordert hat sich gleich beschwert also freitag was gibt es zu vermelden mehr merkel o ton ich glaube nach wie vor dass wir die enden zusammenbinden können wenn wir uns mühen und anstrengen und zwar in einer art und weise dass jeder partner dabei auch seine identität zum gelten bringen kann identitätspolitik schon wieder das war die entscheidende woche der sondierung bleiben wir jetzt mal bei jamaika ja wir bleiben warte mal bevor es gibt mir einen kurzen hint was kommt so inhaltlich vor person blabla wer dabei ist und so klima thema merkel lindner habeck okay dann machen wir stürzen uns mal in die regierungsberichte und die haben sich natürlich auf was bezogen auf die jamaika verhandlung und das erste thema was jetzt gerade in diesen sondierungstheater festspielen zu einem zu einer kleinen pause geführt hat einer spielpause ist das klima du meinst die existenz not ja natürlich aber wessen und ich fand ja einen lustigen beitrag gemacht weil der beitrag beginnt zum thema klima eigentlich mit klaren aussagen der kanzlerin nur halt nicht von diesem jahr oder dem letzten jahr sondern aus der vergangenheit wo frau merkel auch schon kanzlerin war den klimawandel aufhalten angela merkel verordnet deutschland seit jahren auf internationalem parkett die vorreiterrolle ich bin davon zutiefst überzeugt dass klimaschutz die herausforderung des 21 jahrhunderts ist es geht um die grundlagen des lebens der generationen die nach uns kommen und wir wissen wir müssen heute handeln aber das selbst gesteckte ziel ist kaum mehr zu erreichen im jahr 2020 40 prozent weniger treibhausgase gegenüber 1990 das umweltministerium hält nur noch 32,5 prozent für erreichbar wenn es keine zusätzlichen anstrengungen gibt die noch ministerin fordert jetzt von jamaika was der großen koalition nicht gelangen einen großen schritt beim kohleausstieg ja ich finde sehr gut dass die umweltministerin von hendrix nach der wahl auf einmal auf die idee kommt kohleausstieg die nächste bundesregierung steckt ja in ihrem zitat für die wird das jetzt wirklich eine herausforderung ja so und das ist das ist pervers in der andere sache die ich bei dir eine halbe sekunde im antlitz erblickt hatte war fand ich sehr interessant es gab einen brief der ostdeutschen ministerpräsidenten jetzt heißt es ostdeutsche ministerpräsidenten es gibt ja fünf beziehungsweise mit berlin sechs ostdeutsche bundesländer da gibt es auch spd ministerpräsidenten ich weiß jetzt nicht ob die diesen brief auch unterschrieben haben weil das würde mich wundern weil ja hendrix ja als spdlerin gesagt die kohlekraftwerke müssen weg denn der brief der ostdeutschen ministerpräsidenten an die sondierungstheater schauspieler war der ostdeutsche regierungschefs aber warnen ein abrupter braunkohleausstieg gefährdet die ergebnisse von drei jahrzehnten aufbau ost und verbietet sich schon aus respekt vor der lebensleistung der beschäftigten also das ist das zitat aus dem brief oder was ja was soll man da noch sagen haben die allen schaden das wäre so als ob kretschmann sagt so ja also jetzt hier über den diesel diskutieren das verbietet sich allein schon wegen der lebensleistung der mercedes mitarbeiter die da 20 jahren diesel bauen das geht doch nicht ja also ich finde es ist völlig unverständlich wie man damals bei der deutschen einheit darauf setzen konnte dass keine zweitakter mehr durch die ostdeutsche städte fahren wo ist denn die lebensleistung der eisernacher wardburg bauer jawohl hat man einfach verbannt unfassbar im nachhinein so jetzt kommt gute gute nachrichten so ein klima die wirtschaft macht druck genauer gesagt siemens und siemens natürlich aus ganz unideologischen nicht profit süchtigen gründen sondern einfach nur weil es das wichtige und richtige ist der siemens konzern der selbst auf gas kraftwerke setzt nutze im moment einem schnellen ausstieg aus der kohleverstromung muss in den nächsten vier jahren klimapolitisch priorität eingeräumt werden hierzu gehört auch dass die vorzeitige stillegung der co2 intensivsten kraftwerke geprüft wird heißt es in einem schreiben an die jamaika parteien ja also da sind wir sehr konträr seit immer schon seit wir über das klima reden ich finde das sehr gut man kann niemals von den unternehmen verlangen dass sie gegen profit interessen das klima schützen aber hier hat man es hinbekommen das zu verbinden kohleausstieg mit dem profit in der resse zu verbinden dadurch da ist das dann der druck wirklich da und das ist auch gut so das war das ganze ziel des pariser klima abkommens diese verbindung herzustellen dann kommt der nächste der eine verbindung herstellt ein gewisser gerd müller noch geschäftsführend entwicklungsminister der aus der ist er jetzt grün ich habe jetzt die partei vergessen stefan kannst du das nochmal pass mal auf hier hör mal zu muss man die haupt betroffenen sind inselgruppen wie fidschi aber auch länder wie tansania und diese länder stoßen ein minimum dessen treibhausgasen aus wie wir dies tun deshalb ist erste aufgabe dass wir die minderungsziele die industrie staaten erreichen und umsetzen ich finde gut dass er sagt und ich bin mit oma erner einer meinung die sagt also ich bin schon auch mal die csu stolz ist der einzige auf den ich stolz bin was natürlich ein bisschen missverständlich rüber kommt es geht ja hier in den sondierungsgesprächen um die nicht die klimaziele aus paris die stellt noch niemand in frage also bis 20 30 und 20 50 gewisse ziele erreichen es gibt ja auch deutsche klimaziele die schon bis 20 20 erreicht werden sollen haben wir vorhin gehört 40 prozent reduktion im vergleich zu 1990 und wenn müller sagt ja wir müssen was machen dann sagt müller nicht ja ja bis 20 20 müssen wir unsere ziele erreichen sondern ja ja hier die ziele der industrie staaten also das klimaschutz abkommen aus paris damit gibt er quasi auch schon die das 20 20 ziel auf jetzt kommen wir zu fdp das sind ja die obersten klimaschützer im bundestag die freien demokraten und die haben einen gewissen talking point jetzt zu diesen 20 20 klimazielen also hier sollen wir uns das schaffen wir doch eh nicht ja da können wir es doch ganz gleich ganz sein lassen ich habe mal ist aufgefallen dass die ein gemeinsam talking point haben also der geschäftsführende parlamentarier bei der ftp und ihr chef wenn die folge einfach nur ist dass wir den polnischen braunkohle strom importieren ist weder fürs klima was gewonnen noch für den wirtschaftsstandort deutschland und danach importieren wir dann strom aus den braunkohlekraftwerken in polen also das kann nicht sinnvoll sein also erstens giegold hatte ja diese liste geteilt sieben der zehn co2 schädlichsten kraftwerke braunkohle stehen in deutschland also wenn deutschland abschaltet dann ist der welt schon sehr viel geholfen weil dann ist ungefähr die hälfte weg importieren werden wir nie strom nicht mal dann wenn wir die abschalten irgendwo hier in der eifel steht jetzt die leute in tweet gerade raus was ist das irgendwo hier im süden irgendwo irgendwo in dem wald ich weiß nicht genau wo steht jetzt ein windkraftwerk und damit ist wirklich nur ein mast mit einem rotor gemeint und er produziert für fünf millionen euro strom im jahr also diese aussage ja wir müssen denn aus polen müssen wir da müssen wir uns diesen minderwertigen dass das höre ich nämlich daraus diesen minderwertigen strom polen besorgen die grünen lachen dahin und drüber kannst du das lesen hier den tweet aussage nonsens aber einfach mal raushauen faktencheck doppelpunkt es fehlen in polen erstens die leitung und zweitens die kraftwerke für export nach deutschland ja es fehlen kraftwerke es fehlen leitung ja ich meine das ist ein innerdeutsches problem ah nee wir importieren natürlich aus polen den strom ist ja klar so christian lindner der was war der hier noch mal fdp-chef irgendwie lindner sie sehen viel besser aus als früher so verbraucht der war zu gast bei bettina schausten und die wollte dann mal wissen sag mal christian erinnere ich mich jetzt falsch oder wollte die fdp hat die fdp nicht sogar schon 2009 das 2020 ziel unterschrieben sagt jetzt lindner ja aber jetzt hast du kurz die aufgabe martin martin stefan schulz was kommt nach dem aber also warum warum hat die fdp 2009 das 2020 ziel unterschrieben warum will sie es jetzt nicht mehr machen 2009 war ja eh alles egal da sind sie ja aus dem bundestag rausgeflogen ne warte mal 19 groß eingekommen mit 14 prozent keine ahnung was war denn eine solche politik hielte ich nicht für verantwortbar aber sie waren schon mal ehrgeiziger es war ja die fdp die 2009 genau dieses ziel für 2020 mit erfunden gesetzt hat im koalitionsvertrag der schwarz-gelben regierung sie handeln auch ein bisschen nach dem motto was schert mich unser geschwätz von damals richtig nein denn 2009 plante man diese klimaziele im jahr 2020 mit kernenergie zu erreichen ach so ja da kam ja dann da kam mir leider die umwelt dazwischen ja jetzt jetzt kommt mein highlight aus diesen aktuellen sondierungstheater festspielen christian lindner stellt sich jetzt mal wirklich ganz doof also wirklich ganz doof also ich weiß nicht ob er wirklich so doof ist oder aber eigentlich aber so ein genie ist um alle auflaufen zu lassen aber das ist wirklich dumm da ist er ist sonst cleverer weil er bittet jetzt mal und liebe hörer da seid auch ihr aufgefordert wir wissen dass einige von euch mehr ahnung von klimaschutz umwelttechnik kohlekraftwerk und alles mögliche haben als wir bitte schreibt christian lindner zum beispiel auf twitter darum also er bittet jetzt um physik nachhilfe und bitte helft ihm dabei gibt ihm nachhilfe und wenn ihr wollt taggt uns noch damit wir da mitlesen können weil den spaß wollen wir auch haben aber hören uns mal zu christian lindner braucht nachhilfe wenn jetzt gesprochen wird von den grünen über den verzicht sowohl auf kernenergie als auch auf kohle es geht ja auch um einen kohleausstieg in den sondierungsgesprächen dann möchte ich einfach physikalisch wissen das ist keine frage der politik sondern der physik liebe grüne wie sichert ihr dann die deutsche energieversorgung wenn die kohle wegfällt wie haltet ihr die preise bezahlbar denn eins kann doch nicht sinnvoll sein dass wir in deutschland kraftwerke abschalten den strom teurer machen dass hier arbeitsplätze abgebaut werden und danach importieren wir dann strom aus den braunkohlekraftwerken in polen also das kann nicht sinnvoll sein und ich möchte gern von den grünen wissen wie sie dieses physikalische problem lösen die erklären ihnen das ja jetzt schon seit 14 tagen inzwischen sitzen ja auch experten beisammen will aber noch mal so fragen ich muss muss unterbrechen die erklären es eben nicht sie können es bislang nicht erklären bislang sind es politische botschaften aber über die physik hat uns das noch keiner erklärt und da ist doch genau das problem wenn es geht sind wir dabei ich will mal kurz das vorlesen kleine recherche ergebnis aufgrund dass mir meinen kumpel axel hier ein text zugeschickt hat bloomberg there was so much wind power in germany this weekend consumers got free energy denkt man sich so was free energy kostenlos nee sie haben noch geld dazu bekommen kommt ja manchmal vor ist zu viel energie netz hält ja nur zwei prozent schwankung aus also muss das irgendwie raus man kriegt dann noch geld dazu wenn man dann nachts mal das geld den strom abnimmt in diesem text wird man dann aufgeklärt okay es war windig ja also es war ein bisschen windig aber die windenergie war äquivalent zu 40 atomreaktoren jetzt kann man christian lindern noch mal fragen na gut wir sind aus der atomenergie ausgestiegen aber haben wir wirklich 40 atomreaktoren abgeschaltet oder waren es vielleicht mehr so acht oder neun und das einzige argument was noch bliebe ist nicht das was er eben machte mit ja das muss man physisch wo soll die energie also die energie ist da die frage ist nur kriegt man diese grundlast hin also dieses stetige brummen im netz so dass man nur so ein bisschen fein steuern muss am ende um die zwei prozent schwankungen zu erhalten da weiß man so ein bisschen naja am wochenende ist halt so und dann ist halt so wenn sondern der gang ist bla bla und so das kann man aber auch alles regeln also diese intelligenz kann man heute in dieses netz einbauen kostet halt geld aber hallo du hast doch schon wieder den fehler jetzt nicht mitbekommen was gerade von re nee nee du hast gerade von das kann man ja regeln ach so ja man müsste es halt regeln ja und die fdp ist doch gegen etwas regeln windenergie äquivalent zu 40 atomreaktoren 40 atomreaktoren ja aber nicht 400 kristin lindner kristin lindner wird sich nach chancen wundert sichern nämlich ist aber ist die fdp nicht die partei für innovation warum 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 spät ihr euch da jetzt gegen innovation aber kristin lindner betont innovation ja wunschdenken nein da sie ja immer herausstellen herr lindner dass sie die partei sind für innovation und moderne müssten sie eben auch nach der nach dem ausstieg aus der atomkraft jetzt nicht mehr ehrgeiz daran legen dass sie genau das schaffen nämlich ökologie und wirtschaft zu vereinbaren und das nicht gegeneinander zu stellen ich bin absolut bei ihnen dass das ziel für deutschland ist auch das ziel der fdp deshalb nicht doch natürlich verfolgen wir das nur es macht doch einen unterschied mit wunschdenken politik zu machen und zu sagen wir wünschen uns ganz doll innovation und dann schalten war bevor wir die technologien haben aber sicherheits schon sicherheitshalber schon mal kraftwerke ab und deutschland bleibt dunkel also ich mein deutschland darf nicht dunkel bleiben deutschland hatte schon entschieden diese kraftwerke abzuschalten und dann hieß es plötzlich aber was machen wir dann mit der kohle ach so können wir nicht die kraftwerke als reserve im netz lassen aber ausgeschaltet dann fiel den auf ach nee das würde ja sieben tage dauern die anzuschalten also lassen sie lieber an das war die das war die politische losung hinter der spd übrigens das war hier gabriel umweltminister gabriel und wirtschaftsminister gabriel und so ach ja was sollen denn solche dummen sprüche ja genau so jetzt ist mir diese ganze logik von christian lindner ja ich stelle hier nur fragen ich will nur wissen wie das geht ich weiß doch nicht ich glaube nicht dass das geht ich weiß nicht wie das geht ich traue mich nicht es hat mich an einen gewissen film erinnert an einen gewissen hollywood film darum habe ich jetzt mal das ein bisschen so zusammengeschnitten als als kleine unterhaltung für zwischendurch ich nenne es einfach mal kohleausstiegs jungfrau 40 männlich sucht ich will dich ganz an gar das ist christian lindner der fdp-chef ist das festgeklebt ich wünschte ich hätte eine schere er hat schon ganz schön viel in den sand gesetzt aber eins hat er sich immer bewahrt ich möchte gern von den grünen wissen wie sie dieses physikalische problem lösen das problem der meisten männer ist dass sie nicht wissen wie man frauen antworten die erklären es eben nicht sie können es bislang nicht erklären soll ich denn bitte sagen gar nichts einfach nur fragen stellen fragen stellen frage stellen frage stellen alles in frage stellen im nachbarschaftsbericht sorry im regierungsbericht aus berlin in der ard war robert habeck zu gast dem geht das ganze auch auf den sack der muss ja aus grünen sicht mal berichten und dem dem ist genau das aufgefallen was uns aufgefallen ist die fdp soll aufhören irgendwas in frage zu stellen das haben wir ja schon oft gesprochen und besprochen und auch klar gemacht dass wir für klimaschutz gewählt wurden dass die 2020er 30er 50er ziele zuerst von schwarz gelb und dann von schwarz rot beschlossen und bestätigt wurden und man kann ja von einer grünen mitgestalteten regierung nicht weniger klimaschutz verlangen als von schwarz gelb oder schwarz rot zuvor insofern halten wir an diesen klimaschutz zielen fest ich bitte die fdp das einfach ernst zu nehmen und an den verhandlungstisch zu kommen und das nicht in frage zu stellen ja mich würde auch mal interessieren liebe hörer kann man es mal auf einsatz runterbrechen was will die fdp eigentlich gerade weil eigentlich habe ich auch gedacht dieses klimading das ist nicht nur von allen möglichen parteien schon beschlossen und bestätigt worden sondern es ist ja auch so ein bisschen heikles thema ja vw geht ja nicht ohne grund mit dem klima versprechen diesel nach amerika und setzt sich dann die nesseln warum ist der fdp das so egal dass sie da gerade als die größten loser auf diesem gebiet dastehen wir können ja mal gucken ob gewisse kohlekraft betreiber ja da muss es irgendwie eine ganz enge persönliche bindung geben oder sowas vielleicht spenden und an die fdp oder so wir kommen mal zu jamaika an sich berlin indirekt hat mal ein sich einen eigenen beitrag dazu gewidmet der an fake news nicht zu überbieten war da hören wir von christian lindner gleich dass das alles quatsch ist aber wir gucken uns den beitrag trotzdem an weil angeblich herrscht bei den jamaika theater fest spielen herr schulz die blanke angst überall was für ein aufschlag gleich in der konstituierenden sitzung des bundestages setzt jamaika das erste signal gemeinsam schmettern union fdp und grüne einen antrag der spd ab das signal das war es übrigens also dass die jamaika koalition auch linke anträge abgelehnt hat oder afd anträge naja die sind das sind ja extremparteien aber die spd haben sie abgelehnt allerdings verhallt sehr schnell denn was dann folgt ist eher ein schauspiel der traurigen art sondierungen die kaum ihren namen verdienen vier parteien die nicht zueinander finden handelnde personen die ganz offensichtlich nicht miteinander können denn bei allen herrscht vor allem eins angst angst die grünen verhandlungsführer fürchten sich vor einem parteitag der ihnen nicht folgt die fdp hat angst noch mal wie 2009 über den tisch gezogen zu werden die csu fürchtet die auswirkungen von jamaika auf die kommende landtagswahl in bayern und die cdu hat angst vor neu wahlen denn das könnte auch das ende von merkel bedeuten es sind vor allem diese ängste die drohen jamaika scheitern zu lassen ich glaube dass uns in den nächsten tagen schwierige beratung natürlich auch wieder ins haus stehen aber ich glaube nach wie vor dass wir die enden zusammenbinden können wir haben zehn tage zusammen gesessen zwölf themen das ergebnis sind acht papiere mit langen listen von dissensen also zu klärenden fragen und in vier bereichen hat man es nicht mehr geschafft sich darauf zu verständigen worüber man sich nicht einig ist und der vizechef der liberalen droht die fdp hat keinerlei angst vor neu wahlen wenn union und grüne sich auf eine falsche politik verständigen wollen werden wir die einzigen sein die widerstehen christian lindner hat danach hatte auch zugehört hat den beitrag gehört und erklärt benantina schausten jetzt so ängste darum geht es hier nicht betina nun betonen sie selbst dass an diesem wochenende auch noch einmal ausdrücklich und jetzt ist meine frage man gewinnt den eindruck das ist das eigentliche ziel dass sie anstreben neu wahlen ist das so nein das ist die klare antwort sie ja ja gut dann frage ich mich allerdings warum betonen sie es ein ums andere mal wenn ich gefragt werde antworte ich aber in der sache ist es doch so anders als ihr beitrag ja auch den eindruck erweckt es sind nicht irgendwelche ängste die einer regierungsbildung im wege stehen es sind die programme es sind die grundüberzeugungen es sind die projekte und werte dieser vier parteien ich finde man kann doch auch mal mit respekt sagen eine partei wie die grünen die stehen für ganz andere dinge aber die stehen zu ihren themen und wir zu unseren und das macht die sache schwer nein nicht um jeden preis frau schausten und man wird sich immer vorwürfen aussetzen das weiß ich doch so ist das politische spiel so ist die demokratie aber wenn ich zwischen zwei vorwürfen wählen kann der erste vorwurf ihr seid nicht kompromissbereit genug und der andere vorwurf ihr habt euch verbogen ihr seid die umfaller ihr steht nicht zu ihrem programm ihr habt vor der war was ganz anderes gesagt in dem fall lasse ich mir lieber zu viel prinzipien vorwerfen als keine zu haben und dann müsste neu gewählt werden damit die fdp am ende weniger kompromisse eingehen muss ich weiß nicht was dann passieren würde ich will auch gar nicht darüber spekulieren das schlimmste jedenfalls wäre wenn jetzt eine regierung ins amt käme die das ganze die ganze periode streitet eine regierung die dasselbe macht wie die große koalition dann müssten die leute ja aus verzweiflung protestparteien wählen weil es in der demokratischen mitte keine alternativen mehr gibt ja protestwahl ist nur akzeptabel wenn die fdp eine protestpartei ist ganz genau aber wenigstens streiten sie über klima nicht über flüchtlinge ist das nicht was findet robert habeck jetzt nicht der war im regierungsbericht und hat jetzt einmal eigentlich keinen bock mehr über solche grundsätzlichen sachen zu sprechen und zu streiten und hat auch keinen bock mehr dass das alles worüber sich jetzt noch nicht ausgetauscht wurde am ende in einer nacht abgefrühstückt wird betina schausen nennt das die nacht der langen messer stefan und darauf hat robert habeck keine lust die nächste woche muss anders werden denn die zeit tickt wir haben ja gehört bis zum 16 und 17 die lange nacht oder die nacht der langen messer muss ja die nacht irgendwie klappt was muss denn sich jetzt ändern in der tat brauchen wir eine schubumkehr moment hat man das gefühl man ist auf so einer art schiefen bahn und je mehr man sich bewegt umso tiefer rutscht man wieder runter das muss dringend korrigiert werden und wie muss die kanzlerin mehr führen und weniger moderieren wie man ja auch öfters hört das würde helfen vielleicht ist es aus sicht der kanzlerin so ein bisschen so man lässt es in die krise reingehen und dann gibt es diese lange nacht der die nacht der langen messer die sie angesprochen haben das entspricht ja so ein bisschen dem merkelschen regierungsprinzip erst muss ein atomkraftwerk in die luft fliegen und dann machen wir den ausstieg das ist allerdings ein spiel mit dem feuer weil die nervosität die öffentliche die in den parteien natürlich riesen riesen groß wird also insofern wäre es klug jetzt peu à peu eine konzentration vorzunehmen und dinge die wichtigen themen auch abzuräumen ich glaube das ist einfach ja was ist einfach nur alles spiel damit die fdp dann sagen kann na gut schalten wir die drei braunkohlekraftwerke die uns ähnlich interessieren ab dafür werden wir finanzminister wirtschaftsminister und außenminister ne ne die grünen können außenminister sein oder ja das wäre natürlich der supergau am ende ja wenn die grünen jetzt atom äh braunkohlekraftwerke gegen den außenministerposten tauschen ja pass mal auf du hast einen guten punkt angesprochen die grünen wollen ja dass die 20 schmutzigsten kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden und kompromiss ist dann 20 jaja 20 das war im wahlkampf ihre koalitionsbedingungen es läuft jedenfalls auf irgendeine pointe hinaus auf die alle weil solange keine köpfe rollen war das also lange das ohne messerstecherei also köpfe rollen ausgeht war das theater kannst du zum hörenden mal ganz kurz erläutern wir kommen zum nächsten clip wenn ein journalist sagt es gilt oder herr schulz sie gelten als was heißt das das heißt dass dieser journalist gerne was sagen würde was er im grunde als seine eigene meinung mit transportiert hat deswegen hat das meistens schon mal am vortag in der abendnachrichtensendung in einem kommentar eingesprochen und bringt das dann am nächsten tag mit das gilt jetzt als allgemein weil ich habe es ja gestern schon gesagt behalten wir mal im hinterkopf sie gelten ja eigentlich oder galten als der realo der brückenbauer der der jamaika ja in schleswig-holstein mit möglich gemacht hat und plötzlich hier hört man so sind sie der buhmann der verhandlungen und gar nicht so sehr der der trittin ist der buhmann jürgen trittin was läuft denn da hier so anders weiß ich auch nicht genau ich habe es genau wie in schleswig-holstein gehalten harte klare worte hinter den kulissen die türen zu und da muss man sich ja testen was ist eigentlich gemeint und nicht irgendwelche sätze verabschieden die dann draußen völlig zerredet werden aber nach außen natürlich zu versuchen das gemeinsame projekt zu kommentieren und zu bewerben und ich habe selber zu meiner überraschung festgestellt dass hinter geschlossenen türen gar nicht möglich war man hat teilweise eins zu eins online lesen können wie man gerade redet also vertrauen ist da ein seltenes gut was müsste man da machen handys wegsperren das wäre glaube ich eine endlich gute idee wir legen alle unsere handys draußen vor die tür und holen die nach zwei drei stunden wieder das würde wahrscheinlich helfen und man muss man jetzt schon mit markowetz kommen und sagen leute setzt euch in den raum wartet 15 minuten damit die letzte handynutzer 15 minuten weg ist und dann habt ihr positive minuten die könnt ihr dann nutzen für die arbeiten auf der ebene sind wir ja schon erste klasse apropos ebene wir wechseln mal die ebene und wechseln ins sport wettenbüro weil tina hassel hat noch mal die aktuellen wettquoten erfragt noch kurz die fdp sagt ja immer chancen für jamaika 50 50 was sagt robert habe chancen werden erstellt durch das willen der akteure es ist ja kein lotto spiel das wir da machen sondern aber eine risikoabwägung ja dann sage ich 80 20 weil 80 20 heißt vernunftbegabte menschen müssen versuchen das hinzukriegen und die sind 80 oder 20 80 natürlich sonst wären wir nicht vernunftbegabt dass ich noch mal nachfragt ist natürlich er hätte ihm zu denken geben müssen warte mal sie glauben wirklich es ist nur 20 prozent vernunft und 80 prozent scheiße scheiße was habe ich jetzt hier gemacht dann das auto das hatten wir im intro schon angedeutet oder abgespielt ich fand das sensationell liebe berlin in der berlin direkt redaktion tolle beobachtung sowas müsstet ihr eigentlich als beitrag machen ihr müsstet euch darauf mal konzentrieren und nicht sowas als outro versinn ich hab eigentlich gar nichts erzählt also wie immer er scheuer und dobrent im ehrlichen gut wir wechseln mal das thema und kommen zur problem der partei der spd wo er immer noch gilt ich will dass die spd stark wird ich möchte dass diese partei stark wird wir waren ja gerade beim thema neu wahlen vielleicht kommt kommt jamaika ja doch nicht zusammen martin schulz war zu gast im regierungsbericht aus berlin und martin wie sieht es aus bist du bereit für neu wahl was glaubst du herr schulz was glaubst du es kann ja wohl nicht sein dass die sich nicht einigen können was für ein kindergarten ist das neu wahlen sind das allerletzte setzt das nicht die spd auch unter druck denn wenn sie dabei bleiben groko nicht noch mal dann würde neu wahlen bedeuten sie treffen die spd in einem denkbar schlechten moment ich denke die wählerinnen und wähler haben sich entschieden frau merkel hatte ja während der wahlkampagne eindeutig ihre sympathie für schwarz sein kopf sieht so ein bisschen halbiert aus durch die spiegelten brillen bügel mal gucken was mir sonst noch auffällt bei martin schulz grün oder schwarz gelb zu erkennen gegeben jetzt hat sie beide am tisch sitzen ist die aufgabe dieser mehrheit einer regierung zu bilden und wenn sie das nicht zustande kriegt wenn sie den wählerauftrag nicht umsetzt dann müssen die wählerinnen und wähler halt erneut sprechen was ist denn das für ein sinneswandel hat glaubt er ist schon wieder oberwasser oder was lieber martin sei doch froh dass der fokus gerade woanders liegt der dezember kommt noch schneller als du glaubst dazu kommen dazu kommen wir jetzt okay apropos was steht denn im dezember an herr schulz parteitag also die spd versucht sich dazu ich zitiere erneuern und wie macht sie das am besten wie macht man sowas am besten wie wie macht man sowas am transparentesten herr schulz so die sozialdemokratische basis darf an diesem wochenende wieder so richtig luft ablassen gleich zwei regionalkonferenzen eine art zukunftsworkshop der spd allerdings ohne kameras was macht man da so oder schreibt man dann martin schulz an oder was das wissen wir nicht weil unter ausschuss der öffentlichkeit sich angeschrien wurde obwohl ich mich ja da frage wie haben die das gemacht also wurde auch den anwesenden spdlern verboten handys mit reinzunehmen zu filmen und so weiter und so fort wir haben doch wir haben wir haben doch bestimmt irgendwelche sozialdemokraten oder jusos als hörer verratet uns das mal wie läuft das also wenn ihr so eine einladung zu einer regionalkonferenz mit martin 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 bekommt steht denn da ihr müsst eure handys draußen lassen oder kamera verbot oder so damit ihr ja nichts twittert oder so wird mich interessiert es kann natürlich auch sein dass es einfach total uninteressant ist und deswegen man so denkt soll ich das jetzt fotografieren oder nicht das stimmt so wir erinnern uns immer ganz kurz wir gehen mal musikalisch ganz kurz nach großbritannien wo immer noch gesungen wird stefan du musst jetzt rausfinden ob auch die spd bald solche gesänge skandieren wird basierend auf solchen erlebnisberichten von der spd basis müssen wir uns da wirklich ernsthaft gedanken darüber machen spd erneuern das motto haben sie sogar auf police geschrieben frankfurt spd basis und parteispitze wollen reden im die frankfurt übrigens bei dir aber die spd basis dialog die spd neu aufstellen neu erfinden aber wie ich denke wir haben zwei baustellen und müssen einerseits die strukturen ändern und wir müssen natürlich auch einen inhaltlichen neustart hinbekommen ein glück hat er nicht gesagt personal hat der leber auch nicht gemacht nicht nur zu sagen wir wollen eine erneuerung und wir sagen jetzt ist es neu und deswegen ist es neu sondern wirklich grundlegend auch georgio nasse will die spd richtig aufmischen basis demokratischer solle sie werden dass sowas wie der parteivorsitzende oder andere ämter sei es bundestagskandidat landtagskandidat dass das von der basis mitgewählt wird martin schultz meint er könne für den erneuerungsprozess der richtige sein die erwartungen an ihn riesig viele junge leute in die spd eingetreten die haben sich erhofft dass sich etwas bewegt aber bewegt sich was oder ist die spd doch zu allzu verkrustet zu tief in der krise schultz will darüber erstmal in aller ruhe reden ohne presse nur intern wir sind ja kein kommando unternehmen sondern eine debattierfreudige partei ich glaube je mehr unterschiedliche positionen sichtbar werden desto besser ja martin wenn die sichtbar werden sollen warum machst du das dann unter ausschuss der öffentlichkeit egal hat so gewollt die strategiepapiere häufen sich nun manche fordern einen pragmatischen kurs weiter denken wollen irgendwie alle wieder andere sehen die spd als großbaustelle die ein linkeres grundsatzprogramm brauche oder doch lieber in der mitte bleiben was sind die sachen die den menschen unter den fingernägel bringt das kann man nicht mit rechts und links beantworten das kann man nur damit beantworten dass man sich da auch hin begibt dass man zuhört dass man das mitnimmt dass man dann praktikable lösungen entwickelt praktikable lösungen fordern auch die jusos für ihre probleme bei der ausbildungsplatz suche oder im studium die jusos diese linken spinner schon wieder eigentlich sollte die spd ja jünger und weiblicher werden gut gelungen ist das bisher nicht an zentraler position eine frau der jüngste hier fast 40 ich finde gut dass sie eine grafik von marco bülow einblenden was ich schade finde und das ist jetzt schon spoiler in dem bericht über den erneuerungsprozess und der parteiintern kritik an der spd führung kommt marco bülow an sich nicht vor die jusos unzufrieden bringen deshalb ihre vorsitzende johanna ückermann für einen posten ins spiel wir jusos sind in dieser neu aufstellung personell nicht repräsentiert deswegen fordern wir ganz klar einen zusätzlichen platz im parteivorstand eine zusätzliche stellvertretende parteivorsitzende und wir glauben dass johanna ückermann eine junge erfolgreiche profilierte politikerin eine sehr gute besetzung dafür wäre zurück in frankfurt ein kurzer blick in den saal wird gestattet die spd hütet die diskussion wie ein staatsgeheimnis drei stunden später ist das fazit positiv aber gemischt glaubwürdigkeit zurückgewinnen nach links rücken die basis stärken sagen einige und georgio nasi hat eine klare botschaft ich erwarte von martin schulz dass er am montag sagt die spd wird die basisdemokratische partei deutschlands ob das klappt schulz will der spd noch zeit geben bis 2019 der anfang ist gemacht der weg zur neu aufstellung aber noch ziemlich weit also wenn ich andrea nahles wäre so im sinne von ach so ich bin jetzt fraktionsvorsitzende wie konnte das nur passieren würde ich mir fragen wie konnte das eigentlich passieren wo sind eigentlich meine nachfolgerin also franziska drose ückermann mittlerweile ist es ja so eine spd du wirst spd juso-chefin und danach deine politische karriere vorbei andrea nahles war auch juso-chefin ja eben und da hörte die karriere nicht auf das ich würde mir dann wenn ich andrea nahles wäre mal fragen was ist eigentlich mit den frauen die sozusagen meine oder ist das in der spd nicht mal mit karriere leider wonach entscheiden wir eigentlich das mit dem personal also es ist ja nicht nur so dass die basis nicht zu wort kommt sondern nicht mal die karriere wege die bislang funktionierten funktionieren ja noch da ist ja gar nichts mehr vielleicht wird intern halt gewalt angewendet oder so und ab morgen kriegen sie in die fresse da gibt es auf jeden fall irgendwas bei dem ich mir mal innerparteiliche gedanken machen würde macht sich auch das macht sich auch der martin und tina hassel hat martin auch gleich gefragt sag mal hier martin du bist doch für johanna ückermann oder also dass die user oder einen platz im präsidium bekommen das ist doch ist doch geht klar oder martin das geht klar oder oder aber dann machen wir es konkret werden sie das war ja die forderung von heute die juso-chefin johanna ückermann zu einer weiteren stellvertreterin von ihnen machen ja ja die parteiführung wird am 20 november über die personelle aufstellung der partei mit einem vorschlag an den parteitag sich befassen und beraten und alle vorschläge die bis dahin kommen alle personellen vorschläge werden doch diskutiert glaube wir sind auch gut beraten wenn wir ja die personellen und programmatischen debatten in der partei führen und nicht über die bilder am sonntag aber sie schätzen ja frau öckermann also martin martin wenn du das mit der basisdemokratie ernst meinst dann kannst du nicht hier kommen mit ja wir reden erstmal nicht öffentlich drüber und zweitens wir als spd spitze werden der spd basis unseren leitantrag ja also unsere vorschläge unterbreiten und dann könnte er wieder zustimmen oder nicht zustimmen aber wie ihr stimmt nicht zu weil dann fliegt ja alle raus ja das ist wirklich also das was martin schulster macht ist einfach tödlich für die partei aber aber er hat radikale ideen stefan ja wenn du jetzt hier an an jeremy corbyn denkst ja es gehört dazu dass wir uns programmatisch neu aufstellen wir müssen als parteien nach dieser schweren niederlage die wir eingesteckt haben den mut aufbringen die großen gesellschaftlichen debatten um die frage der zukunft europas um die frage der migration um die frage der zukunft der arbeit die gesellschaftlichen debatten in diesem land ja leider nicht stattfinden sollen stellvertretend in der spd wieder für die gesellschaft stattfinden das ist die eine seite und die andere seite ist wir müssen uns als organisation erneuern und dazu gehört dass die basis unserer partei stärker mitbestimmen soll dazu gehört auch dass wir die online möglichkeiten die internet möglichkeiten die es dazu gibt besser nutzen ja ich warte dann auf den tag in den christopher lauer da mal angesprochen wird das ist doch alles ein gelaber von martin schulze ich glaube das trauen sie sich nicht die zukunftsfragen europas bla 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 ja wir müssen mehr mut haben dann hat man ein bisschen mut weiter geht's mit jeremy schultz beziehungsweise martin corbin denn der stellt weiter fragen der gibt keine antworten aber stellt weiter fragen diejenigen die es schaffen müssen müssen unterstützt werden finanziell und strukturell wie schaffen wir die fluchtursachen zu bekämpfen nicht nur auf dem papier sondern tatsächlich wie können wir den ökologischen herausforderungen der wir gegenüberstehen begegnen und vor allen dingen wie können wir den raubtier kapitalismus den es weltweit gibt tatsächlich zivilisieren er will den raubtier kapitalismus zivilisieren lass mich noch mal kurz nachrechnen also die letzten seit 1998 wie viele jahre war die spd in der regierung im grunde alle außer diese schwarz gelben 15 jahre ja und jetzt plötzlich ein also ein monat nach der wahl kommt das so mit so einem ja müssten wir jetzt mal machen so im sinne von als ob das jetzt die aufgabe ist nicht jetzt ist erstmal die aufgabe die spd neu aufstellen das hat gar also dieses dieses palaver palaver die zukunftsfragen europas irgendwas klima komplett streichen alles weg darum geht es jetzt gar nicht für die spd das macht jetzt jamaika die machen das zwar schlecht aber wenn man das wieder besser machen will dann muss man zuerst mal das neu aufbauen und dann kann man es besser machen innerlich aber das macht jetzt nicht ohne grund erstmal dieses jamaika dass die das nicht einsehen sondern das heißt einfach weitergeht wie so ein wahlkampf andere überlegung warum warum wir warum rufen die eigentlich immer alle zum wählen gehen auf warum ist dem grunde egal wer gewählt warum wollen die im grunde dass du wählen gehst naja weil es eben vier euro pro jahr pro partei bringt eine wählerstimme jetzt könnte man mal eine gegenaktion machen und sagen solange martin schulz diese partei so führt wie er sie führt und das heißt im grunde solange er sie führt nicht mehr wählen und dafür die vier euro pro jahr einfach irgendein gemeinnützigen ding spenden man hat mehr für deutschland getan als würde man die spd wählen egal wo man die vier euro spenden in frankfurt wollen sie jetzt ein neues löwen gehege bauen da sind die 16 euro für die vier jahre besser aufgehoben als wenn ich die jetzt weil ich die spd wähle der spd zuschiebe liebe hörer wenn ihr ins löwen gehege geht dann erlebte da ein tollen nachmittag toller nachmittag der allen beteiligten richtig spaß gemacht hat wenn ich das höre man das geht ja auf das geht ja auf den keks was wir für eine debatte führen das geht mir echt auf den keks martin schulz geht mir auf den keks martin aber hat aber einen geilen spruch mitgebracht da schreibt sich ja immer wissen der vom spiegeltext bevor er irgendwelche interviews führt muss mit tobias düne und um abgesprochen welche welche sprüche gebe ich denn erledigen sagt bloß du nennst gleich nach hubertus heil in irgendeinem halbsatz kurzer spruch martin zu den sondierungsgesprächen von jamaika wir sehen da bilder winkender leute vom balkon das erinnert einen ja mehr an die royals als an eine koalitionsverhandlung lustig ist wirklich schwierig schwierig und jetzt kommt auch noch der löwe olav scholz und also haben sie eigentlich angst vorm olaf und martin schulz ist so ist so souverän der der zeigt einfach dass er überhaupt gar keine angst vor dem hat indem er ihn einfach gar nicht erwähnt und die antwort vermeidet olav scholz hat sich ja zum zweiten mal an diesem wochenende zu wort gemeldet und er hat ganz bewusst offen gelassen ob auch er gerne parteichef werden will kratzt und sägt da jemand an ihrem stuhl man kann es ja fast nicht anders bevor die antwort kommt liebe frau tina hassel nennen wir mal eine person in einer partei die nicht gerne chef des ladens wäre das war genau die antwort null das kann man einfach voraussetzen dass alle spd-chef werden wollen ok verstehen ganz klar für mich die aufforderung die ich aus der basis der partei ja auch vielfältig bekommen die partei weiter zu führen das mache ich jetzt seit sechs monaten ich bin seit sechs monaten vorsitzender der spd ich trete auf dem parteitag in berlin heißt das jetzt er ist ganz neu er ist erst sechs monate er ist ganz neu kleiner hinweis noch mal ja martin schulz ist seit 1999 das war vor der jahrtausendwende sitze im spd-präsidium und im spd-vorstand ja aber er hatte ja mit den entscheidungen mit den entscheidenden entscheidungen nichts zu tun das ist jetzt ganz neu er ist ja erst seit sechs monaten parteichef für ein weiteres mandat als parteivorsitzender an und ich glaube dass ich dafür auch eine deutliche mehrheit auf dem parteitag bekommen werde herzlichen dank martin das ist klar dass du die bekommst da sind ja auch nur deine bürgermeister da die ansonsten alle und so aber ich meine das ist das muss man ja auch ehrlich sagen martin versucht seinen kopf zu retten indem er auf die basis schielt weil ich kann mir und das hat er glaube ich wirklich wirklich einen vorteil martin ist an der spd-basis beliebter ich sag nicht beliebt am beliebtesten also nicht marco bülow level aber beliebter als hubertus heil sigmar gabriel oder schulz also die spd-basis ist nicht so neoliberal wie die was für ein lichtblick für martin schulz es gibt zu jamaika eine ein ein kurzen einwurf guten journalismus ist wir wissen ja in der politik mehrheitsentscheidung und jetzt haben sie mal in diesen bundesrat geguckt und ich fand es ganz gut danach direkt im anschluss kommt ein o-ton von olav scholz da können wir ihm vielleicht noch mal an die fresse hauen für diese arroganz der macht die wir da gleich präsentiert bekommen dann ist das arroganz der macht und nichts anderes aber ich finde in diesem journalistischen stück worten gute hinweise gegeben die tagesordnung die sie heute früh verteilen ist so kurz wie selten erste sitzung des bundesrats nach der wahl reine routine und zugegeben mäßig aufregend doch wer sich hier wie einsortiert das wird bald ziemlich wichtig und hart umkämpft es ist deutschlands wohl bunteste versammlung er etwa führt eine rot grüne regierung sie eine rot gelb grüne er hier eine schwarz rot grüne und er eine rot rot grüne koalition 16 länder 13 verschiedene koalitionen so viel vielfalt war nie so schwierig war politik selten zumindest erhöht es nicht die fähigkeit sich dann am ende auch zu einigen früher als das richtige blockbildung gegeben hat wusste man immer ganz genau wo sind welche mehrheiten aber man hat sich mittlerweile daran gewöhnt dass die vorbereitung auch ein stück weit länger dauern noch ist die jamaika koalition nur eine idee da wird absehbar welche hürde sie hier erwarten dürfte im bundesrat für jedes gesetz mit auswirkungen auf die länder etwa eine steuerreform bräuchte sie hier eine absolute mehrheit doch sicher hätte jamaika bloß die unterstützung von fünf ländern baden württemberg bayern hessen nrw und schleswig holstein macht 27 stimmen deutlich zu wenig was bleibt verhandeln mit spd geführten landesregierungen deren koordinator erlaubt sich heute einen deutlichen hinweis auf die eigene macht ich bin sicher dass die künftige bundesregierung klug genug ist zu berücksichtigen dass sie im bundesrat keine mehrheit hat erinnert mich so ein bisschen an niederlande gegen spanien damals vor irgendwie viel als es hieß die spanier das beste team aller zeit man hat noch nie so einen tollen fußball gesehen und die niederländer so naja aber ohne beine können die auch nicht laufen zack zack umgegrätsch drei rote karten in einem spiel wir haben die wahl gewonnen wir sind die spd auch so wir haben die bundestagswahl gewonnen verloren ja gut aber bundesrat wir blockieren euch weg wir sind die spd wir werden jegliche neoliberale scheiße verhindern denn wir sind sehr 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 sozial demokratisch ja und wir spielen hier auch nicht demokratie das ist vetocracy was wir hier machen naja noch ein kleiner verbraucherhinweis für alle die es interessiert kurzmeldung warum nicht hat vier empfänger bekommen ab januar etwas mehr geld im schnitt steigen die regelsätze um 1,6 prozent und das bedeutet für ein personen haushalte ein plus von sieben auf 416 euro für paare erhöht sich der satz um sechs euro auf 374 pro person mehr geld alle wollen mehr geld mehr geld wir lösen es mit mehr geld überall mehr geld cool ein kind kann jetzt alle drei monate sich mal wieder ein kinoticket muss ich jetzt nicht mehr stifte vom deutschland funk schenken lassen sondern kann sie jetzt ein bleistift kaufen fortschritt letzter kleiner hinweis wir machen noch mal kurz aufwachen die frage ist ist das jetzt staatsfunk oder nicht was wir hier sehen ist das cdf heute schon mal staatsfunk oder nicht wir klären die frage anhand dieses clips inhaltlich und in der performance ab 2020 gelten ja neue finanzbeziehungen zwischen bund und ländern und den bundesländern untereinander aber auch danach sollen die ostdeutschen gezielt unterstützt werden das kündigte kanzlerin merkel in ihrer wöchentlichen video botschaft an es gehe darum gleichwertige lebensverhältnisse in allen teilen deutschlands zu haben das betreffe vor allem auch teile der neuen länder also kaiser berichter liest hier den vlog von merkel vor und zieht sich noch so an als wäre sie im grunde könnte auch deine tochter sein oder deine regierungssprecherin oder was meinst du merkelchen kann ich nur sagen dass das ist nicht in ordnung ich finde es ein bisschen als bewerbungs video ganz gut vielleicht weiß die dass da offene stellen sind also keine ahnung nun gut wir hören jetzt nach der es gibt keine harfe sondern wir hören direkt markus matthias musik ach so ich würde das apropos matthias oder jeder der sich auch angesprochen fühlt wir möchten ja nicht nur von matthias ständig mit geilen songs beliefert werden andere dürfen sich auch trauen wir haben ja noch circa 49.199 hörer mehr von euch bastelt uns auch mal was und eine sache zum beispiel ich würde gerne dass wir unsere autos nicht mal autos nennen sondern irgendwas mit jetzt im wie wir nennen das vip bereich oder membership only bereich oder im membership bereich der witz ist natürlich das anders als die lage oder so weiter alle das hören können also produzenten schalte ja also wir haben das ja sowieso nicht autos also lieber matthias oder lieber irgendein anderer hörer oder hörerin bastelt uns doch mal so einen kleinen sound mit herzlichen willkommen im membership bereich wir müssen noch überlegen wie wir es nennen weil autos hätte ich ja sowieso nicht genannt autos sind ja inhaltliche stücke die wir der länge nach und so ich hätte jetzt also in dieser version heute hören wir jetzt den rausschmeißer von matthias und danach hörer kommentare kann dann natürlich auch ein segment draus machen dass wir dann produzenten live schalte oder produzenten schalte oder sowas nennen stimmt stimmt also da da lassen wir eurer kreativität freien lauf ja also heute haben wir hörer kommentare die schon mal ein bisschen länger sind acht minuten und so warum auch nicht aber für ab jetzt es ist sozusagen noch spielfläche alle toben sich aus ihr werdet selber hören ein bisschen lang ist es schon ab jetzt gilt eine drei minuten regel und wir füllen die letzten 15 minuten also wenn ihr wollt es sind sozusagen fünf slots wer die drei minuten marke reist muss schon eine echt super tolle geschichte mitbringen ich werde auf jeden fall nicht eingreifen und irgendwas rausschneiden oder so sondern es muss sozusagen geliefert werden in diesen drei minuten und dann hat man hier publikum bei uns und ich würde sagen so 15 minuten drei also fünf fünf dinger irgendwie die man so nach und nach dann also die die handy aufnahmequalität ist dann doch erstaunlich gut mittlerweile wenn man jetzt nicht so ein fünf jahre altes handy hat oder so das kann man ruhig über whatsapp so kurz einsprechen ich finde es ganz gut na gut anderer anderer vorschlag ich habe ja letztens gesagt guckt doch mal bei euch welche arbeitsangebote in eure region angeboten werden diesmal machen wir ein kleines spielchen weil wir ja gerade bei jamaika sind und kabinettsbildung und so weiter und so fort wir machen jetzt auch mal eine aufwachenhörer schatten kabinettsbildung und wir machen das jetzt nicht mit okay ihr sucht euch aus den playern der jamaika koalition eure lieblingsminister raus und ordnet ihr im ministerium zu nein eure aufgabe ist unsere medien player also klaus kleber grund oder gauze superstars mit der klöppel stefan schulz keine ahnung hier thomas walde in ein bundeskabinett in eine bundesregierung zu stellen und ihr habt die aufgabe und zu sagen wer davon kanzler sein sollte für mich ist klaus kleber natürlich der kanzler wer ausminister werden sollte und so weiter und nächste woche spielen wir dann mal andere spiel mit anderen playern aber das ist eure aufgabe für die nächsten tage okay gibt uns ein deutschland mediales schatten kabinett all star medien democracy media democracy und ich mache mal ein spoiler bei mir wäre der entwicklungsminister achtung entwicklungsminister stefan schulz weil du entwickelst ja die medienlandschaft klaus kleber werden kann ich würde es erstmal um in den landschaftspfleger genau ja oder du kannst auch das landschaftspflege ministerium haben okay ich bin gespannt auf eure vorschläge ich mache mir auch ein paar gedanken mal gucken ob ich mich inspirieren lasse oder freitag folgt folge 249 wir befassen uns da mit bayern ne bayern ist ein fünf sterne land max wird wieder dabei sein und wir brauchen folge 249 noch unterstützer mit jedem euro werdet ihr das wir brauchen produzenten das werdet mit ab 42 euro und ihr werdet bei folge 249 als präsentator mit also nee ihr werdet zum präsentator bei folge 249 mit 249 euro genau ihr wisst ja you are many they are few genau und denkt auch schon dran folge 250 steht an kann ich mir vorstellen dass man da kann ich mir vorstellen dass dort ein oder zwei leute besonders präsentator werden wollen wir haben wir haben ja schon ein oder zwei wir haben ja schon zwei also kommt in den ein prozent club und schreit dann könnt ihr nämlich schreien dann könnt ihr morgens in der s-bahn sitzen und eure nachbarn anschreien genau so jetzt rausschmeißen höhere kommentare und dann bis freitag zukunft ungewiss good night and good luck meine damen und ich habe nun ein wort in eigener sache kriegsberichterstattung und die arbeit in konfliktgebieten das ist für unsere korrespondentinnen und korrespondenten und übrigens auch für ihre familien eine der größten herausforderungen in unserem beruf überhaupt ich habe selbst schon auf mehr als einem kontinent in solchen gebieten gearbeitet und weiß wie schwer es ist in der gefahr solche gebiete dem äußeren und dem inneren druck standzuhalten und trotzdem alles richtig zu machen es ist enorm schwierig zum teil widersprüchliche und bruchstückhafte informationen zu bewerten und dann unter großem zeitdruck korrekt einzuordnen unter solchen umständen sind verständlich alles daran setzen sie zu vermeiden uns ist dennoch ein solcher die tagesthemen haben am zwanzigsten mai einen fehlenden bericht aus der osten an die nehmt habt ihr mal ein testbild mach an verständigsten fach Ist das Fake? Nein, noch nicht das, macht es aus! Aus! Oh, ihr Idioten! Oh, der Kniff geht, zieht uns die Ohren lang! Wir bedauern unseren Fehler und möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen. Hallo, ihr lieben Aufwachenden! Ich habe letzte Woche den Podcast gehört und war sehr interessiert an dem Thema des Fachkräftemangels und, ja, eurer Meinung zur Agentur für Arbeit. Das rührt daher, dass ich seit 1.9. für die Agentur arbeite und ich dachte, vielleicht ist es ganz interessant, wenn ich mal meine Sicht der Dinge dazu wiedergebe. Also, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und habe die letzten Jahre bei Bildungsträgern gearbeitet als Sozialpädagogin und bin damit schon ein bisschen ein Exot bei der Agentur, weil da natürlich tatsächlich, wie man so denkt, hauptsächlich entweder hauseigene Leute da sitzen oder so BWLer, Wirtschaftswissenschaftler oder, naja, auf jeden Fall Menschen, die erstmal auf den ersten Blick eine weniger soziale Ader haben. Also, seit 1.9. bin ich also bei der Agentur und zwar in Thüringen in einem kleinen Landkreis, der sehr ländlich geprägt ist und wo ja wirtschaftlich nicht so besonders viel los ist. Anders als ihr das gesagt habt, was das Ziel der Agentur ist, ist es bei uns hausintern so kommuniziert, dass unser Ziel ist, Menschen und Arbeit zusammenzubringen, zusammenzuführen. Natürlich geht da auch viel über Zahlen und Statistiken und die Teamleiter nehmen sich das bestimmt auch sehr an. Ich persönlich nicht so, weil, wie gesagt, mein Background ist einfach ein ganz anderer und meine Intention ist schon eher, den Menschen zu helfen und sie, wenn möglichst, irgendwie glücklich und zufrieden zu machen. Ich bin im Arbeitgeberservice tätig, das heißt, ich bin diejenige, die also mit den Unternehmen in erster Linie Kontakt hat und weniger mit den Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen. Ich fahre zu den Unternehmen, gucke mir an, was die machen, nehme ihre Stellen auf, was sie für Leute suchen, berate sie, wie sie ihre Mitarbeiter weiterqualifizieren können, wie sie vielleicht auch jemand Unqualifizierten einstellen können und dann weiterqualifizieren. Natürlich gerne mit Mitteln der Agentur für Arbeit. Ja, da ist es also so, genau, weil ihr also auch gesagt habt, die Agentur hat also nur die Scheißstellen. So ein Arbeitgeber, der kann sich natürlich freiwillig aussuchen, ob der mit uns zusammenarbeitet oder nicht. Es steht ihm völlig offen, seine Stellen nur auf seiner eigenen Homepage zu veröffentlichen oder einen Zettel ins Ladenlokal zu hängen oder wie man das halt so kennt. Es ist keiner gezwungen, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber natürlich möchte die Agentur gerne, dass die Unternehmen mit ihr zusammenarbeiten. Wenn ich also so eine Stelle habe, dann ist es so, dass es bei uns ein Matching gibt. Also ich habe zum Beispiel die Kfz-Betriebe und dann meldet mir also das Unternehmen, sie suchen jetzt einen Kfz-Mechatroniker und dann wird also der Beruf auch so geschlüsselt und ich mache dann einen Suchlauf und suche alle Arbeitssuchenden oder Arbeitslosenkunden, die angegeben haben, gerne als Kfz-Mechatroniker zu arbeiten. Also da haben wir schon das erste Problem, das heißt, es kann ja auch jemand, der gar kein Kfz-Mechatroniker ist, angeben, er möchte aber gerne als einer arbeiten. Das kann ihn ja erstmal keiner verbieten. Und es kann natürlich auch jemand, der ein Kfz-Mechatroniker ist, sagen, ich will eben nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, ich gebe was anderes an. Und gerade in dem Bereich ist es so, dass ich dann tatsächlich nicht viele Leute in meinem Landkreis finde, die das sind und die auf so eine Stelle passen. Wenn ich jetzt in den Helferbereich gehe, zum Beispiel ein Helfer Metallbau wird gesucht, dann habe ich ganz, ganz viele Treffer, denn im Helferbereich kann jeder im Prinzip arbeiten, da braucht man keine besonderen Qualifikationen. Und da haben wir aber das Problem, dass die Menschen, die ich da finde, also ich gucke mir natürlich erstmal auch den ganzen Lebenslauf an und was hat der Arbeitsvermittler schon mit dem gearbeitet, besprochen. Und dann sehe ich bei ungefähr 90 Prozent, dass das Leute sind, die im Prinzip gar nicht arbeiten können, weil sie einfach ganz andere Problemlagen haben. Ich lese da ganz viel von Erkrankungen, von ärztlichen Gutachten, dass man vielleicht nicht mehr lange stehen kann, nicht schwer heben kann, psychische Erkrankungen hat, vielleicht eine Suchtproblematik, vielleicht sind es auch Leute, die Angehörige pflegen müssen. Also der Großteil der Leute ist wirklich, also muss man sagen, die haben ganz andere Sorgen, da ist die Arbeitsaufnahme gar nicht das Problem Nummer eins. Da müsste man eigentlich ganz anders mit denen arbeiten. Und gerade, wie gesagt, ich komme aus dem sozialen Bereich, da würden mir natürlich ganz viele andere Sachen einfallen, die ich mit denen erstmal zu machen habe, anstatt ihnen irgendwie eine Arbeit aufzudrücken. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass das gemacht wird. Bei den Arbeitsvermittlern ist es so, da gibt es natürlich auch ganz tolle Leute und aber auch natürlich nicht so tolle Leute. Die schlimmen Geschichten, die man so hört, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Aber wenn man einen guten Arbeitsvermittler hat, dann erkennt er das schon, dass da erstmal andere Baustellen Vorrang haben. Genau, und das, was ihr besprochen habt, so diesen MINT-Bereich, also den habe ich persönlich nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es stimmt oder nicht stimmt. Ich kann nur sagen, dass ich, wenn ich meine Matchings mache, mir also auffällt, natürlich besonders im Handwerk und im Dienstleistungsbereich fehlen einfach die qualifizierten Leute. Menschen mit Hochschulabschluss ist nochmal was anderes. Die haben es natürlich auch schwierig, besonders wenn man bedenkt, was sie studiert haben. Da muss ich aber eher auf meinen Freundeskreis, Bekanntenkreis blicken. Also Leute, die, weiß ich nicht, Germanistik oder Kunstgeschichte und sowas studiert haben, die finden hier natürlich einfach keinen Job. Also in Thüringen natürlich schon mal gar nicht. Und dann müssen die deutschlandweit gucken und ich denke, selbst da wird es schwierig. Das sind einfach Bereiche, da findet sich nichts. Also wirklich das Handwerk und die Dienstleistung, da haben wir ganz großen Bedarf und tatsächlich auch, also ich würde es schon Mangel nennen. Ja, also mich frustriert das ja auch, wenn ich einem Unternehmen gerne helfen möchte, da voranzukommen und Leute zu finden. Und dann mache ich mein Matching und dann zeigt es mir nur drei Hanseln an. Das ist natürlich schwierig. Und dann gibt es ja auch noch so eine direkte Mangelliste, wo Berufe draufstehen, die wir quasi nicht besetzen können. Das ist dann erheblich, wie ihr das auch gesagt habt, für die Nicht-EU-Bürger. Das heißt, wenn ein Nicht-EU-Bürger in Deutschland arbeiten möchte, dann wird also erstmal auf diese Mangelliste geguckt. Ist der Beruf, den sie ausüben wollen, auf der Mangelliste? Dann ist das gar kein Problem, dann können sie sofort hier arbeiten. Ist der Beruf nicht auf der Mangelliste? Das heißt, wir haben theoretisch genug EU-Bürger, die diesen Posten machen könnten. Dann müssen wir also so eine Vorrangprüfung machen. Und ja, wie gesagt, wenn es genug Leute gibt, dann fällt die also negativ aus. Prinzipiell würde ich sagen, wie gesagt, hängt die Arbeit der Agentur für Arbeit sehr stark davon ab, was die Vermittler oder auch alle anderen Mitarbeiter so für ein Selbstverständnis haben und was sie dort erreichen möchten. Also man kann tolle Sachen machen und man kann, glaube ich, auch sehr viel bewegen, wenn man halt die richtige Einstellung hat, wenn man sich davon distanziert oder auf Zahlen irgendwie rumzureiten. Ja, man muss auch sagen, wenn ein Unternehmen eine Stelle nicht bei uns meldet, dann bringt die uns sozusagen auch nichts. Ja, wenn sich jetzt ein Kunde von uns auf eine andere Stelle bewirbt, die nicht über uns gelaufen ist, dann haben wir da keinen Vorteil von. Und ich meine, dann ist klar die Arbeitslosenstatistik schöner, weil der ist dann wieder in Arbeit. Aber es gibt halt dann noch so eine interne Statistik, wo es natürlich schöner ist, wenn wir Arbeitgeber und Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen zusammengebracht haben. Finde ich, ist auch ein Punkt, den man irgendwie vielleicht mal kritisch überdenken müsste. Aber naja, Anfang Dezember ist die Woche der Menschen mit Behinderung. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, eine gute Sache. Da gehen wir in die Unternehmen und beraten sie dahingehend, wie sie ihr Unternehmen behindertenfreundlicher gestalten können. Also wir gucken natürlich erstmal, die müssen ja eine Quote erfüllen, ob sie das machen. Und wenn nicht, gucken wir, wie können sie ihre Arbeitsplätze so gestalten, dass da auch behinderte Menschen arbeiten können. Und auch da gibt es finanzielle Fördermöglichkeiten. Also ja, man sieht, es gibt gute Sachen, die man, glaube ich, auch eher selten hört von der Agentur. Aber es gibt sie. Und wenn die Mitarbeiter sich bemühen, dann kann das auch gut werden. Und dennoch ist es natürlich immer richtig, das ganze System kritisch zu sehen. Und ich sehe es durchaus auch kritisch. Und ja, es ist immer sinnvoll, sich Gedanken zu machen, ob das auch anders geht und ob das, was uns vorgesetzt wird, tatsächlich stimmt. Aber ich dachte, vielleicht ist so ein kurzer Einblick auch mal ganz spannend. So, hi, hier ist Lukas. Ich wollte bloß meinen kurzen Kommentar abgeben zum letzten Aufwachen-Podcast, wo Stefan wieder mal behauptet hat, dass die Zeitarbeit so scheußlich ist und alles schlecht und alles schlecht bezahlt. Und ja, es ist ein prekärer Job und überhaupt, ja. Das war so der Tenor. Und dagegen wollte ich eigentlich mich gerade bloß ein bisschen wehren. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Zeitarbeit so schlecht ist wie ihr Ruf, ja. Ich arbeite seit einiger Zeit schon in der Zeitarbeitsbranche. Anfangs bei einer Firma, die im gewerblich-technischen Bereich Arbeitnehmerüberlassung, Vermittlung gemacht hat. Und damals hat sich schon herausgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man das immer als Außendarstellung wahrnimmt. Ich habe dann die Firma gewechselt, bin jetzt auch wieder bei einer Zeitarbeitsfirma, die sich aber spezialisiert hat auf medizinischen und pädagogischen Bereich. Und gerade hier muss ich sagen, da greift das Argument von wegen Zeitarbeitnehmer sind so schlecht bezahlt und die Arbeitszeiten sind so schlecht und das ist Ausbeutung, ist einfach grundsätzlich falsch. Also gerade, das mag vielleicht eine Nische sein jetzt gerade in meiner Situation, aber trotzdem, wir, und das kann ich einfach so sagen, zahlen fair, ja. Ja, unsere Mitarbeiter kriegen in der Regel ca. 20% mehr als ein tatsächlich Festangestellter in den Einrichtungen. Sei es jetzt ein Altenheim, sei es eine Klinik für Allgemeinmedizin, für plastische Chirurgie, für Schönheits-OPs und so weiter. Also unsere Mitarbeiter bekommen mehr raus tatsächlich als Festangestellte, auch wenn das unser Tarifvertrag grundsätzlich erstmal vielleicht nicht so hergibt, haben wir da aber die Möglichkeit, einfach über übertarifliche Zulagen und vieles mehr, mehr für unsere Mitarbeiter auch rauszuholen. Und auch die Mitarbeiterbindung ist ja häufig so ein Argument, wo man sagt, boah, die Zeitarbeit, das ist schrecklich, die verheizen hier die Mitarbeiter. Das ist einfach so falsch, ja. Es gibt sicherlich Unternehmen, auf die trifft das zu, aber die gibt es auch so, sag ich mal, im normalen Angestelltenverhältnis. Da muss man jetzt nicht mit dem Finger auf die Zeitarbeit zeigen. Das wäre, denke ich, nicht weit genug gegriffen. Bei uns ist es so, unsere Niederlassung jetzt hier in Nürnberg, uns gibt es seit acht Jahren ca. ein bisschen mehr, und der längste Mitarbeiter ist seit über sieben Jahren bei uns. Und auch der Rest der Mitarbeiter, es ist nicht so, dass die jetzt zwei Wochen bei uns sind und wir hauen die raus, auch nicht zwei Monate. Der Schnitt bei uns ist wirklich so eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Da muss ich aber auch sagen, ich sehe die Zeitarbeit auch nicht so, dass wir hier Ewigkeiten die Mitarbeiter binden, sondern wir wollen die ja auch wieder in eine normale Beschäftigung übergeben. Und da ist es einfach so, dass viele Mitarbeiter bei uns auch sagen, ich will gar nicht in ein normales Angestelltenverhältnis gehen, weil es mir da einfach preislich schlechter geht. Viele Einrichtungen haben nicht die Möglichkeit, wie wir so gut die Mitarbeiter zu bezahlen. Wir haben zum Beispiel Firmenautos für unsere Mitarbeiter, für viele. Welche Einrichtung kann das denn leisten? Wir geben Fahrkostenzuschüsse, wir zahlen Fahrkarten, Essensgutscheine, alles sowas. Also wir haben ein ganzes Bündel an Vergünstigungen oder Benefits für unsere Mitarbeiter. Und das können viele Einrichtungen oder wollen vielleicht auch gar nicht leisten. Und von dem her kann ich dieses Argument von Stefan langsam so einfach nicht mehr hören. Vielleicht fehlt ihm da die Erfahrung oder... Aber ich stehe da gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt mir an. Wenn nicht, auch gut. Man hört sich. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Aufgewachte. Das ist ein Hörerkommentar zum Thema Verlage und Öffentlich-Rechtliche von Christian aus Krefeld. Ich habe mir jetzt vor kurzem angeschaut, angehört und angelesen, wie sich die Verlage beschwert haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihnen die Geschäftsfelder kaputt machen würden. Und das ist natürlich Bullshit. Das Einzige, was ihnen ihr Geschäft kaputt macht, ist das Internet. Und dieses Internet hat auch schon andere Gesellschaftsfelder beeinflusst und Sachen kaputt gemacht. Als denn da wären. Das Ganze fing irgendwann mal an mit der Musikindustrie. Es gab Napster und es gab iTunes. Und die gut verdienten Musikverlage haben riesige Einbußen hinnehmen müssen, bevor sich einigermaßen mit dem Internet engagiert haben und wieder begrabbelt haben. Die Tatsache, also soziologisch gesehen, ist es ja so, dass mittlerweile viel mehr Leute Konzerte besuchen und auf Festivals gehen. Und das liegt einfach unter anderem auch daran, nicht nur, dass man gerne ein Happening hat und ein Event, sondern dass Musiker, also wo ein Angebot da, kann auch eine Nachfrage entstehen, dass Musiker ganz einfach viel mehr verdienen, wenn sie auftreten, als wenn sie Platten verkaufen. Die Zeiten sind nämlich vorbei, weil man Lieder einzeln kaufen kann, man muss nicht ganze Platte kaufen und so weiter. Das war der Teil mit der Musikindustrie. Jetzt haben wir so langsam die Netflix-Generation und dieses Schauen und Demand und gucken, wann man selbst Lust hat. Und es werden ganz neue, wie eben Netflix-Produzenten, auf den Markt kommen, die Video-Inhalte produzieren können. Und das wird die Fernsehsender nachhaltig beeinflussen und auch viele andere. Das heißt also, heute ist es so, jede Privatperson wie ich zum Beispiel kann eine Audiodatei erstellen oder mit einem Musikprogramm, einem Musiktitel sich zusammenklauben, Sachen besser vergleichen, Musik, Lieder, MP3s nebeneinander legen und sich theoretisch das Lied über YouTube anhören und dann entscheiden, ob man es kaufen will. Jeder kann schreiben und publizieren, jeder kann eine Audiodatei erstellen und sie publizieren. Es gibt Rapper, die umsonst ihr Album online stellen, um eine andere Währung zu erhalten, die nicht Geld heißt, sondern Fame und damit dann Einfluss erreichen können und so weiter. Und die Verlage und auch Journalisten, die vorher was auf ihre Meinungen gehalten haben und sich für besser und berechtigter als andere hielten, um eine Meinung zu verbreiten und darauf zu beharren, dass sie Recht haben, diese Verlage und davon rede ich gar nicht über die Journalisten, die viel entlassen werden und die Zeitungen, die zusammengestrichen werden und das Geld, was Journalisten weniger verdienen, dass auf dem Feld, der es, nennen wir es mal einfach, einen journalistischen Arbeit, das ist es so, dass man Freischreiber beziehungsweise Autoren ohne Probleme bei Minijob-Portale buchen kann, die mir einen Text und einen Artikel schreiben. Wie gut oder schlecht er ist, ist dann eine andere Sache. Vielleicht ist er, je nachdem, wem man engagiert, sogar besser als das, was ein Ressortleiter von der Zeitung abliefern könnte. Aber das ist die Verlage. Es gibt einen zentralen Punkt und das ist einfach der, dass das Internet alles verändert. Also sämtliche Inhalte und vor allen Dingen die Verfügbarkeit und auch die Erstellbarkeit. Jeder kann Autor sein, jeder kann Podcaster sein, jeder kann theoretisch ein YouTube-Video hochladen, wie Stefan das ja öfter bemerkt hat. Und die Verlage scheinen die Einzigen zu sein, die dann meinen, oh, wir suchen uns jetzt mal einen Feind, wie die Öffentlich-Rechtlichen, an denen ich auch viel zu kritisieren habe. Aber das ist nicht der Grund, warum die Verlage kein Geld mehr verdienen. Der Grund ist ganz einfach, dass sie ihr träges Zeitungsmodell nicht online weiterführen können und dass ihnen die Zeitungsleser wegsterben und wegbrechen. Wobei es natürlich, wie das Katapult-Magazin, immer noch Magazine gibt, die neu aufgelegt werden und die dann auch in einem kleinen Rahmen funktionieren. Das heißt also, die Verlage, wenn die so rumstöhnen, ist das einfach ein Wegbrechen von Gewinnprozenten und nicht unbedingt ein großes Sterben. Und wenn, dann muss man sich sonst, bekennen die sich immer alle zum Kapitalismus, dann muss man sich halt mal dazu bekennen und sagen, ja gut, der Verlag hat es nicht geschafft, die Zeiten zu überleben, wie Schießer und wer ist denn da noch pleite gegangen. Gut, das ist jetzt ein ganz anderer Hersteller, aber dieses Rumunken der Verlage ist in meinen Augen ganz einfach ein Gejammer, wo keiner drauf hören muss. Weil natürlich verändert sich alles. So, friss oder stirb. Und deshalb ärgert mich das so ein bisschen, dass die dann meinen, ja die Freiheit ist bedroht und so weiter. Ich sehe, das Gegenteil ist der Fall. Diese, nennen wir es mal, ja Marktbereinigung oder ein Gewitter, danach gibt es frische Luft. Es ist gar nicht so schlecht, wenn bestimmte alte Zöpfe abgeschnitten werden. Natürlich gibt es bei dem Endkunden sowas wie eine Markenverbundenheit. Also es ist schade, wenn ein bestimmtes Unternehmen wie der Spiegel oder so einfach nicht mehr am Markt wäre. Man würde es vermissen, weil man die Marke kennt. Aber das kann ja nicht das Thema sein. Also entweder man bekennt sich zu dem Kapitalismus oder halt nicht. Und jetzt ist natürlich das Argument, die öffentlich-rechtlich, das ist ja nicht Kapitalismus. Naja, die Macht im Positiven wie im Negativen ist halt jetzt viel mehr auf die Leser, die selbst zu Publizisten werden können, zurückgeworfen. Und das ist eigentlich nichts Schlechtes. Und dieses Gejammer darüber, dass jetzt die Wortart, wie heißt es doch, die KV-Wort oder KG-Wort oder AG-Wort, dass die Autoren das Geld bekommen und nicht mehr die Verlage, was ja von einem Jahr oder zwei entschieden wurde, ist rechtlich ganz einfach so vorgesehen. Und genau wie in der Musikindustrie, wo der Künstler die Möglichkeit hat, ohne Verlage sich selbst darzustellen, online selbst zu entscheiden, was publiziere ich, wie möglicherweise auch seine Auftritte zu planen. Da braucht man dann kein ganzes Verlagswesen. Da könnte er theoretisch auch, also jetzt der Musiker, Privatleute für sein Album-Cover engagieren. Das müssen die Verlage alles nicht mehr machen. Das heißt also, auch die klassischen, nicht Musikverlage, sondern die klassischen Verlage, müssen ganz einfach diese Einbußen hinnehmen. Dass die das, weil sie ja öffentlich gehört werden, nicht so einfach tun werden und ihre Interessen nach draußen tragen, ist auch nicht so verwunderlich. Wie gehen wir als Endnutzer damit um? Naja, ganz einfach. Wir werden uns darüber klaren, dass sich alles in irgendeiner Form verändert. Auch zum Beispiel die Veröffentlichungszeiträume, nachdem ein Kinofilm, die Blu-ray rauskommt und wann es im Fernsehen zu sehen ist und wann es bei Sky zu sehen ist. Diese ganzen Zeiten haben sich verengt und zusammengeschoben, auch wegen des Internets. Und diese Veränderungen bei diesen Kulturgütern, also Audioformate, Textformate, Video- und Bildformate. Auch Fotografen haben nicht mehr dasselbe Einkommen wie früher, weil jeder eine Kamera mit sich trägt. Und dieser Sache wird die Gesellschaft und auch die, die vorher damit, dass sie Druckerpressen bezahlen konnten, Rechnung tragen müssen, indem sie ganz einfach die Verluste hinnehmen oder sich neu erfinden. Das Neuerfinden online und Leute zu gewinnen, die für das, was sie woanders umsonst bekommen, nicht bereit sind, Geld zu bezahlen. Das ist dann nun mal so. Da kann man nicht rumbrüllen wie so ein kleines Kind und sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind schuld. Also was will ich sagen, es verändert sich generell viel und es ist manchmal gut, manchmal schlecht. Und dieses Gejammer, anstatt nach vorne zu gehen und was zu versuchen und was zu tun, kann ich eigentlich nicht mit anhören. Vielen Dank für eure Zeit. Thilo, moin Stefan. Ich bin der Enno, ich bin Schüler und wollte zum Thema Schulen was sagen. Ich bin auf insgesamt fünf Schulen gegangen. Alle im ländlichen Bereich musste zugesagt werden. Was es nun zu bedeuten hat, muss jeder für sich selber wissen. Auf jeden Fall, auf insgesamt fünf Schulen bin ich gegangen und auf vier von fünf, um zum kurzen Thema Sporthallen abzuhaken, war absolut da nichts. Ich hatte auf allen fünf nicht mal Baumaßnahmen. In der fünften Schule, auf der ich kann, in der auf der der Sportunterricht wegen fehlender Sporthalle recht schwierig wurde, da sind wir einfach im Winter immer rüber ins Nachbardorf gefahren und haben dort, in der dortigen Sporthalle, Sport gemacht. So ist es auf dem Land. Das war, die Gemeinde war tausend Seelen. Wie viele Schüler es dort dann gab, muss jeder für sich selber ausrechnen. Ich weiß es nicht mehr. Es ist sehr lange her. Da auch noch aus zwei Nachbargemeinden wir kamen, können es wahrscheinlich insgesamt nicht mehr als 100 Schüler gewesen sein. Dafür baut man keine eigene Sporthalle. Das kann ich nachvollziehen. Von daher muss ich gerade, was Sport anbelangt, aber auch was Unterrichtsausfall anbelangt, Stefan großteilig zustimmen. Wir haben bei uns, ich hatte persönlich zumindest nie große Probleme mit starkem Unterrichtsausfall. Klar, es gehen mal Lehrer in Elternzeit, sogar sehr oft. Wir haben ein sehr junges Lehrerpublikum bei uns oder eine sehr junge Lehrerschaft, da passiert das öfter. Aber sonst hatte ich eigentlich nie große Probleme mit Unterrichtsausfall und ähnlichem. Und auf vier von fünf Schulen ist mir auch da wiederum nichts bekannt. Auf meiner derzeitigen Schule haben wir ein Problem mit den Kunstlehrern. Wir haben Kunstlehrermangel, im Großen sogar. Wir haben eine einzelne Kunstlehrerin an der Schule und die ist dann zuständig für zwölf Jahrgänge A5-Klassen. Ja, normalerweise hätten wir noch eine zweite, was auch nicht genug wäre. Selbstverständlich. Aber diese zweite wiederum ist derzeitig in Elternzeit. Von daher derzeitig eine Kunstlehrerin für 60 Klassen. Gut, damit kann man Probleme haben, muss man nicht, weil man kein Kunst mag, aber definitiv ist das ein Missstand. Aber sonst muss ich sagen, bei uns im Norden, also in Nordfriesland, im ländlichen Bereich, ist mit den Schulen eigentlich alles ziemlich gut.